Jemand hat uns einen Kommentar geschrieben, unter Tonis offenen Brief. Der hat mir ganz gut gefallen, den lese ich mal vor, Leute. Hallo Toni und Let's Play, es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Warte, warte, warte. Warte, warte. Was? Der hat mir ganz gut gefallen, den lese ich mal vor, Leute. Moment mal, Toni und Let's Play, es tut mir leid, der hat mich erst jetzt mal meldet. Ich will doch das einblenden. Eine Sekunde. Ah, was für ein Anfang. Ja, dann blend's halt ein. Ja, und jetzt lief das Video noch im Hintergrund, ich weiß ja. So, jetzt blende ich das ein. Eine Sekunde. Weißt du, was Toni jetzt kannst du dir nicht vorlesen? So, du brauchst jetzt nur draufklicken. Egal, egal, lese draufklicken. Lese du jetzt vor. Ja, dann hätte ich hier runtergescrollt, ja, bis zu dem Kommentar in aller Ruhe. Und dann hättest du den Kommentar vorlesen können. So, hier. Das sind gar nicht so wenig Kommentare, ganz schön viele. Ja, zu mir ist mehr gekommen, ja. Genau, du lest, lest du den jetzt einfach mal vor. Und übrigens, Leute, nächstes Jahr werden wir da mal ein bisschen, also, wenn noch Fragen kommen, wir werden einfach auf diese Sendung hier dann verweisen. Ja, wir wollen das hier nochmal so ein bisschen komprimieren. Wir lesen jetzt erstmal den Kommentar hier vor und dann sagen wir ein bisschen was dazu. Nämlich an genau solche Leute wie Ihnen hier richtet sich diese Sendung hier. Ja, äh, es hört mal ein bisschen was anderes. Ähm, ja, lese mal vor. Nee, du wolltest den vorlesen. Jetzt liest du den vor. Komm. Nee, ich wollte eigentlich nicht. Jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt, wenn du schon unterbrochen hast, dann komm, jetzt lese ich ihn vor. So, Dezember 28. hat, äh, das den ihr geschrieben. Julian R., der war übrigens, äh, auch schon in ein, zwei Sendungen drin, ist aber schon ein bisschen länger her. Äh, ich kenne ihn noch und fand ihn noch ganz sympathisch. Äh, hallo Toni und Let's Play. Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde, aber dennoch ist es mir persönlich sehr wichtig, es doch zu tun. Denn es gibt Situationen, in denen es absolut notwendig ist, aufzustehen, zusammenzuhalten und Stellung zu bezahlen. Und das sogar dann, wenn man so wie ich kein wirklich aktives Mitglied der Hangout-Community ist. Da ich eure Hangouts nur selten vollständig verfolge, habe ich ehrlich gesagt lange Zeit nicht begriffen, worum es in Wirklichkeit geht. Sehr lange habe ich das Geschehene durch meinen eigenen Filter betrachtet und bin auf die Uminterpretation der Geschehnisse hereingefallen. Erst viel später, leider viel zu spät, wurde mir klar, dass es um das höhere Ganze geht, nämlich Ungerechtigkeiten, die passieren, aufzuzeigen. Und das unabhängig von Sympathie oder Antipathie, sondern als Grundprinzip. Es geht darum, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen und Zusammenhalt zu zeigen. Und genau aus diesem Grund ist es mir wichtig, unter anderem zu folgenden Punkten Stellung zu beziehen. Erstens, die Aberkennung menschlicher Rechte durch Hüller, nur weil jemand nicht mit seinem Bild oder Klarnamen auftritt, ist absolut zu verurteilen. Sowas geht gar nicht. Zweitens, ich verurteile auch schärfste Verleumdungen und Denunziationen, wie beispielsweise die Darstellung von Let's Play als Psychopathen durch Hüller und Basti. Auf diesem dritten Punkt, den ich erwähne, wurde ich leider erst vor kurzem aufmerksam. Es geht um konkrete Bedrohungen gegen Let's Play. Drittens, ich verurteile jede Drohung, die gegen Let's Play und Tony getroffen wird, auf schärfste. Auf schärfste. Und das, obwohl ich die beiden nicht persönlich kenne, sondern aus purem Prinzip. Es wird an der Zeit aufzustehen. Und zwar wir alle, jeder Einzelne. Niemand ist unwichtig. Aus diesem Grunde habt ihr beide meine volle Solidarität. Gezeichnet Julian R. Ich werde es hier nochmal gerade posten in den Chat. Hier noch einen Brief, könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Und ich glaube, so wie Julian, geht es einigen von euch, die jetzt hier einfach nur mal sporadisch die Sendung verfolgen. Und an die richtet sich jetzt auch diese Sendung hier. Die richtet sich nicht an diejenigen, und das waren wirklich einige, denen ich bereits den offenen Brief geschickt habe, denen ich bereits Videos geschickt habe, die ich angeschrieben habe, denen ich gesagt habe, was los ist. An die richtet es sich nicht. Es richtet sich auch nicht an diejenigen, die hier bereits sich an der Herzkampagne beteiligt haben. Und da ist es mir auch ziemlich egal, wer jetzt hier Initiator ist und Mitläufer. Es spielt für mich keine Rolle. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Wie gesagt, an die richtet es sich nicht. Es richtet sich auch nicht an diejenigen, die bisher einfach nur die Klappe gehalten haben und ganz genau wissen, was hier passiert. Den kann ich eigentlich nur raten, einfach auch weiter in die Klappe zu halten. Ihr macht es nur noch schlimmer. Sondern wirklich an diejenigen, die es wirklich nicht wissen. Da gibt es Leute, die frequentieren die Sendung hier wirklich nur sporadisch und so, sind ab und zu mal hier drin und dann meinen Toni, wenn wir da was machen. Und wenn man das nicht wirklich auf dem Schirm hat, dann fällt man sehr, sehr leicht auf die äußerst clevere, soll ich jetzt sagen Propaganda oder was, aber Wortvertrehung halt. Auf diese Mechanismen fällt man, weil die sind wirklich sehr, sehr, sehr clever und man fällt dann wirklich darauf rein. Und das ist einem nicht klar. Das Ganze ist dann schon geframed und man wird es nur noch durch Filter betrachten. Und das Problem ist ja auch, man denkt ja bereits, man hätte es verstanden, deswegen fragt man noch nicht mehr nach. Und das ist das Problematik. Deswegen machen wir jetzt heute nochmal die Sendung hier. Und nächstes Jahr, ich will, wisst ihr Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir brauchen uns eigentlich hier von niemandem zu rechtfertigen. Ihr seid nicht irgendwie unsere disziplinarischen Vorgesetzten oder sowas. Aber das hier ist wirklich mir nochmal wichtig. Nächstes Jahr werden wir ein bisschen anders damit umgehen. Wie genau, das verrate ich euch noch nicht. Aber ich muss sagen, ich freue mich bereits darauf. Niemand hat hier irgendjemanden gezwungen, eine Herzkampagne gegen uns zu starten oder sich eine Herzkampagne zu beteiligen, über uns Lügen zu erzählen, uns offen zu bedrohen oder sogar unterschwellig kommt noch dazu. Verschiedene anderen Sachen, hier Sachverhalte zu verdrehen und, und, und. Die widerlichste Hetze gegen uns zu betreiben. Wir haben niemanden gezwungen dazu. Das will ich nur nochmal sagen. Und ich persönlich ihr braucht doch nicht irgendwann zu kommen mit Entschuldigungen oder sowas. Es ist mir, es ist mir egal. Es ist mir vollkommen egal, warum ihr es gemacht habt. Ob ihr es mit guten Glauben gemacht habt, ob ihr es mit Absicht gemacht habt. Es ist mir egal, weil ihr seid erwachsen, die meisten von euch, denke ich mal, und da sollte man sich vorher überlegen, was man macht. Und das kann immer Konsequenzen haben, gegen jemanden zu schießen oder so, ja. Ihr geht ja auch nicht einfach in eine Kneipe ran, pübelt Leute an, dann kann es halt sein, dann gibt es halt aufs Maul, ne. Ist einfach so. Kann halt passieren, ne. Man muss immer damit rechnen, wenn man jemanden angreift, dass man vielleicht das Echo nicht vertragen kann. Unter Umständen. Das sollte man sich halt immer vorher überlegen. Deswegen erst besser gar keinen angreifen. Und auch bitte. Und warte, 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 warte. Und auch besser, ihr könnt das jetzt wieder hier verdrehen, aber ich will mich da jetzt nicht reinsteigern. Jedenfalls, und auch bitte nicht, Angriff mit Verteidigung verwechseln. Ja. Das wollte ich nochmal sagen. Und jetzt geht es hier los. Es werden auch andere Teilnehmer kommen, ja. Auch Leute, die wirklich noch nie hier in der Sendung drin waren. Es werden vielleicht schon noch einige kommen, die bereits hier drin waren, die ihr bereits kennt. Ich will nicht eine super lange Sendung machen. Ich werte gern, dass es eher mehr kompakt ist. Aber du wolltest was sagen, Toni. Ja, jetzt ist der Gedanke auch schon wieder weg. Ja, ich wollte so ein bisschen hier den Fokus mal rausnehmen, zwar von denen, die sich da schon irgendwie gemeldet haben. Oder, aber eben diese Leute, die man da im Hinterkopf hat, die sich da ausschweigen, ja. Und du hast so einen schönen Satz eben gesagt, also gerade die Leute, die sich jetzt da noch nicht gemeldet haben, die brauchen das jetzt auch nicht mehr zu machen, ja. Also der Trotz ist gelutscht. Und man macht es eigentlich nur noch schlimmer, ja. Und ein super Beispiel dafür ist Helena, ja. Also, nehmt euch da ein Beispiel dran, ja. Also, lass es einfach. Es hat einfach keinen Sinn, ja. Also dann noch den Empirten zu spielen, ist irgendwie, ja. Es geht echt nach hinten los. Oh, die Klugschiederin. Hat's geklappt. Oh. Ja, was lange wird, wird hoffentlich gut, ne. Meine Kamera ist auf. Ja, ich hab mein, mein Teil da. Ja, genau. Ich seh mich da jetzt. Ja, moin. Ihr habt ja schon einen Brief vorgelesen, ne. Dann macht mal da erstmal weiter. Ja, genau. Wir haben gerade einen Kommentar vorgelesen aus dem Brief. Und, ähm, ja. Schön, dass du es geschafft hast, Klugschiederin. Ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen schwierig, da mit Hangouts. Musst du mal gucken, auch mit Plugin und so, ne. Falls, ich weiß noch nicht, ob du schon da großartig hast, hast einen Hangouts. Du hast jetzt hier noch mal so einen internen Chat und sowas. Wenn du mal links drauf gehst mit der Maus, dann siehst du hier so eine Anzeigemehre. Dann kannst du rum drauf gehen in den internen Chat. Da kann man auch noch was schreiben, da, ne. Äh. Äh, äh. Da sehe ich jetzt im Moment nicht. Äh, sag mal nur ganz kurz, wo ich mich muten kann. Weil, falls man... Naja, wenn du mal mit der Maus hochgehst, dann siehst du oben, siehst du dann oben so eine Schaltfläche hier, ne. Da siehst du ein Mikrofon, eine Kamera. Ja, mit der Kamera. Genau, gehst einfach ins Mikrofon. Genau. Und dann auf Mikrofon. Okay, dann mach ich mich alle leise, dann mach dir mal weiter. Wenn du links drauf gehst, dann siehst du da noch so, wie so ein, äh, so eine Sprechblase hier. Ja, dann mach ich so eine schlaue Blase. Das ist ein Kind der Chat. Mach mal die Hände erstmal ruhig. Das ist gleich. Ja. Gut, das ist klar. Äh, genau. Jetzt hatte ich ja diesen, diesen Kommentar vorgelesen. Ähm. Ja, was, was wollte ich denn sagen? Ähm. Ja, äh, Livia, was sagst du dazu? Äh, zu der Sache. Kannst du das nachvollziehen? Oder was glaubst du denn, woher das kommt? Äh, Was denkst du darüber? Ja, erstmal, hallo in die Runde. Ich hab ja noch nichts gesagt. Hallo an alle. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gerade, dass auch jemand ein bisschen länger braucht, um das zu verstehen. Ähm, ich glaube, wenn ich vor zwei Jahren, äh, oder vor längerer Zeit euch zugehört hätte, äh, wäre mir das vielleicht auch passiert. Ich hätte vielleicht auch gedacht, was für Spinner, die brüllen nur rum, was für Idioten. Äh, 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 mittlerweile ist es aber so, dass ich die Meta-Ebene mir angucke, von dem, was hier eigentlich passiert ist, und ganz andere Dinge sehen kann, als jemand, der einfach nur denkt, oh, okay, da brüllt einer. Oder dann sagt, oh, der ist schon wieder raus. Und es gibt halt eine Meta-Ebene, die, wenn man geframed ist, also wenn einem schon gesagt wurde, übrigens hier, let's play, äh, oder Toni, die brüllen nur, und Narzissten und so, dann hört man nur noch, äh, das Brüllen. Man hört vielleicht auch noch inhaltlich, ähm, es gibt ganz verschiedene Ebenen, die man da irgendwie betrachten muss, und die gar nicht so einfach, aus meiner Sicht, äh, zu verstehen und zu erfassen sind. Ähm, mittlerweile wurde so viel uminterpretiert und so viel verdreht auch, ähm, und wenn man einmal in dieser verdrehten Wahrnehmung ist, dann hört man eben nur noch, es ist schon wieder jemand raus. Die kommen aber auch mit keinem klar. Man könnte aber auch überlegen, warum ist denn jemand raus? Könnte es denn sein, dass let's play und Toni von bestimmten moralischen Grundprinzipien ausgehen, die in dieser Gesellschaft einfach nicht gelebt werden? Und die, ähm, nicht gelebt werden, weil man mehr nach Sympathie geht, als nach diesen moralischen Grundvorstellungen. Und wenn man das versteht, und wenn man die Geschichte mal zurückverfolgt, also, man muss, glaube ich, wirklich von Anfang an, äh, die Geschichte zurückverfolgen, wie sich das alles aufgebaut hat und wie das funktioniert hat, wann das alles anfing. Und wenn man das mal begriffen hat, dann weiß man, dass hier Stück für Stück für Stück uminterpretiert wurde und die Geschichte oder eure Charaktere quasi, ähm, eine Sichtweise übergelegt bekommen haben, in die hinein alles interpretiert wird, was gesagt wird. Und das ist wirklich das Problem, dass viele die Metaebene nicht sehen können. Weil, weil sie einfach schon so geframed sind. Und dass sich viele eben auch gar nicht in euch reinversetzen. Also, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe auch viele Dinge länger nicht verstanden. Ich habe auch gedacht, was brüllt ihr denn hier so rum? Könnt ihr nicht vernünftig reden? Ich habe mich dann mal ein bisschen mehr mit euch auseinandergesetzt und habe mir dann eure Sendung mal auch mal nochmal nachgeguckt. Manchmal zwei- oder dreimal sogar, die sind im betreffenden Ausschnitt. Und ich habe beim dritten Mal hören dann Dinge gehört, wo ich dachte, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich nicht erst, warum die da jetzt ausgerastet sind. Jetzt verstehe ich, warum die denjenigen rausgeschmissen haben. Das konnte ich aber nicht sehen, weil ich vorher, ich sage mal, Sympathiefilter am Laufen hatte, wo ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz Netter. Muss man den so anbrüllen? Wenn man aber von moralischen Grundsätzen ausgeht, von Grundprinzipien, die in der Gesellschaft gelten sollten und man sieht, dass der noch so nette, die trotzdem nicht einhält. Jetzt als Beispiel, ich überziehe es mal richtig, ich überziehe mal das Beispiel richtig, da kommt jemand und bringt ein Familienmitglied um. Und am Tag sagt die Familie dann, ach, weißt du was, bist ja eigentlich ein netter Kerl, komm, setz dich wieder an den Tisch, ist mit uns. Und Let's Play und Tony sind dann eben welche, die nicht sagen, ist eigentlich ein netter Typ, der lächelt ja, der redet ja so liebevoll, Sondern die sagen dann, hey, du hast Scheiße gebaut. Und wenn das nicht gesehen wird, dann werden die lauter. Und man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele Angriffe gelaufen sind, die auch nicht gesehen werden. Also wenn man das mal so zurückverfolgt, was hier passiert ist, wie sich das aufgebaut hat, muss man sich nur eine Sekunde lang in euch reinversetzen und versteht komplett, warum ihr so reagiert. Ja, ein schönes Beispiel dafür ist die Sendung mit Basti. Anderthalb Stunden sitze ich da und lasse mir die Wortverdrehung und wirklich diese Niedertracht an Unterstellungen gefallen. Und genau in dem Moment, in dem ich meine Stimme erhebe und Schluss sage und sage, jetzt hast du die ganze Zeit geboren, jetzt bin ich dran, bin ich derjenige, der unterbricht. Ja, das ist wirklich absolut großartig, das ist ein großes Kino, dieser Hangout, was das angeht. Aber entschuldige Liebe, es ist super, was du da raushaust. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, Basti ist vielleicht ein gutes Beispiel, ohne jetzt hier wieder an Personen das festzumachen. Aber Basti ist ein schönes Beispiel. Ich bin ja relativ spät, sage ich mal, zu euch gestoßen. Ich weiß gar nicht, März, April, so die Richtung Mai vielleicht so und habe auch am Anfang nicht alles so verfolgt. Und irgendwann habe ich mal die allererste Sendung gefunden oder so relativ am Anfang. Die kannte ich bis dahin nicht. Da wart ihr mit Basti zusammen in einem Hangout. Und Basti hat, ich glaube, zwei Stunden lang euch beide als Narzissten diagnostiziert. Ja, könnt ihr das nicht sehen? Und ich bin mir sicher. Und Toni ist ein Narzisst. Und hat da eine Diagnose nach der anderen und hat sich das in seine Welt zurecht gebastelt und hat euch dadurch diagnostiziert. Unglaublich. Und wie ruht ihr das? Stimmt, ruht ich ganz. Ja, also in der Sendung hatte er es wirklich eigentlich nur mit Toni und wollte mir dann, glaube ich, stundenlang da irgendwie eintrichtern, was Toni eben für eine schlechte Karte ist. Ja, und Toni saß wirklich da und ist, ja, ich wollte es nur noch mal sagen, also bei mir ist er später umgeschwenkt. Also bei mir war es halt erst bei diesem Video, warte mal gerade, hat er auch privat ja, hat er auch privat einiges geschrieben, das werde ich jetzt über ihr nicht sagen, was richtig, richtig heftig war. Nur, wo ich dann auch, könnt ihr mich aufhören zu unterbrechen, bitte? Jedenfalls, jedenfalls, ja, gibt das mal ein. Gib mal ein auf YouTube. Wenn ihr Hilfe braucht, ruf Basti ein. So, und da seht ihr ganz oben, Toni hat sogar ein Herzchen dazu gemacht. Lässt euch mal die Kommentare durch. Und Leute beschweren sich über mich, weil ich gesagt habe, ja, irgendwie kommt mir der ein bisschen irgendwie geistesgestört vor hier, der Basti, ne? Wenn, Basti, wenn du nicht willst, dass ich den Artikel habe, dass du geistesgestört bist, dann schreib nicht irgendwelche geistesgestörten Kommentare. Ist doch ganz klar. Lässt euch das mal durch. Ich habe das sogar mal in der Sendung vorgelesen. Das ist, das ist ganz großes Kino, ne? Was er da so von sich gibt, ne? Und das ist für mich echt schon der pure Verfolgungswahn, was er da geschrieben hat, ne? Also, jemand, der ganz normal ist, schreibt, glaube ich, so ein Zeug da nicht, ja? Also, braucht man sich echt nicht zu wundern, solche Kommentare schreibe ich nicht. Also, ne? Und da wurde mir dann auch nochmal Psychopathie unterstellt, ja? Nochmal in diesem Kommentar halt, ne? Also, da ging es eigentlich los. Ja, Basti, da ging es los, Psychopath, dann ist Martin Hüller darauf aufgesprungen und so, ja? Wollte es nur nochmal sagen. Ja, aber ich sonst den Gedanken verliere und das passt halt auch. Wenn man mal von der Person weggeht und man das Verhaltensmuster nimmt, entdecke ich absolute Parallelen im Verhalten und zwar zu Jabba. Ja? Also, eine Form von Verbissenheit und Einschießen auf ganz bestimmte Ansichten, ja? Über jemanden, ja? Werden mit äußerster Vehemenz vorangetrieben. Ja? Zwar finde ich unterschiedliche Charaktere, aber dieselben Verhaltensmuster, ja? Also, sehe ich so, ja? Wie ihr das seht, weiß ich nicht. Ja, ich wollte grundsätzlich an der Basti-Geschichte mal ein Beispiel machen, wie das funktioniert. Ich erinnere mich an diese Sendung, wo er wirklich, okay, da hatte er sich auf Toni eingeschossen, Toni ist ein Narzisst und sonst wie, hat ihn quasi durchdiagnostiziert, hat darauf bestanden, dass Toni krank ist und was weiß ich und ich meine, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, es hat eine ICD-10-Nummer, das ist eine Diagnose, Leute. Und er setzte sich dann in den Hangout und ich habe mir diese Sendung angeguckt und habe gemerkt, wie ruhig ihr da noch sein konntet. Ihr habt da gesagt, ja, Basti ist ja gut und habt ihr mit dem ganz normal geredet. Diesen Ausschnitt, wenn ihr Hilfe braucht, du hast Basti an, den Toni dann da hochgeladen hat, den hatte ich dann noch gefunden, das war wohl ein Ausschnitt, wo er irgendwann mal in einer Sendung gesagt hat, Leute, wenn ihr hier, bevor ihr euch umbringen wollt, meldet euch bei uns oder meldet euch bei mir. Toni hat es hochgeladen und da unten drunter und ich wollte diesen Ausschnitt... Du hast hier echt Verbindungsprobleme oder ist das nur bei mir? Toni, ist das bei dir auch abgehackt? Ja, ab und zu. Kannst du irgendwas machen, Livia? Ich bin extra aufs Handy gewechselt, also ich kann auch mal schauen, dass ich auf den Rechner gehe. Mal gucken, aber ansonsten ist das Internet. Oder geh nochmal, aktuell, geh nochmal kurz raus und rein den Hangort. Das hilft auch manchmal. Oder starte man Router neu oder so. Ja, weil ich hätte schon ganz gern, dass das auch verständlich ist. Gerade in dieser Sendung hier. Okay, Livia, mach mal weiter. Hörst du mich? Ja. Jetzt besser? Äh, momentan schon. Mach einfach weiter. Okay. Er hatte dann unter diesen kurzen Ausschnitt, den Toni einfach nur aus einer Sendung rausgenommen hat. Er hat selbst gesagt, meldet euch bei mir. Und Toni hat den Ausschnitt rausgenommen. Steht nur, wenn du Hilfe brauchst, ruf Bastian. Und er schreibt darunter, ich weiß nicht, was daran emotionslos sein soll, wenn man Menschen anbietet, ehe sie den Tod wählen. Nochmal mit einem Menschen zu sprechen. Hat kein Mensch gesagt. Das ist eine Unterstellung. Dann steht hier weiter, Toni, ich dachte nicht, dass du so tief sinken würdest, um ehrlich zu sein. Zeigt es mir, dass du, der dieses Video auf deinem Kanal stellst und Let's Play and Talk, der das Video geschnitten hat, wahrhaft emotionslos seid. Zweite Unterstellung, Let's Play hat das Video geschnitten. Drittens, ihr seid emotionslos, weil ihr einen Ausschnitt hochladet. Aber man muss das vernünftig lesen, was hier steht. Das ist ein Angriff, eine Unterstellung nach dem anderen. Und dann steht hier noch, und euch an dem Leid anderer erfreut. Wer hat denn das gesagt? Was ist denn das für eine Wortverdrehung? Was ist denn das für ein... Das ist komplett ungehebt. So, dann steht hier, Toni, denke bitte daran, für das Let's Play bist du ein Schoßhund. Er benutzt dich, um sich selbst nicht als Bösen darzustellen. Du bist eine Puppe für einen Puppenspieler. Merkst du das nicht? Und alles solche Sachen. Das heißt, Basti hat hier angefangen, so verhalten sich Psychopathen. Und so. Hat angefangen mit... Mir fehlen da wirklich die Worte, mit welcher Unverschämtheit hier mit Diagnosen um sich geschmissen. Versetzt euch mal in Toni und Let's Play. Das war vor sieben Monaten, steht das hier. Im Mai hat jemand angefangen, Psychopathen und Narzissmus um sich zu schmeißen und hat die beiden beleidigend beschimpft. Die beiden sind ruhig geblieben. Dann kam irgendwann Martin Hüller und sagt, was ladet ihr hier, wenn ihr Hilfe braucht, hofft Basti an, ihr macht euch lächerlich. Was soll denn das? Ihr seid Psychopathen. Dann ging das ganze Spielchen weiter. Die beiden sind Psychopathen. Die haben die ganzen... Das hat er so nicht gesagt. Das hat er so nicht gesagt. Aber das hat... Wir beide sind Psychopathen. Was? Er hat es transportiert. Ja, das ist transportiert. Aber er hat konkret gesagt, dass ich mich irgendwie aufführe wie ein Psychopath oder so. Das hat er in der Sendung gesagt. Was war denn das noch? Jeder gegen jeden ist die Wahl deswegen noch zu retten. Da hat er es, glaube ich, gesagt. Also ich will jetzt hier nicht, dass irgendwas hier gesagt wird, was dann so nicht ganz genau stimmt. Deswegen achte ich da ein bisschen drauf. Okay, danke. Ja, mach. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, dann hat er halt zuletzt Play gesagt, er ist ein Psychopath. Ich erinnere mich noch an Sendungen, wo Martin zum zweiten oder dritten Mal drin war und wieder gesagt hat, er ist ein Psychopath, er ist ein Psychopath. Irgendwann hat Hoffi ihn dann rausgeschmissen. Ich war, glaube ich, in der Sendung, ich habe die live gesehen und alle haben nur gesagt, jetzt hat er schon wieder jemanden rausgeworfen. Und diese ganzen Sachen, wenn ihr euch mal in Let's Play reinversetzt oder in Toni, die haben das sich ganz lange mit angeguckt und irgendwann kamen halt immer mehr, die gesagt haben, ihr seid doch Psychopathen, ihr schmeißt doch die Leute raus, ihr brüllt doch die Leute an. Und irgendwann reagiert man halt so, dass man einfach grundlos, nicht grundlos, sondern dass man kommentarlos zum Teil auch jemanden rausschmeißt, weil man es einfach nicht mehr ertragen kann. Und man muss einfach auf der Meta-Ebene, und wir gucken, welche Angriffe laufen hier eigentlich, welche Unterstellungen. Einfach so schreibt hier jemand, Let's Play ist Frank Goldmann, hat Basti ja auch mal behauptet, das sind Psychopathen, er manipuliert Toni, ist total emotionslos. Leute, wenn Hoffi emotionslos wäre, oder auch Toni von mir aus, die würden gar nicht brüllen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und wer das nicht sehen kann, dass zum Beispiel Hoffi und auch Toni zwischendurch extrem fertig gewesen sind, gerade Hoffi, dem ja unterstellt wird, der ist Psychopath. Jemand, der Psychopath ist, hat keine emotionalen Regungen so wirklich. Und wenn man nicht merkt, dass jemand richtig fertig ist gerade, und immer noch sagt der Psychopath, Leute, da fehlt bei euch Empathie, da kriegt ihr nicht mit, dass es hier gerade jemandem schlecht geht. Und man muss die Meta-Ebene sich angucken, was ist eigentlich gelaufen. Ich habe mir alle Sachen, die ich nicht verstanden habe von euch, bin ich ehrlich, die habe ich mir zwei, dreimal angeguckt. Immer wenn ihr Leute rausgeschmissen habt zum Beispiel, wenn ich das mal nicht verstanden habe und gedacht habe, was soll denn das jetzt? Im Nachhinein ist davor immer irgendwas gelaufen. Und deswegen ist der Horauswurf von Manuel in meiner Sendung auch ganz, ganz anders zu betrachten. Wenn man das als Einzelsendung sieht und die anderen Geschichten reinnimmt, wo wir halt die Leute auch schon rausgeschmissen haben, dann sieht die Geschichte wirklich nochmals in einem ganz, ganz anderen Licht aus. Finde ich jedenfalls. Ja, es ist halt die Ebene, auf die ich hinaus wollte, dass die Leute immer nur sehen, jetzt sind sie ausgerastet. Oder es ist schon wieder jemand raus. Oder jetzt brüllen sie schon wieder oder so. Das wird euch ja unterstellt. Ihr seid nur am Brüllen. Ich habe auch nicht immer eure Meinung gehabt. Ihr habt mich noch nie angeschrien. Ihr habt mich noch nie rausgeschmissen. Ich habe mich immer mit euch nicht unterhalten. Das lag daran, dass ich nicht unterschwellig irgendwelche Angriffe gefahren habe. Dass ich nicht gesagt habe, naja, bist du sicher, dass du was fühlst oder so. Das sind passiv-aggressive Angriffe. Das ist ganz unterschwellig, was hier läuft. Und die Reaktionen, die von euch kamen, viele, klar, es sind viele, viele, viele Sendungen. Aber die Reaktionen, das waren eben immer nur Reaktionen. Und bei jedem Beispiel, wenn es heißt, jetzt hat er gebrüllt, jetzt hat er immer rausgeschmissen, bei jedem einzelnen Beispiel gab es eine Vorgeschichte. Und ihr habt euch das lange mit angeguckt. Hier dieser Philosos Mortum zum Beispiel. Ja, erzähl. Nee, mach ruhig. Dieser Philosos Mortum zum Beispiel. Vielleicht gab es noch eine längere Vorgeschichte. Das, was ich mitgekriegt habe, ist, Let's Play war bei Ente drin. Philosos Mortum hat sowohl Toni als auch Let's Play aus dem Nichts bestimmt eine Stunde lang angebrüllt. Beleidigt, beschimpft, angebrüllt. Dann war der Stream zu Ende. Dann sind die zu Let's Play gegangen. Und Let's Play hat wieder gesagt, weißt du was, okay, ist gut, komm in meine Sendung. Und dann sprengt er das Ding und macht sich danach noch lustig und fängt an zu drohen. Und dann heißt es wieder, oh, was wollt ihr jetzt? Solidarität. Man muss das immer zurückverfolgen. Also hier wird ganz oft immer nur auf die Reaktion geguckt und sagt, siehst du, wieder bestätigt. Hat da wieder gebrüllt oder hat da wieder jemand rausgeschmissen. Und da läuft auf der Meta-Ebene was, was viele nicht verstehen. So glaube ich das. Warum es bei einigen nicht ankommt? Weil es umenterpretiert wird. Oder wie seht ihr das? Ja, das denke ich auch. Was ja auch ganz wichtig ist. Wenn man sich das mal reinzieht. Also es ist wirklich selten vorgekommen oder mir fällt jetzt auch kein konkretes Beispiel ein, wo man jetzt einfach so jemanden rausgeschmissen hätte. Vielleicht jetzt, wenn irgendwie der Hangout-Link bekannt war und da sind Leute reinkommen, die Sendung zu sprengen, dann hat man die vielleicht einfach mal so rausgeschmissen. Ich habe auch Taber mal rausgeschmissen, weil er wollte eine Sendung von mir rein und ich habe gesagt, nö, ich will dich heute nicht haben. Dann hat ihm jemand einen Hangout-Link gegeben. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen, weil er hat sich da wieder richtig aufgehört in meiner Sendung. Und dann habe ich ihn noch nicht mehr reingenommen. Selber Schuld. Wenn ich sage, ich will dich hier nicht haben, dann ist das so. Wenn ich sage, ich will dich nicht in meinem Haus haben und ich habe zufällig irgendwie, ich hätte jetzt die Garage auf oder was, und er geht da trotzdem rein, dann werte ich das als Einbruch. Er geht auch entsprechend drauf. Also muss man sich nicht wundern drauf. Aber jedenfalls, ja, also wenn man sich das wirklich mal reinzieht, wir haben es ja extra noch meistens ganz, ganz lange laufen lassen, quasi so als Fallbeispiel, damit doch wirklich die Blinden und die Tauben es sogar verstehen müssten. Im Grunde genommen, ja, also das ist einfach, wie gesagt, passiv-aggressives Verhalten, Unterstellungen, Lügen, dann wirst du irgendwie, dann kommt jemand mit Unterstellungen, dann fragst du, wie meinst du das überhaupt, es wird gar nicht drauf eingegangen oder sowas. Und man hat es wirklich immer noch lange laufen lassen und dann irgendwann, ich meine, so ein Gespräch kommt dir nur dann zustande, wenn auch wirklich beide wirklich über ein Thema sprechen wollen. Und wenn du da jetzt jemanden drin hast, der geht gar nicht ein auf dich, was du sagst, als Gesprächspartner oder so, oder dreht dir das Wort im Mund rum oder kommt mit Unterstellungen und das ist ja dann kein, da kommt ja kein Dialog zustande. Und dann merkt man irgendwann, es gibt ja keine Gesprächsgrundlage mehr. Und dann schmeißt man den halt raus. Es wäre auch unser gutes Recht, auch Leute einfach so rauszuschmeißen, wenn die nichts gemacht hätten. Weil das ist halt unsere Sendung. Nur, wie gesagt, wir haben es sehr, sehr lange laufen lassen, finde ich. Und da war schon die eingeladenen Frechheit dabei, die wir auch noch weggesteckt haben. Also, finde ich zumindest mal. Man kann sich das wirklich angucken. Ja, also ich habe mir ja die Beispiele angeguckt, wo du mal laut geworden bist, zum Beispiel, Let's Play. Wer fällt mir denn da ein? Zum Beispiel dieser Robert Niemeyer, ich weiß nicht mehr, dieser flache Erde Robert, der ist mal in eine Sendung gekommen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, und hat dann gesagt, ja, hier, inakzeptabel Nadine, die ist nur um lästern und so. Und du hast ihn da konkreten Beispielen gefragt. Wie sieht es aus? Sag mal was Konkretes. Ja, kann ich nicht. Und du hast immer wieder gesagt, wenn du hier schon jemanden anschuldigst oder angreifst, sag was Konkretes, sag was. Nein, habe ich nicht, kann ich nicht. Deswegen bin ich aber nicht ausgeflippt. Das war nicht der Grund. Das war schon so, dass mir das nicht gefallen hatte, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch skeptisch Nadine gegenüber, also inakzeptabel. Und aber ich will wirklich, wenn niemand mit sowas kommt, ich will wirklich, dass da was Konkretes kommt. Und für mich war das einfach nur Schaum. Da war überhaupt nichts. Jedenfalls mag ja sein, dass da etwas gelaufen ist mit Nadine oder so. Ich streite es nicht ab, aber wir konnten es in dem Fall nicht konkretisieren. Und ich bin wegen was ganz anderem ausgerastet. Nämlich, wir haben mal ein Gespräch geführt und da ging es halt darum, was war das überhaupt noch gewesen? Man müsste sich die Sendung nochmal angucken. Das war die Sendung, auch in der, wo ich den Hüller ausgeschmissen habe. Das war hier dieses Jeder gegen jeden ist die Wahrheitsbringung noch zu retten. In der Sendung war das. Und es war halt einfach, weil es ging da um, genau, es ging da um, Oliver Zumanns Behauptungen in dem Video über Oliver Janich, die nicht gestimmt haben. Obwohl ich dann gesagt habe, das geht so nicht. Und Robert fand das aber okay. Wenn er jemanden nicht leiden kann, ist es okay, Lügen über den zu erzählen. Und das fand ich schon, das war für mich schon ein starkes Stück. Dass er das einfach okay fand und so. Und da war noch irgendeine andere Geschichte. Da war irgendwas mit Herrschaft. Und das müsste man sich nochmal angucken. Jedenfalls, und dann habe ich zu dem gesagt, hier so und so, dann kommst du einmal so und was soll denn das? Und dann hat er dann abgestritten, dass er das gesagt hat. Und er hat dann quasi mich als Lücknerin gestellt. Und ich weiß noch zu 100 Prozent, dass er das so gesagt hat, zumindest sinngemäß. Und ich hatte mich damals auch ziemlich aufgeregt in dem Gespräch. Und weil er mich dann quasi als Lücknerin gestellt hat, habe ich ihn dann rausgeschmissen. Weil das ist dann auch eine Frechheit. Sehe ich jedenfalls so. Und Martin Hüller ist übrigens ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, zieht euch das mal ein. Martin Hüller bezeichnet mich in meiner eigenen Sendung quasi als Psychopath. Ich habe ihn irgendwann rausgeworfen. Und das war auch die Sendung, wo er auch gesagt hat, das ist ja okay, private Sachen zu veröffentlichen von Ian Hiob, wo ich massiv widersprochen hatte. Jetzt hat er mich als Psychopath bezeichnet und sowas. Und auch vielleicht schon woanders diffamiert zuletzt dann. Und dann habe ich ihn trotzdem nochmal in meine Sendung reingeholt. Und das war ja die Sendung, wo noch Anna mit dabei war. Hier dieses, es gibt Ausschnitte, der Toni hat das nochmal hier. Und das ist übrigens auch in der Sendung drin. Kollateralschäden hieß die. Das kann man sich dann gucken. Wo der Alter drin ist. Ich habe ihn dann trotzdem nochmal reingelassen in meine Sendung. Und gut, der Hangout Link war da gerade irgendwie öffentlich. Aber ich hätte ihn ja auch rausschmeißen können. Habe ich aber nicht gemacht. Sondern ich habe gesagt, komm, jetzt ist er halt hier drin und so. Komm, wir reden mit dir, Martin. Da wurde ich schon wieder als Psychopath bezeichnet. Da kamen andere Unterstellungen. Dann habe ich ihm konkrete Fragen gestellt. Dem ist er halt ständig ausgewichen. Und ich habe es dann einfach mal laufen lassen. Und das wäre auch schon wieder ein Grund gewesen, ihn rauszuwerfen. Und der Witz ist, an dem Abend hatte ich das Gefühl, es ging ihm nicht so gut. Und ich hatte sogar noch Mitleid mit ihm. Ich hatte Mitleid mit Martin Hüller. Und wir haben später noch darüber gesprochen, was war denn da los? Ich hatte das Gefühl, es ging ihm nicht so gut. Ich und Toni haben noch darüber gesprochen im Nachhinein, auch mit Waternixer. Und dann wurde das Video dann gemeldet und so. Und wegen irgendwelchen Begründungen wurde später auch genannt. Ja, der benutzt ja auch, das hat jetzt nicht, glaube ich, Martin Hüller gesagt, aber andere Leute, der benutzt ja auch hier irgendwie den Klarnamen von Martin Hüller. Ja, Martin Hüller tritt überall als Martin Hüller auf. Ja, auch in Sendungen. Also es gibt da Sendungen, da steht dann auch mit Martin Hüller und so was. Das ist kein Geheimnis. Und die gab es auch früher schon. Das ist, wer in der Öffentlichkeit so auftritt, den benenne ich auch so. Manuel Mainz zum Beispiel tritt immer nur als Manuel Mainz auf. Den nenne ich dann halt nicht Manuel Punkt, 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 sondern Manuel Mainz. Ist doch völlig klar. Und wenn jemand sowieso ständig mit dem Klarnamen auftritt und so bekannt ist, ist er doch nicht problematisch, den zu nennen. Und schon gar nicht. Warte, 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 Martin hat ja auch auf seinem Gedanken zur Zeit hat er ja auch mehrere Sendungen angesetzt, sogar schon vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, wo er selbst in den Titel geschrieben hat mit Martin Hüller. Er nennt sich immer Martin Hüller. Ja. Also, wie gesagt, ich will das halt nur sagen und das, wie gesagt, ich habe Martin oder sowas, wie gesagt, trotz Psychopath und das alles Mögliche und der ganze Kram und wir haben den trotzdem noch in unsere Sendung reingeholt und sowas. Es ist so, dass, wie du vorhin genannt hast, ja, ich finde, der Philosos Mortum, der ist ein sehr gutes Beispiel, war bei mir auf dem Discord-Server, hat da rumgepöbelt irgendwie oder irgendeinen Scheiß geschrieben. Dann war er da weg, dann war ich noch bei der Ente drin, dann war da jemand, der hieß Depressive Art. Ich wusste nicht, dass das Philosos Mortum war, weil ich kannte ihn nur unter dem Pseudonym, hatte ja nie gesprochen mit dem und dann meinte er so, ja, hat rumgepöbelt und so, aber dann war er aber irgendwie wieder normal und dann habe ich halt dann so gesagt, komm, ich muss ja nicht so nachdenken, komm jetzt hier. Und so, das war die erste Chance, die ich ihm gegeben habe. So, dann, wir sind in der Sendung drin, ich und Toni bei der Ente, vielleicht kommt er in die Sendung rein und fängt an, uns anzupöbeln. Ja, und wir waren die Bösen, weil wir uns dann verteidigt haben und wir sind die meiste Zeit noch ziemlich cool geblieben, vor allem Toni. Und so, dann habe ich aber trotzdem, weil die Sendung von Ente ging, glaube ich, acht Stunden und dann habe ich auch gesagt, hier, komm, ich wollte es noch weiter diskutieren und außerdem ging es da gerade voll ab und so und ich wollte es auch noch in meine Sendung transportieren, ich gebe es ganz offen zu. Aber ich wollte es auch tatsächlich noch weiter besprechen und so, ja, und dann habe ich denen gesagt, alle, die in der Sendung drin waren, die können ja noch mitkommen, auch der Philosophsmortum, obwohl er uns voll blöd angemacht hatte und uns irgendwelche Scheiße unterstellt hatte und als wir dann Gegenfragen gestellt haben, Moment, du bezeichnest uns so und so, was ist denn das überhaupt? Erzähl mal, könnt ihr nicht darauf antworten, immer nur weiter provoziert und ich habe ihn dann wirklich trotzdem noch in meine Sendung reingenommen, die dann später gesprengt wurde, ja, und er sagt ja, er wäre es gewesen, er wäre dafür verantwortlich oder was auch immer, und da merkt man das, wie lange ich mir wirklich was angucke und wie viele Chancen ich Leuten gebe, ja, bevor ich dann irgendwann mal sage, ich habe keinen Bock mehr, ne, also das kann wirklich, wirklich vorkommen, dass das eine lange Zeit dauert, dann wird sich über mich lustig gemacht, ich bin ja dumm, dass du ihm reinlässt, also für mich war es nicht abzusehen, dass er die Sendung sprengt, ne, es war für mich abzusehen, wenn er vielleicht wieder Stunken macht oder so, aber nicht, dass er die Sendung sprengt, ne, vor allem auch, weil ich ja zu Ende gesagt hatte, Ende kannst du den Leuten den Link geben, die vorhin mit uns in der Sendung drin waren, bei dir, unter der Prämisse, eben, dass das Leute sind, die nicht den Hangout-Link weitergeben, und da habe ich auch Ende vertraut, gut, war ein Fehler, aber sowas kommt eben vor, ne, und, äh, äh, das ist ein sehr gutes Beispiel, ne, und, äh, es gibt auch Beispiel für Basti, den habe ich auch mal aus der Sendung rausgeschmissen und, hat er auch ständig irgendwas verdreht und das war, glaube ich, die Sendung, wie alles begann, hieß die, glaube ich, wie für euch, und da habe ich mir auch das ewig angeguckt und das alles und dann habe ich sogar irgendwann gesagt, jetzt lass es und so und dann hat er mal weitergemacht, dann habe ich ihn rausgeschmissen, also, das ist nicht einfach von, von jetzt auf gleich so etwas, ne, das dauert meistens und irgendwann hat man dann eben keine Lust mehr, das ist, das ist ganz einfach so und dann nehme ich mir halt eben auch das Recht daraus, auch wirklich, in dem Fall eben ein Störelement, eben aus meiner Sendung zu entfernen, ne, oder vielleicht in Zukunft nicht mal zu wollen, ne, und für die, die sich wundern, warum holt ihr bestimmte Leute, wenn ich mir rein und so, das war jetzt so einseitig, es gibt einfach bestimmte Leute, da ist einfach völlig klar, dass sie an einem vernünftigen Gespräch nicht interessiert sind, ne, dass da einfach nur, es kommen wieder Unterstellungen, das und das und das haben die oft genug bewiesen, ne, oder dass dann ausgewichen wird und so und das ist dann kein richtiger Dialog, das, das bringt dann nichts und dann kann man auch schon von vornherein sagen, nö, wer das nicht auf den Beweis gestellt hat, hat man keinen Bock mehr drauf, du wolltest irgendwas sagen? Ich? Oder Toni? Ich dachte, ich dachte, jemand wollte was sagen. Ich weiß nicht. Ja, jetzt sind wir noch wieder hier in der Rechtfertigung ausgerichtet, ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, vorne ist ja auch nicht zu rechtfertigen, ne? Ja, es ging ja auch hauptsächlich, zumindest mir darum, mal aufzuzeigen, wie eigentlich so eine Kettenreaktion funktioniert und es gibt ganz viele Beispiele, wo es einfach eine Kettenreaktion ist oder eine Reaktion von euch und die Aktion wird gar nicht gesehen. Also das ist mir bei vielen Sachen zugegebenermaßen manchmal auch erst im Nachhinein aufgefallen, wo ich gedacht habe, mein Gott, müsst ihr denn da jetzt so ausrasten oder so, ne? Aber wenn ich mich dann in euch reinversetze und mir einmal angucke, was vorher passiert ist, muss ich einfach sagen, also wenn mich jemand fünf Monate lang oder Monate lang als Psychopathin beschimpfen würde oder als Narzisstin oder so und ich gucke mir das eine ganze Weile an und dann wird die Community immer größer, die mich so betitelt und beschimpft. Und die blenden komplett aus, dass ich emotional bin oder dass das überhaupt nicht übereinpasst, weil das einfach schon so lange uminterpretiert ist und in so vielen Köpfen schon drin ist. Irgendwann würde ich denjenigen auch rausschmeißen oder mich wehren. Und jetzt ist es ja auch so, dass, was soll ich jetzt überhaupt sagen? Das ist mir gerade ein Fall, mache ich weiter. Ja, also ich kann nur sagen, und das ist jetzt nur eine der Ebenen, die mir aufgefallen ist, dass eure Aktionen einfach nicht verstanden werden und dass schon so viele geframed sind. Also das Nächste, was mir dann aufgefallen ist, du hast es ja vorhin schon gesehen hier, die Sendung hatte noch nicht mal angefangen. Da hatte die schon minus 40 Daumen nach unten oder so. Da ist mittlerweile, und das kriegen auch viele nicht mit, eine riesengroße Community aufgebaut worden, um euch grundsätzlich erstmal runterzudrücken oder fertig zu machen. Und ich stelle mir dann jetzt die Frage, warum muss man das machen? Wenn jemand eine kleine Nummer ist oder ein Spinner, also da ist eine riesen Community, die eigentlich nichts anderes zu tun hat, als sobald du irgendwie ein Video machst, den Daumen nach unten zu drücken, einen Chat zu sprengen. Und die geben da echt viel Energie rein, wirklich wie Besessene. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber man muss sich auch mal die Frage stellen, mit welchen Leuten muss man das machen? Muss man das wirklich mit Leuten machen, die Spinner sind oder die irgendwie komische Leute sind? Nee. Wenn jemand ein Spinner ist, gehe ich da nicht mehr hin, ignoriere den und dann ist Ruhe. Aber wenn ich so viel Energie aufwende, um auf Leute loszugehen, haben die vielleicht vernünftig was zu sagen. Die stehen vielleicht für wirklich gute Sachen. Und man darf einfach nicht verwechseln, nur weil jemand lieb redet oder ruhig redet, dass das was Besseres ist, als wenn jemand mal auf den Tisch schaut und ausrastet. Das habe ich jetzt von euch gelernt. Also nicht, dass ich jetzt ständig auf den Tisch haue, aber ich habe gelernt zu unterscheiden, nur weil jemand lächelt, wenn er redet, heißt das nicht, dass es ein netter Typ ist. Genau, das kann auch manchmal unmenschlich sein. Dass zum Beispiel, wenn eine Ungerechtigkeit passiert, jemand massiv angegriffen wird oder entmenschlich wird und dann zum Beispiel dabei zu sitzen, vielleicht nett zu reden oder einfach die Klappe zu halten oder ein Lied zu singen. Das ist einfach, gerade das ist dann unmenschlich und wird uns vorgeworfen, dass wir vielleicht mal aus der Haut gefahren sind bei richtig krassen Ungerechtigkeiten. Nur die Frage ist, ist das nicht eigentlich normales menschliches Verhalten und ist nicht das andere vielleicht unmenschlich, diese Ungerechtigkeit zu sehen, die Klappe zu halten und das als in Ordnung zu empfinden. Wenn wir draußen auf der Straße gehen, wir sehen jetzt, da wird vielleicht jemand zusammengeschlagen oder eine Frau, der wird irgendwas angetan oder so. Dann ist eine normale menschliche Reaktion, vielleicht aus der Haut zu fahren und dazwischen zu gehen und eben nicht zu lächeln und nicht zu reden. Da kann man ja auch sagen, hat er irgendwas gemacht und so und bla bla oder so. Aber das ist doch völlig klar. Ich meine, irgendwelche Leute bezeichnen sich als Truther oder sowas und decken dann auch irgendwie vermeintlich irgendwas auf. und ich finde, da wird dann auch nicht davon geredet, ach, der hat doch jemand angegriffen oder so. Oder ich meine, ich finde, das ist völlig normal. Ich finde, wenn jemand in der Öffentlichkeit sich hinstellt und sich Lügen erzählt oder irgendwie das Info verbreitet oder sich als etwas darstellt, was er nicht ist, er stellt sich als besonders nett dar oder so oder der Menschenfreund und in Wirklichkeit ist es das genaue Gegenteil. Und ich finde schon, dass man so etwas dann auch aufzeigen kann. Denn wenn man es nicht macht, dann sind die nächsten Opfer schon vorprogrammiert. Also so sehe ich das halt. Und wir sagen auch oft genug, ich zumindest mal, sage oft genug bei bestimmten Leuten, okay, das sind halt Vermutungen und so, ich weiß nicht, zu 100 Prozent, aber der Eindruck könnte eben entstehen, dass das und das und das ist, dass diese Aktion jetzt vielleicht eine Steilvorlage ist für den und den und so. Und das finde ich dann schon wichtig, darauf hinzuweisen. Das wäre genauso wie, jemand zündet Häuser an und ein anderer findet raus, wer das ist. Dann kann das ruhig bekannt gemacht werden, wer hier die Häuser anzündet. Das ist kein Denunziantentum, auf so jemanden hinzuweisen. Sondern ganz im Gegenteil, irgendwelche rechtschaffenden Leute zu denunzieren oder zu melden oder anzuschwärzen oder sowas, das ist Denunziantentum. Zumindest mal das, was man darunter versteht, im normalen Sprachgebrauch. Das ist wirklich ganz wichtig. Wie gesagt, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, auf Betrug hinzuweisen oder sonst irgendwas oder Lügen oder was auch immer. Und der Witz ist ja auch, dass wir das ja auch nachweisen können. Das ist ja der absolute Witz, weil es ja die entsprechenden Videos dazu gibt. Ich finde zum Beispiel, wenn ein Martin Hüller sich hinstellt in der Sendung und behauptet, und Max hätte gesagt, die meisten wissen wahrscheinlich, wer der Max ist, Down, Kanal, Potter, Germanica und so ein Zeug da, aber sich da hinstellt und behauptet, er hätte gesagt, er will ihm in den Kopf schießen, hätte mit dem Tode bedroht. Und das nachweislich aber gar nicht stimmt. Dann finde ich, ist das schon angebracht, das zu kritisieren. Und dann ist das einfach so, dass Martin Hüller einen Angriff gestartet hat auf Max und ich habe Max verteidigt. So sehe ich das. Und beziehungsweise, es geht auch nicht nur um Max, die Namen sind austauschbar. Aber es geht ja einfach darum, ich sehe, dass jemand Bullshit erzählt und ich spreche es an. Und das könnte er bei uns übrigens genauso machen. Wenn er mitkriegt, dass wir Lügen erzählen oder sonst irgendwas, die nicht stimmen, das könnt ihr auch gerne ansprechen. Aber vergewissert euch bitte vorher mal, ob es nicht doch vielleicht die Wahrheit war. Sag ruhig. Let's play, ich leide so ein bisschen, wenn ich dir zuhöre. Also abgesehen davon, dass wir das jetzt schon so oft schon so gehört haben und du ja nichts Falsches sagst und das ja auch richtig ist, aber ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Leute reinzuversetzen, die das jetzt halt schon dreimal gehört haben und irgendwann haben die einfach keinen Bock mehr. Also ich versuche in so einer Situation einfach mal, andere Blickwinkel aufzutun, ja, und andere Zusammenhänge aufzuzeigen, als immer wieder das zu wiederholen, was eigentlich für viele Leute da draußen offenkundig sein sollte. Ja, aber das Problem ist, die Menschen wollen es nicht verstehen. Ja, das, ja, man muss bei dieser Geschichte wirklich tiefer gehen. Und ich habe die ganze Zeit einen Gedanken im Kopf und ich habe deinen Sätzen gerade zugehört und jedes Mal, wenn du am Ende von einem Satz gekommen bist, hast du Luft geholt und hast den Nächsten schon wieder angefangen. Du bist da richtig, du bist da voll drin, ja, in dieser Ungerechtigkeit und so und du hast auch vollkommen recht und ich würde dich da auch nicht rausholen, ja. Ich will nur sagen, das, weißt du, es kommt irgendwann bei den Leuten nicht mehr an. Ja, das ist echt problematisch, weil dann kann man sich die Sendungen schenken, im Großen und Ganzen. Ja, du hast das recht. Aber in den eigentlichen Gedanken, mal zurückzukommen, ja, so, Libia hat ja wunderbar mit anderen Worten die Situation beschrieben, ja, wie sie sich auch für sie jetzt so ein bisschen erschlossen hat und ich denke, das ist genau das Richtige, genau darauf aufzubauen, ja, und nicht in diesen Modus reinzufallen, genau die ganzen Einzelzusammenhänge, die es da jetzt gab, immer zu wiederholen und eins ist mir total aufgefallen oder eins hat mich, 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 oder mir Lidias Aussagen nochmal so vor Augen geführt, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hätte und das ist, ja, ich nenne jetzt bewusst auch den Namen, Jakob, ja, den ich gebeten habe, aus meiner Sendung rauszugehen, also ich habe ihn da nicht rausgeschmissen, aber es war schlicht und einfach unerträglich, dieses künstliche Relativieren ständig die ganze Zeit ertragen zu müssen, ja, und die eigentliche Oberverhöhnung war, dass er sein Liedchen am selben Abend, zwei Stunden später, in der Sendung von Martin Hüller abgelassen hat, ja, und sie da gehörig versucht haben, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie sich über uns lustig machen, ja, so, und in so einer Sendung schlägt der Kott auf und fängt an, nach wenigen Minuten an zu singen, ja, das ist Verhöhnung, ja, also nicht nur Verhöhnung von mir und Let's Play, ja, sondern das ist auch die Verhöhnung eines jeden intelligenten Menschen, der das erkennt, ja, und das ist wirklich, das ist wirklich so richtig ekehaft, so richtig, ja, also wer, wer das nicht spürt, diese, 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 diese Unverfrorenheit und diesen Ekel und in dieser Niedertracht, ja, der ist, der ist für mich nicht empathisch, ja, der hat irgendwie ein Problem, ja. Das Problem dabei ist auch, dass ganz viele Sympathiefilter laufen. Das, das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Klugschieterin, du hast dein Mikro offen, möchtest du was sagen? Ja, ich habe schon so viel gesehen. Du bist zuerst zu Ende. Der Sympathiefilter, der hat mich auch lange das Verständnis gekostet, wollte ich nur sagen, also, bei vielen Leuten, aber, es sind halt grundsätzliche Sachen, die ihr anspricht, wie kannst du schweigen, wenn jemand sagt, du hast keine Rechte. Das ist eine grundsätzliche Sache und da muss man die Sympathie rausnehmen und einfach nur das sehen, was ist. Ja, Klugschieterin, mach du erst mal. Ja, hoffe ich erst mal, dass ich meinen Jungspund hier im Griff verhalte. Ja, ich wollte auch noch mal kurz auf Hüller beziehungsweise Kurt noch mal eingehen. Ihr habt das ja wunderbar alles auf den Punkt gebracht. Bei mir kam dann zu dem einfach so im Hinterkopf hoch, verdammt, wo kommen denn diese ganzen Truppen her, die dann halt hier als Trolle rumtouren oder stören in jedem Belang. Und ich habe die Leute auch teilweise angeschrieben, also den Müller jetzt, als es dann wirklich um Bedrohungen ging, ja, also Bedrohung, Leib und Leben in Anführungsstrichen nicht nur Diffamierung und Falschdarstellung von Leuten. Da kam dann halt wieder so eine Reaktion, was ich erwarten würde. Da habe ich einfach nur ihm zurückschreiben können, das hätte ich, also ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich hätte nur erwartet, dass er grundsätzlich mal Stellung anonym dazu bezieht, ja. Das tut er aber auch nicht. Und wenn ich mir dann von Manuel meint, die Videos angucke, die er dann da macht, die schießen weiter, auch wenn sie raus sind aus H.O.s oder so, die schießen einfach weiter. Und das sind wirklich, so wie ich das verstehe, wirklich inzwischen Gruppen, die im Grunde genommen von vornherein sich bestimmte Sachen zum Ziel gesetzt haben. Ob es da um Geschäftsmodelle geht oder was, ich kann das nicht sagen, das wäre alles Spekulation. Aber ich gewinne einfach diesen Eindruck. Ja, oder diese Ignoranz. hier, da waren wir bei GLR-Werteperspektive hier. Ja, und einfach mal auf den offenen Brief hinzuweisen. Eiserne Schweigen. Ja, da ist nichts, da war überhaupt kein Feedback. Und das sind nun keine Leute, die irgendwie sich sonst normal in den Hangouts, was man da sozusagen als Szene bezeichnen könnte, rumgetrieben haben. Überhaupt nicht. da kam nichts, eiserne Schweigen. Und das, das finde ich eigentlich irgendwo das, wo man nochmal wirklich nachgucken müsste, was steckt da wirklich dahinter? Also auf der einen Seite sind es sicherlich wirklich Leute, die eine Meinung nicht zu Wort kommen lassen wollen, ja, weil sonst nämlich ihr, ihr eigenes Ding zerplatzt, wie eine Seifenblase, ihre eigene Argumentation. Das kann man ja noch halbwegs nachvollziehen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da teilweise wirklich auch Geschäftsmodelle dahinterstehen. Ja, muss mal kurz meinen Hund hier, das war es eigentlich, was mir da so dazu eingefallen ist und was mich auch so ein bisschen noch umtreibt über diese fürchterlichen Geschichten, die hier laufen, weil das ist ja nicht abgeschlossen, es läuft ja weiter. Was steckt dahinter? Vor allen Dingen, wer steckt dahinter? Ja, das ist ja richtig gut koordiniert, das ist für mich ist es auch kein Zufall. Ja, ich mache mal wieder zu. Ludwig, lass das jetzt. Ja, danke, Glückschilderin, dass du mal in den Hangout gekommen bist, dass man mal gelegen hat, hat sich direkt mal zu bedanken. Also, du hast da wirklich entscheidend dazu beigetragen, dass ich hier nicht meine Flinte ins Korn geworfen habe. Also, wenn da nicht wirklich ein, zwei Leute da sind, die das verstehen und da einen bestätigen, dass man nicht verrückt ist, ja, weil die Majorität, die das ganze halt anders sieht, die ist halt ziemlich erdrückend, ja. Ja, und das ist genau der Punkt, also, was ist das für eine Majorität? Das sind nicht nur Leute, die geframed sind und die es einfach nicht checken können, ja, weil sie so aus dem Real Life kommen und mit denselben Geschichten im Kopf auch ihr normales Leben bestreiten. Das sind nicht nur solche Leute. Die werden vielleicht benutzt, aber wer steckt denn bitte dahinter, dass wirklich Leute einfach platt gemacht werden sollen, ja, sogar mit dem Risiko von Angst um Leib und Leben. Wer steckt da wirklich dahinter? Ja, das, ich meine, das dürfen, das scheint mir irgendwie auch ein bisschen zu sehr schnell verdrängt zu werden. weil es ist letztendlich egal, ob man, ob man halt einfach nur dumme, dumme Kommentare irgendwo liest oder so, ja, wo man dann wirklich angegangen wird und wo man sagt, okay, der wird gelöscht oder was auch immer, aber das sind ja gezielt dann Attacken, wenn man merkt, dass man sich solidarisiert oder dass man halt irgendwie einen Standpunkt bezieht, ja, dann wird das ganze Umfeld mit platt gemacht. Diese, diese Strategie, die finde ich, die darf man nicht dabei aus dem Auge verlieren. Ja, also ich habe jetzt durch Zufall mehrere Kanäle entdeckt, die einfach ein Video von mir aus dem Zusammenhang reißen und da irgendwelche Aussagen da breitreten, ja, ich bin das ja gewöhnt durch die flache Erde, aber es hat wirklich eine andere Qualität angenommen, ja, also, wie die hier kübelweise den Dreck über uns auskippen, und vor allem dieses Kübel mit dem Dreck und der Scheiße, ja, also mit Jabber und Knacki, ja, ist man da ja schon durchgegangen, aber wirklich, der Kracher sind halt die, die schweigen, ja, oder die wirklich sich da in Ignoranz holen, das ist wirklich, ja, das ist echt, das ist echt der Hammer, ja, und ich bin trotzdem froh, dass ich das so weiß, dass ich weiß, woran ich bin, ja, echt, ich möchte das nicht missen, nicht missen. Ich denke, das ist ein super, ja, also, eigentlich traurig, dass man sagen muss, aber es ist wirklich eine super leere und sehr kompakt, auch für das echte Leben, ja, weil man kann ja diese Sachen wirklich eins zu eins zum Teil auch übertragen, gut, also ich meine, im echten Leben ist mir noch nicht irgendwie gedroht worden in dem Sinne, aber man sieht halt, wie viele Leute schweigen und wenn man sie darauf anspricht, es kommen nur Ausflüchte. Ja? Ja. Seid ihr da? Ja. Okay. Ja, auch Grüße nochmal an Bratfeld, ne, der war vorhin auch im Chat, auch dein Video ist wirklich absoluter Wahnsinn, so und der Rest ist mir eigentlich völlig egal, ja, ist mir völlig egal. Ja, jemand schreibt hier Jesus Butter Bread, ja, was wolltest du noch sagen? Naja, schon okay. Jesus Butter Bread schreibt, er holt halt später ein paar Leute aus dieser Majorität in den Stream und jeder soll alles aus seiner Sicht beschreiben, man erkennt ja schnell, ob gelogen wird oder ob es ernst gemeint ist. Ja, und das war auch früher mal das Konzept meiner Sendung, ne, einfach Leute reinzuholen und so, früher wurde sogar der Hangout-Link öffentlich hier gepostet, ganz, ganz früher, noch bevor Sendungen gesprengt wurden und ja, leider ist es aus Sicherheitsgründen mittlerweile kaum noch möglich, irgendjemanden hier reinzuholen, den man nicht kennt, schnell wird hier wieder eine Sendung gesprengt und dann heißt es wieder hinterher, Mann, bist du so dumm, warum hast du ihn eingeholt? Und inzwischen muss ich halt einfach davon ausgehen, ja, das ist, könnt ihr euch wirklich bei den Leuten bedanken, die hier Sendungen sprengen und die uns hier am laufenden Band verhören deswegen, ne, also, angucken, bevor ich die noch hier reinnehme, ja, also, und wenn ich auch nur das Gefühl habe, dass jemand die Sendung sprengen will oder so, behalte ich mir auch das Recht, den auch einfach so auszuschmeißen. Dieser Möhlvie war schon mal hier drin, da hat sich auch das Gefühl, der will die Sendung sprengen und ich glaube, ich habe da richtig gelegen und ich habe ihn dann noch gerade so hier rausgeworfen, also, das ist, ne, Leute, also, die könnte ich gerne unsere alten Sendungen angucken, da haben wir wirklich so gut wie jeden reingeholt, ne, aber, wenn ihr dann Probleme habt, hier reinzukommen, könnt ihr euch halt bei denen bedanken, ne, wir werden euch vorher genauestens unter die Lupe nehmen, das geht nicht mehr anders, alles andere wäre grob fahrlässig. Ja, was mir gerade noch einfiel, äh, warst du fertig? Ja. Was mir gerade noch einfiel, ist dieses Uminterpretieren, ähm, zum Beispiel habe ich das bei Manuel gesehen, der macht das sehr gut, also, wenn er das so sieht, okay, wenn das Absicht ist, dass das gut macht, wenn er dann sagt, ja, was heißt jetzt hier, wo bleibt der Aufschreiben, die, wenn man andere Leute braucht, um sein Ziel zu erreichen, äh, Livia, das funktioniert so nicht, äh, kannst du vergessen, du bist die ganze Zeit abgehakt, geh mal hin und starte mal deine Ota neu oder so, aber gerade, wenn es um so wichtige Sachverhalte geht, bringt es mir nichts, wenn es abgehakt ist, ähm, wir können ja dann gleich da anknüpfen, wo sie aufgehakt hat. Ja, genau, äh, aber klugschied, da rinnen, vielleicht kannst du gerade den, äh, aber der ist wieder, gut, okay, Livia, probier's mal, mach mal weiter. Besser? Besser? Jetzt höre ich mich doppelt. Okay, ähm, wie viel habt ihr denn jetzt mitbekommen? Muss ich nochmal von vorne anfangen? Ja, mach fünfmal von vorne anfangen am besten. Okay, äh, dieses Umwerbprozieren, das hat mir bei Manu jetzt zum Beispiel auch gefallen. Also entweder. Schon wieder abgehabt, kannst du mal ein Roter neu starten oder so? Ich versuch mal. Ja, start mal neu. Äh, in der Zwischenzeit, ähm, würde mich mal interessieren, Klugschiedlerin, äh, das ist ja sicherlich auch das aktuelle Video da gesehen, von Manuel und so, ne, hier mit, äh, geschlossener Brief, ich hab's mir nicht angeguckt, äh, äh, weil ich ihn einfach nicht mehr ertragen kann. Ähm, hast du's gesehen, Klugschiedlerin? Ja, ich hab's mir so ein bisschen gegeben, aber es, äh, also, ja, mir wird da eigentlich auch nur noch schlecht. Also ich kann's auch nur noch schwer ertragen. Also vor allen Dingen hat sich ja wirklich auch bemüht, da mit dieser Stofftierkatze auf dem Sofa und diese ganzen Geschichten. Es war einfach nur noch eklig. Ich fand's interessant. Ich hab, wie bitte? Also ich fand's sehr interessant. Ja, interessant ist es schon. Aber ich hab ihn eigentlich, also ich hab das Ding schon eigentlich abgehakt, nachdem er seinen Rap da rausgehauen hat. Ja, mit dieser, äh, weiß ich nicht, meine Meinung oder irgendwie sowas hieß das Ding. Da hatte ich ihn eigentlich schon, also da war's dann für mich, abgeschlossen. Da hab ich irgendwo auch gedacht, nee, also, schade eigentlich, aber ich für mich privat, also nachdem ihr euch da im Hangout, äh, voneinander quasi verabschiedet habt, da hab ich gedacht, naja, komm, also gibt dem Ganzen noch mal eine Chance, vielleicht beruhigt sich das irgendwie wieder, vielleicht kommt da zu sich, eben einen Zugang zu dem, was er da macht. und, ja, da war's dann irgendwie bei mir, nach diesem, äh, nach dieser Gesangseinlage, war's dann für mich irgendwie auch echt abgegessen. Und als er diesen offenen, nee, geschlossenen Brief da gemacht hat, das hat dem Ganzen noch einen oben drauf gesetzt. Also das war einfach nur noch eklig. Ja, und ich, ich schalte dann auch nur noch ab, also ich lasse es dann auch gar nicht mehr so an mich ran. Auf mich wirken da vielleicht auch viel eher noch die optischen Sachen, als das, was er da sagt. Also, weil da höre ich dann schon gar nicht mehr hin. Was, was so interessant ist, dass Manuel meint, äh, Manuel meint, riskiert ja wirklich seine, seine Reputation dadurch, äh, indem er hier wirklich, äh, äh, entsprechend agiert. Und nicht nur seine, sondern auch die von freiwillig frei. Und, ähm, wenn so etwas wirklich schon in die Waagstelle geworfen wird, oder sowas, ne, dann, mach ich mir wirklich meine Gedanken, ja, im großen Stil. Aber, äh, Livia, ähm, probier's jetzt nochmal. Genau. Ja, Test, Test, könnt ihr mich jetzt wieder vernünftig hören? Aktuell schon. Ach, na gut, unterbrich mich, wenn es wieder so ist. Die Sequenz nicht mitgekriegt, über die ihr gesprochen habt. Ich wollte sagen, er hat in diesem Video, ich kann's mir auch nicht ganz angucken, aber ich hab diese Sequenz. Ich versuch's nochmal. Ne, warte mal, Livia, äh, 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 das bringt nichts, äh, da immer wieder sie reinzulassen. Äh, ja, aber vielleicht sollte man einfach mal dann umschwenken, oder so, vielleicht in so ein Rechner reingeht, oder sowas. Verstehst du, gerade, wenn so wichtige Sachverhalte geht, wenn da die Hälfte abgehakt ist, oder, da kann ja gerade dann abgehakt sein, wenn ein wichtiges Wort gesagt wird, dann, Livia, kannst du nicht mal probieren, in meinen Rechner reinzugehen, oder irgendwas, oder, weil normalerweise bist du eigentlich nicht so abgehakt. Ja, ich glaube, hast du eigentlich mal ein Hut dabei. Ja, ich glaube, ich hab heute Internetprobleme hier bei mir. Ich bin jetzt über mein Datenvolumen drin, und hoffe, jetzt geht's besser. Ist es jetzt besser, halbwegs? Ja, jetzt ist es viel besser. Danke, dass du das extra drauf nimmst, jetzt mit deinem Datenvolumen, dass das, äh, naja, ich hoffe, es reicht noch, Ende des Monats. Okay, also, dann nochmal zum vierten Mal. Er hat dort gesagt, er kann hier, kann hier keine Bedrohungsszenario erkennen, zum Beispiel, wo, wo ja bei dir schon geschrieben wurde, äh, wir finden deine Adresse, dann geht die viral, ich hab ein Video gesehen, wo es hieß, let's play, wir ficken dich, bis du quieckst, äh, du bist, du bist platt, du weißt es nur noch nicht, und solche Scherze. Und er sagt, ich kann hier keine Bedrohung erkennen, bei der es sich zu solidarisieren gilt. So, und dann sagt er, ähm, warum, warum muss denn jemand hier aufrufen, die Community, wo bleibt ihr denn, warum muss das denn sein, wozu braucht man die Community, um seine Ziele zu erreichen? Das ist ganz clever, also entweder sieht er das wirklich so, äh, oder es ist Absicht, es ist wirklich clever, weil es geht euch hier nicht darum, eure Ziele zu erreichen, sondern es geht darum, dass ihr bedroht werdet, und dass ihr darauf wartet, dass andere Menschen erkennen, dass es grundsätzlich nicht, in Ordnung ist, andere Leute zu bedrohen. Ja, und übrigens, nicht nur wir werden bedroht, sondern, äh, hier, im Grunde genommen, ne, Leute, stellt euch mal folgende Frage, ne, auch jetzt hier von der Verständnisfrage her, ne, viele sind vielleicht etwas denkfaul und so, aber stellt euch mal vor, es ginge um euer Leben, ja, euer Leben hing ja davon ab, diese Zusammenhänge zu begreifen, ja, und vielleicht würdet ihr es dann verstehen, und soll ich euch mal was sagen, euer Leben hängt tatsächlich davon ab, unser aller Leben, in unserer Gesellschaft, hängt davon ab, ob wir so etwas dulden, oder eben nicht, ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn im Kleinen fängt es an. Genau, das hat er nämlich auch negiert, wo er dann gesagt hat, ja, was soll denn das, wenn ihr jetzt nicht sagt, sind eure Kinder die Nächsten, das ist Schuldkult. und da frage ich mich, jemand, der die Grundprinzipien von Moral verstanden hat, wie solche Aussagen zustande kommen, Entschuldigung, Manuel, wenn du das anders siehst, bitte, klär das auf, ich stelle mir Fragen, ich stelle mir wirklich die Frage, hier werden Leute bedroht, wir veröffentlichen deine Adresse, und spannenderweise, dann noch mit dem Satz, das kam euch wohl gerade recht, dass ihr bedroht werdet, dann habt ihr wenigstens mal was zu jammern, also, das ganze Ding von vorne bis hinten, ich frage mich, entweder hat der wirklich nichts mitgekriegt, oder das ist Absicht, also, ich, das ist, das ist sehr geschickt, also, ich frage mich wirklich, es geht hier, es geht hier, ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon mal gesagt, grundsätzlich euch nicht darum, dass die Leute euch zuspringen, und dass sie zu euch sagen, oh, den Let's Play mag ich, das dürft ihr nicht machen, sondern die Gesellschaft funktioniert nur, also, wir lassen uns immer weiter auseinander treiben, weil wenn Ungerechtigkeit passiert, jeder sagt, ach, was interessiert mich das, oder der hat es ja verdient, ja, da wollen sie einen aufknüpfen, doch, naja, den mag ich nicht, ist nicht schlimm, oder, ja, der hat das verdient, weil der hat ja mal gebrüllt, und das sind grundsätzliche moralische Prinzipien, um die es hier geht, und die eben nicht erkannt werden, weil Leute so tief in der Geschichte hängen, und sagen, ja, der hat ja gebrüllt, und der hat doch selber Schuld, und so, und das verstehe ich nicht so ganz, eigentlich verstehe ich schon, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, ich finde solche, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, Manuel, es ist auf vielen Ebenen passiert, dass man vieles uminterpretiert, und das finde ich total erschreckend, dass das auch funktioniert, dass Leute wirklich sagen, ja, stimmt, wo wird denn der wirklich bedroht, mein Gott, da haben ja auch viele gesagt, naja, löscht doch einfach den Kommentar, was gibt es denn so viel Energie rein, löscht das einfach, Let's Play hat das stehen lassen, also gehe ich mal davon aus, damit die Leute merken, was hier los ist, und ich versetze mich da wieder in Let's Play rein, wenn mir jemand schreibt, ich fick dich, bis du quiekst, oder wir werden dich enttarnen, und du hast noch, weiß ich gar nicht, wo das irgendwo, habe ich es auch gelesen, noch ein paar Tage Zeit, dann läuft hier ein Spiel los, und so, das Stillschweigen zu löschen, ihr müsst euch mal vorstellen, da kommt jemand zu jemand anders, und sagt, ich bedrohe dich, wenn sich da zehn Leute daneben stellen, und sagen, du spinnst wohl, dann ist schlagartig Ruhe, aber wenn jemand alleine steht, angegriffen wird, und alleine steht, dann haben die alle leichtes Spiel, und es geht grundsätzlich darum, dass man eben nicht weggucken kann, und sagen kann, ach, was geht nicht das an, letztens habe ich mal irgendwo gelesen, da hat einer gesagt, ich kann ja nicht bei jeder Ungerechtigkeit was sagen, und da hätte ich am liebsten dazu geschrieben, oder dazu was gesagt, und hätte am liebsten gesagt, vielleicht ist das das Problem in unserer Gesellschaft, weil wir nämlich immer sagen, was geht nicht das an. Ich würde gerne mal einen Kommentar hier vorlesen, von Maria Winter, hier schreibt, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, bekommt irgendwelche Drohungen, wenn man das nervlich nicht aushält, sollte man die öffentliche Bühne meiden. Maria, genau das ist es, genau das ist es, entweder war das jetzt Absicht, oder du hast mir nicht zugehört, selbst wenn jemand nicht in der Öffentlichkeit ist, es ist völlig egal, ob jemand in der Öffentlichkeit steht oder nicht, es ist völlig egal, ob du den magst oder nicht, es geht nicht darum, dass Let's Play das nervlich nicht aushält, oder Toni nervlich nicht aushält, hier finden Bedrohungen statt, im großen Stil, und da gilt es zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Es geht nicht darum, dass die das nervlich nicht aushalten. Also ich habe mich doch klar ausgedrückt, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das anders noch formulieren soll. Es ist nicht in Ordnung, wenn jemand bedroht wird, egal worum es geht. Ja, Maria Winter, und nur weil andere Frauen vergewaltigt werden, ist es ja nicht okay, wenn du vergewaltigt wirst. Verstehst du was? Kann man ja auch sagen, ach, das passiert doch überall, Mensch. Die werden doch auch vergewaltigt, dann passt es doch. Nee, es passt nicht. Nur wenn andere irgendwas tolerieren, oder so was, das ist doch jedem sehr gutes Recht, wenn er bedroht wird, oder so, es wurde ja zum Beispiel auch eine vergewaltigt, die hat sich sogar noch entschuldigt, oder so was, dann bei den Kulturbereichern, oder so was, da war doch mal irgendwas, so eine Linke oder so, das ist doch ihr gutes Recht. Und ich finde auch, wenn jemand mit dem Tode bedroht wird, oder so, oder mit anderen Sachen, ist es ein gutes Recht zu sagen, er bin ja nur ich, ist doch egal, und so, man kann aber auch anders darauf reagieren. Muss halt jeder da für sich entscheiden. Ja, das ist eben das. Ja, Tun? Diese Doppelstandards, ja. Das, ja, also 21 Stunden nach dem Hangout, in dem Hendra die Bedrohung, ja, Loverboy, ausgestrahlt hat, ja, also rausgehauen hat, bin ich auf Sendung gegangen, und hab das Ganze kommentiert, und hab's verurteilt. Und wann hat Herr Jepsen seine Sendung gemacht? Obikon, zehn Tage später, oder so. Und dann ging durchs ganze Netz ein Aufschrei der Empörung, ja. Ich hab's über einen ganzen Hangout da drüber gemacht, weil ich das echt, weil ich das echt nicht verstehen konnte, dass die Leute so, echt, ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, ich weiß nicht, ob die Leute die Meta-Ebene nicht verstehen. Ich glaube, das ist wirklich das Problem, da hab ich ja ganz am Anfang schon gesprochen, dass Leute dann sagen, ja, mein Gott, der hat ja gebrüllt, da muss er sich auf so eine Reaktion nicht wundern, oder so. Die stecken viel zu sehr innerhalb der persönlichen Geschichte von Sympathie und Antipathie, und die sehen einfach nicht das Grundprinzip, was da dahinter steht, und die sind so geframed. Und ich kann mir das gut vorstellen, bei den Hexenverbrennungen damals ist das genauso gelaufen. Da hat man einfach vielen Leuten erzählt, hier, guck mal, die macht da was mit Kräutern, das ist aber nicht gut. Ich meine, das ist jetzt sehr simpel zusammengefasst, das läuft subtiler. Und man hat Stück für Stück gesagt, oh, die sind gefährlich, die könnten dir ja auch was tun. Und dann hat man vielleicht gesagt, guck mal, hier hat sie schon was getan, hat denen was Schuld in die Schuhe geschoben. Und irgendwann haben alle gesagt, oh, Hexen müssen weg, und haben noch Beifall geklatscht, als sie verbrannt wurden. Und so funktioniert dieses Uminterpretieren und dieses Framen, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es noch besser beschreiben soll. Zum Schluss wird dann applaudiert, weil den mag ich ja nicht. Oder der hat irgendwas gesagt, was mir nicht gefällt. Aber es geht ja hier um Grundprinzipien, dass jeder das Recht hat, wie soll ich das sagen, frei zu leben, und dass es nicht in Ordnung ist, weil ich euch nicht mag, weil ihr mir unsympathisch seid, weil ihr mal gebrüllt habt, oder wie auch immer. Selbst wenn ihr ungerechtfertigt, wer dich gebrüllt hättet, oder jemanden beleidigt hättet, oder so, ist trotzdem nicht in Ordnung, dass man euch droht, mit wir finden dich und so. Das ist trotzdem nicht okay. Und mir fällt gerade noch ein, ich habe Let's Play noch nie irgendwo anders pöbeln sehen. Ich habe den noch nie im Chat, der ist noch nie irgendwo hingegangen, hat beleidigt, geschimpft, der ist noch nie in eine andere Sendung gegangen, hat gebrüllt, zumindest kenne ich keine, schickt sie mir bitte. Der hat noch nie jemanden angegriffen, von sich aus gar nicht. Er hat sich immer nur verteidigt. Und jetzt wird er hier bedroht, und alle sagen, ach ja, er hat ja geschrien, ist ja okay. Nein, es ist nicht okay. Und es geht aber ums Prinzip und nicht um Let's Play. Und das ist dieses, ja, wenn ihr jetzt nicht aufsteht, seid eure Kinder, sind die die Nächsten. Sie werden es sein, wenn das so weitergeht. Wenn man wirklich sagt, der hat es ja verdient, und der hat es ja verdient, und das ist ja okay. Irgendwann ist mal jemand da, dem passt eure Meinung nicht und eure Nase und euer Verhalten, ob ihr laut werdet oder nicht. Und dann sagen die anderen halt, ja, bei dir ist das auch okay. Einfach nur, weil ihr nicht ins Konzept passt, in das, was erwartet wird. Und dieses während den Anfängen, das passt hier echt hervorragend. Es geht einfach. Ich habe da auch ein sehr schönes Bild, was da auch sehr schön dazu passt. Also während den Anfängen, ich habe das nicht umsonst in den offenen Brief mit reingenommen. Ich habe heute irgendwie King of Kings oder so, so irgendeine Jesus-Geschichte habe ich mir heute angeguckt. Und da gibt es halt diese Szene, wo da so eine Frau durch die Straßen läuft, so eine, ja, wie so eine Zigeunerin, so eine Tänzerin, die läuft da durch die Straßen an Jesus vorbei und der hat da so zwei Jünger und die ganze Horde von Menschen läuft hinterher und Ehebrecherin, so und Jesus stellt sich dann so dazwischen und sie sitzt so auf der Erde, jetzt wollen sie mich alle erschlagen. Und Jesus geht so dazwischen und alle suchen schon nach Steinen, ja, ein Ehebrecher und er hebt einfach einen Stein auf und geht auf diese Leute zu und sagt hier diesen typischen, diesen bekannten Spruch, wer von euch von Sünde freier ist, der werfe den ersten Stein. So und da ist mir in den Sinn gekommen, dass Sünde ja eigentlich ja was ganz anderes bedeutet, ja, nämlich das Ziel verfehlen oder die Richtung, die falsche Richtung einschlagen und das fand ich irgendwie total cool in dem Film, wie dann die Leute alle sich zerstreut haben, ja. So nach dem Motto, dass sie halt gerade mal die Sache von ihrer Warte aus betrachtet haben und sich klar geworden sind darüber, was hier gerade für eine Hexenjagd stattfindet, ja. Und das passt analog hier sehr gut dazu, finde ich. Ja, die Frage ist nur, kapieren die Leute die wenigen, die versuchen, darauf aufmerksam zu machen oder geht es einfach weiter so? Ja, mir fällt dazu ein, oder die Frage, die ich mir stelle vielmehr ist, wie viele Leute leben denn jetzt eigentlich schon mit dieser nicht wahrgenommenen, selber nicht wahrgenommenen Angst, selber bedroht zu werden oder fertig gemacht zu werden im Netz. Und wie viele Leute machen deswegen weder Videos noch Blogs noch Hangouts oder was auch immer. Ja, ja. Ja, das, also das wird sicherlich von der schweigenden Mehrheit auch ein ganz großer Anteil sein. Ja, gut, dass du es mal erwähnst, weil es ist sicherlich nicht nur größtenteils Ignoranz oder sowas, sondern eben auch wirklich, sie haben vielleicht sogar Angst um ihr Leben in letzter Konsequenz, wenn sie es Maul aufmachen und sich für uns hinstellen und sie denken sich vielleicht auch, okay, ich stelle mich jetzt hin für die, ja, aber was ist, wenn es mir dann konkret in den Kragen geht, sind die dann auch da? Und dass auch vielleicht eben solche Gedanken da auch stattfinden, ne? Also kann man ja irgendwie auch verstehen. Genau. Also ich meine, da kommen wir dann ganz schnell wieder zu dem Thema, warum will man sein Gesicht nicht zeigen, ne? Und da geht es dann nicht nur um Beruf oder solche Dinge, ja. Da geht es halt ja auch teilweise sogar bis ins eigene soziale Real Life rein, ja. Wo man einfach sagen muss, okay, ich wäge da jetzt einfach mal ab, ja. Zu sagen, nö, also meine Pappnase halte ich da jetzt einfach nicht rein und dann kommen halt Gestalten wie Hüller und sagen, ja, aufbrechen. Aber das versuchen sie ja schon seit Jahren. Also nicht nur der Hüller, da sind ja auch ganz andere Leute dabei, die sagen, hier Gesicht zeigen, volle Identität und was weiß ich was, ne? Weil sonst kommt er ins Beleidigen rein. Und komischerweise, wenn man sich anguckt, wer ist denn hier so in den Angriffsmodus mit Beleidigungen und solchen Dingen gegangen, das sind überwiegend Leute, die ihr Gesicht zeigen. Das finde ich auch irgendwie recht interessant. Wobei die ganzen Beleidigungen jetzt, die jetzt hier laufen mit wir ficken dich bis du quieks und so, alles von Leuten sind, die kein Gesicht haben. Also kein Avatarbild, Philosos Mortum, ich weiß nicht, wie der aussieht. Also korrigiert mich, vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, aber Red Knight und alle so, die hier solche Sachen schreiben, weiß ich nicht, wie die aussehen. Alles anonyme Leute, oder sehe ich das falsch? Nee, aber die Vorarbeit, ne? Also die Vorarbeit von Leuten, die eine relativ große Reichweite haben. Also das war jetzt so, meinte ich so, die mit Attacke, also Hüller selber hat ja solche Bedrohungen, soweit ich weiß, nicht ausgesprochen. Also nicht, dass das hier noch am Ende jemand falsch zitiert. Das meine ich damit nicht. Achso, nee, nee, du habe es auch nicht gemeint. Also nicht falsch verstanden. Nein, 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 habe ich auch nicht so verstanden, dass du das so verstanden hättest. Nee, ich meine nur generell, diese Angriffe, die gefahren werden, sind ja von Leuten, die ihr Gesicht zeigt. Das fand ich irgendwie auch merkwürdig und ich kann mir da auch gar keinen Reim drauf machen, außer so, ja, das ist Staatsprogramm, sage ich jetzt mal so. Ganz klipp und klar. Jemand schreibt hier, Herr Obert schreibt, was? Man muss auch einmal ehrlich sein, also für mich ist der Stein des Anstoßes, oder wo ich es halt über den Bogen überspannt habe, mein Video im Nordpark gewesen. Da habe ich ja richtig ausgeteilt. Ja, und das liegt aber an der Natur der Sache. Also entweder bist du ein Truther und kümmerst dich halt um die Wahrheit, dann entdeckst du irgendwann mal, dass halt viele um die Wahrheit immer einen schönen großen Bogen machen, einen geschickten. Und dann müssten sie irgendwie früher oder später mal damit rechnen, dass, ja, also mittlerweile sehe ich halt auch diese beiden Kommentare, sowohl von Michael als auch von Frank, da ganz, ganz anders. Auch als eine Form von Vorbereitung eventuell. So nach dem Motto, nach dem Motto Raven, Rummelboxerfaust, ja. Nur in einem anderen Stil und auf einer anderen Ebene. Ja, das ist also, die Möglichkeit besteht durchaus, dass da mehr oder weniger eigentlich auch nur eine Steilvorlage geliefert wurde, ja. Damit ich da mal wieder auf den Tisch haue. Kann alles sein, kann alles sein. Weil so plump und naiv und rotzfrech, wie das war, ja, das konnte man ja nicht unkommentiert stehen lassen. Ja. Dass das alles so emotional und bla war, weiß ich nicht. Wiss ich nicht. Kann durchaus sein. Aber mittlerweile stecke ich in der Haut, in der ich mir ja ganz andere Gedanken mache, ja. Es ist einfach so. Man fängt wirklich an, in anderen Strukturen da zu denken. Es ist, es ist da hammer. Ja, also es gibt keinen besseren Krimi, ja. Ich finde das ein ziemlich großes Kino-Let's Play, was wir hier abliefern. Also nicht nur das, was wir aktuell immer noch machen, ja. Nämlich, dass wir uns hier in Sendung setzen und immer noch darüber sprechen, als auch das, was wir abgeliefert haben, ja. Also deine Reihe hier, free for all, sucht sie einesgleichen. Das ist halt Hangout-Geschichte geschrieben, ja. Und ich brauche mich da auch nicht zu verstecken, mit 20 Folgen Spaß am Dienstag, zwanglos, hart auf Sendung, Rock'n'Roll, sage ich nur, ja. Also... Ja, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was jetzt, ob es jetzt teilweise Sachen bei dir in der Sendung waren oder bei mir. Ich finde, das hat sich auch so ziemlich auf die Waage gehalten, auch was Zuschauerzahlen angeht und sowas. Und, ähm, ja, wobei es für mich eigentlich auch gar keinen großen Unterschied macht, ob wir jetzt gerade bei dir in der Sendung sind oder bei mir. Aber, äh, kommt ja auf die Charaktere an. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas, irgendwas wollte ich noch raushauen. Du wolltest einen Kommentar vorlesen. Ja, wobei der jetzt eigentlich doch nicht so wichtig war. Also jemand schreibt hier, der Herr Obert schreibt, äh, dann muss man den Streit, Moment, Moment, es geht oben los. Äh, naja, naja, jeder, der Bock hat, kann HOs machen und Videos, was auch immer. Dann muss man den Streit auch aushalten. Die Hetze ist nichts Neues. Gab es auch schon in den 60er Jahren. Ach ja, dann ist ja okay. Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht darum, dass Sie den Streit nicht aushalten. Es geht darum, dass wir jetzt in dieser Zeit aufwachen und für Grundprinzipien aufstehen. Ja. Also, pass auf, ja, Osterhase schreibt, ne, pass auf, Osterhase schreibt, äh, das sind doch leere Drogen, äh, braucht man nicht ernst zu nehmen. Ja, das ist halt immer unterschiedlich, ne. Also man kann zum Beispiel, Dinge das nicht ernst nehmen, man kann das ernst nehmen, ja, äh, äh, du kannst in die Kneipe gehen, du kannst dich mal in die Hand pöbeln, der hat vielleicht einen guten Tag und denkt dann, oh, komm. Gleich reagiert er aber auch anders. Fakt ist, wenn du solche Drogen aussprichst, wenn du solche Drogen aussprichst, musst du prinzipiell damit rechnen, dass sie ernst genommen werden. Deswegen sollte man sich auch wirklich gut überlegen, äh, ob man so etwas ausspricht oder nicht. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ja, es wird auch erlaubt sein, solche Drogen auszusprechen, aber es ist dann halt eben auch erlaubt, entsprechend darauf zu reagieren. Also ich, Leute, sagt mir mal eine Sendung, in der ich gedroht habe. Sagt mir eine Sendung, in der Toni gedroht hat. Ich will mal eine Sendung sehen, die werdet ihr nicht sehen. Ich sage, drohe niemals. Ja? Du wolltest das sagen, Toni? Ja, liest doch mal die positiven Kommentare. Boah, Herr Oberstädt hat auch geschrieben, das sind doch Larven, dieser Morto, Müller, Knacke, etc. Davon klebt nichts an euch. Ja, das ist, äh, ja, das ist auch mal wichtig, das mal so zu lesen, ja. Weil man es selbst eigentlich nicht glaubt. Ja, aber es stimmt, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ähm, Let's Play, du gibst ja, hat ja immer noch große Mühe, äh, den Leuten zu erklären, warum und wie und so und tralala. Aber, ähm, ich mache da mittlerweile einen, einen wirklichen Haken dran, ja. Weil diese, diese, ähm, na, wie soll ich sagen, ich habe heute auch in der Kneppe wieder jemandem gesagt, ich habe kein Problem mit dummen Menschen, ja, aber mit Menschen, die dumm bleiben wollen. So, das, ja, und da habe ich keine Lust, Energien zu verschwenden. da bin ich, da ist, ja, wir sind hier, uns wird permanent versucht einzureden, wir sind ganz kleine Lichter und keiner hört uns zu und wir haben keine Reichweite und es ist bedeutungslos und bla, bla, bla. Und das, das, das zieht so sehr die Energie, ja, indem man versucht, irgendeine öffentliche Meinung hier zu, zu irgendwie zu retten oder bla. Pustekuchen, es gibt so viele interessante Leute, mit denen man reden kann und denen das scheißegal ist, was du für eine, was du, was andere Leute über dich reden, ja. Das ist doch viel wichtiger, das ist doch viel wichtiger. Ich merke das gerade mit, mit, mit Krypto, mit dem Krypto-Anarchist, ja. Einfach so ein Ding losgelegt, bla, oh, cooler Blog und Infos, ja, vorher frei. So, ich habe da jetzt 100 Abonnenten, ja, aber mich schreiben die Leute bei Facebook an, oh, Toni, wann machst du denn wieder Kryptokalypse, ja. Das sind Leute, die, die abonniert, die haben das abonniert, weil sie sich dafür interessieren. Und warum, 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 warum mache ich nicht einen Slack-Channel und rede mit denen, ja. Was, was arbeite ich mich ja eigentlich ab, an den Leuten, die, die, die es einfach auch gar nicht hören wollen, ja. Ich weiß ganz genau, das ist doch locker, äh, bei unseren Sendern, ja, wie viele, wie viele Leute hören zu jetzt gerade? Ha, 147 Zuschauer. Da sind, da sind locker, äh, ein paar YouTuber dabei, ja, die ja ordentliche Abozahlen haben, für die wir das Entertainment sind, ja, für die es einfach viel zu langweilig ist, was, was sie, was sie selber, äh, bearbeiten, was, was für Figuren sie mit sich rum, rumärgern müssen. Die gucken unseren Stuff, die gucken unsere Sendung, ja? Ja. Fuck, das weißte, Toni, das weißte, Toni, ist nicht so, ne, äh, ich wollte auch gerne die Sendung noch machen, vor Ende des Jahres, ne, und, äh, ich werde es wirklich so machen, äh, in Zukunft, äh, ich habe auch vor, bei entsprechenden Gästen, nächstes Jahr auch, äh, Free4All Staffel 2 zu machen, und, ähm, du hast vollkommen recht, und deswegen mache ich auch jetzt die Sendung hier nochmal, auch, weil es wirklich Leute gibt, wie diesen, wie hast du nochmal, weiß ich jetzt nicht mehr, der diesen Kommentar da geschrieben hat, ja, äh, und, ähm, für die jetzt wirklich nochmal, um auch darauf verweisen zu können, ja, auch, dass wir sie auch verstehen können und sowas, und, das ist jetzt für mich eigentlich, im Grunde genommen, äh, die letzte Sendung erstmal, wo ich mich wirklich so intensiv damit befassen will, ja, äh, ich habe es schon gesagt, die Strategie wird sich ändern nächstes Jahr, und, äh, ja, also, jedenfalls nicht mehr so, ne, und, ähm, wir haben es auch dann wirklich, wir haben es auch dann wirklich oft genug angesprochen, ja, und wir haben es wirklich nicht nötig, äh, uns vor irgendeinem zu rechtfertigen, wirklich nicht, schon gar nicht dafür, dass wir die Wahrheit gesagt haben. so sieht's aus. Ja, es ist aber immer wieder spannend, äh, das Gesicht, die Gesichter der Leute zu sehen, ja, wenn man ihnen dann, also, wenn man neue Leute kennenlernt und so, und dann, oh, hier, und Zusammenarbeit, da können wir mal ein Video machen, und so, dann, gleich sagt hier, ja, ich muss dich aber vorwarten, ne, also, gegen mich läuft eine groß angelegte, äh, Zersetzungskampagne, und Demenzierungskampagne, ja, und wenn, wenn du dann dich dazu entschließt, ja, dann musst du damit rechnen, dass du ordentlich mit Scheiße beschmissen wirst. Oh, oh, ja, dann reißen sie alle mal gleich die Hände hoch, ja, aber, ja, an Herausforderungen kann man wachsen, ja. Ja, es wollen noch eventuell noch mehr Leute in die Sendung kommen, äh, schade, dass sie jetzt nicht da sind, vielleicht kommen sie noch, äh, wie gesagt, oh, da schreibt gerade jemand, Moment, jo, also, Neo, äh, wäre auch eventuell noch gekommen, aber, äh, sieht aber ganz, ganz schlecht aus, äh, der ist doch noch länger beschäftigt, der wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, äh, ja, irgendwie fehlt mir bisher so ein bisschen der, der Impact, wenn ich mir die Sendung bisher so angucke, dann ist das so, ja, wir haben, das ist angesprochen, auch gerade von Livia auch sehr, sehr gut, aber irgendwie ist das für mich, ja, ich habe auch wieder zu viel da geschwurbelt, was heißt geschwurbelt, aber bin ja wieder zu sehr drauf eingestiegen, ne, also, ich würde mich auch sehr freuen, wenn, wenn, äh, hier noch, ähm, gerade andere, andere Stimmen mal gehört werden, ja, also hier, nicht scheuen, ja, kommt hier rein, traut euch, ne, es ist hier kein Tribunal oder so, aber für uns ist es ganz wichtig, ähm, zu hören, wie, wie andere Leute da drüber denken. Ja, aber wie willst du denn hier reinnehmen? Einfach irgendjemand aus dem Chat oder wen? Nein, äh, es ging jetzt an die, die da vielleicht da, mit denen du da in Verbindung bist. Ja. Aber wie gesagt, die können ja, die können ja gar nicht rein, ne, aber wie gesagt, ich werde hier nicht einfach irgendwelche Leute reinholen, die dann hier die Sendung sprengen, ne. Ja, das ist klar. Ist halt einfach so, ne. Äh, irgendwie gefällt mir die Sendung heute doch nicht so gut. Das ist, irgendwie fehlt da noch was. Kannst du nicht so genau aufgreifen. Genau, Bratfeld, Bratfeld, nächstes Jahr geht es richtig ab. Genauso sehe ich das auch. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das mit Apokalypse ist, ja, ob wir da schon lange drinstecken oder ob da noch mehr kommt. Aber ich denke, das geht 2018 so richtig los. Mit den Enttäuschungen geht das richtig weiter. Ein Dauerfeuer. Sag mal, let's play und Toni, euch ist aber schon klar, dass letztendlich über die, in Anführungsstrichen, Rausschmisse von euch, die HO-Szene richtig gut sortiert worden ist, ne. Ja, finde ich auch. Das ist auch ein sehr schönes Ergebnis. Also, da haben sich wirklich einfach die Gruppen klar dargestellt. Und, weitaus besser und klarer, als ich das jemals gedacht hätte, dass man sowas machen kann. Also, das ist ein Nebeneffekt, aber der ist, finde ich, echt positiv. Also, so würde ich es auch mal sehen. Ja, Klugschädin, das ist wirklich Beutwert, ne. Denn ohne diese krassen Situationen findest du nie raus, wer bleibt auch noch stehen, wenn es mal heiß hergeht, zumindest jetzt mal hier im Internet. Und, das findest du wirklich nur durch solche Situationen raus. Und, das war auch ganz, ganz wichtig, weil ansonsten hätten wir hier drin die Schlangengrube und wüssten es noch nicht mal. Ja. und, das ist also schon, gerade jetzt auch, ne, weil ansonsten ist das ja alles auf Sand gebaut. Ja, und damit wir ein festes Fundament haben, dass wir das aufbauen können, war das unheimlich wichtig. Das war so eine Art, ich wollte schon fast sagen, Säuberungsaktion, aber, es war so eine Art, so eine Art Reinigungsprozess, ja. Ja. Der ist, der ist ganz, ganz wichtig, damit wir nächstes Jahr wirklich voll durchstarten können, ja. Ja, und ich denke auch, dass das, auch alles erst, das hat dann alles Nachwehen, ja. Das kann man, ich denke, wenn wir, wenn man dann irgendwann im halben Jahr so zurückblickt, ja, dann sieht die Situation ein bisschen anders aus, als sie sich jetzt für uns anfühlt, Let's Play. Wieso fühlt sie sich denn schlecht an? Also, ich glaube, eigentlich könnte ich sagen, also, ja, ihr seid, ihr seid durch mit der, mit der schlimmen Aktivität. also mit den schlimmen Auswirkungen. Ja, so sehe ich das auch, ja. Also, ich sehe das primär positiv. Das ist wirklich so, weil, es ist, weil, dieses Wort Enttäuschung bringt es schön auf den Punkt, ja. Das ist halt so eine, so negative Belegung, ja, und dass das halt einfach nur das Ende von der Täuschung ist, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Und, so empfinde ich das auch. Und je mehr, ich beschäftige mich in letzter Zeit wieder mehr mit Symbolik, und je mehr Satanismus ich da draußen sehe, und je krasser und offenkundiger das alles wird, desto deutlicher wird es für mich auch, ja. Also, entweder wir blicken das, ja, und wissen, was hier, checken langsam, was für ein Spiel hier gespielt wird, oder die Leute, die da gerne weitermachen wollen, ja, die sind mir dann egal, ja. Mehr oder weniger, dann kann man auch nicht helfen, ja. Man versucht dann nur irgendwie, mit denen klarzukommen, die halt noch ein bisschen besser mit sich klarkommen, ja. Ich sehe das Leben sehr entspannter, also für mich, ich freue mich unheimlich auf das nächste Jahr, ja, das wird so spannend. Allein die Kryptos, ja, das wird, ja, ich bin auch eher wirklich euphorisch optimistisch. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte, wo wir aber irgendwie davon weggekommen sind. Das passt jetzt nicht dazu, aber ich wollte es vorhin noch sagen und ich finde es sehr wichtig. Es wurde auch die ganze Zeit Hoffi angegriffen, weil er zum Beispiel mit Anna gesagt hat, ja, könnte man dich auch mal bumsen oder so. Und ich aus der Sicht der Frau, die ja hier auch dabei ist, fand das auch schräg. sage ich mal so. Aber bei mir war es so, ich kam, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube April, Mai, so die Richtung kam ich ja bei euch dazu und er hatte das einmal auch mit mir gemacht. Er hat da gesagt, SchöpferTV ist im Chat, hier tanzt man in der Stange. Daraufhin habe ich ihm danach gesagt, lasst das bleiben, macht das nicht nochmal. Und soll ich euch was sagen, es ist nie wieder aufgetaucht, nicht ein einziges Mal, noch nicht mal eine Andeutung. Und ich frage mich oder anders gesagt, ich finde es sehr komisch, dass es in Ordnung ist, dass alle auf ihn losgehen, weil er gesagt hat, Anna, man könnte dich ja mal bumsen. Man hätte ja auch sagen können, lass das bleiben. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, wenn man mal sagt, lass das sein, dass er sofort damit aufhört. Er hat das nie wieder gemacht. Und ich war oft im Chat und ich war oft in Sendungen und ich finde das, das lag mir jetzt auf der Seele, das noch zu sagen, sehr schräg, dass man jetzt zuguckt, dass er dafür zerrissen wird. Das passt jetzt nicht hier rein, aber das war mir wirklich wichtig. Man hätte ja auch einfach sagen können, hör auf damit. Theoretisch. Also, ja, sorry, voll der Themen-Switch, aber das musste irgendwie raus. Das habe ich vorhin noch, wo ich das noch sagen kann. Ja, aber das passt ziemlich gut, weil da gibt es für meine Betrachtung, für meine Fühle hat man auch mehrere Ebenen, ja. Es kommt auch noch hinzu, dass Anna mehrfach gesagt hat, dass sie da überhaupt kein Problem hat, ja. Und dass sich die Leute an ihr eingemisst kümmern sollen, ja. Und ja, es ist dieser Unterschied, ob man hier einen frechen Spruch macht, ja. Und auf der anderen Seite mit wirklich immer wiederkehrenden, aus vielen Richtungen auftretenden Lügen konfrontiert ist oder mit Bedrohungssituationen, ja. Dass die relativiert werden, ja. Und aus solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, hier rumgehackt wird, ist absolut bezeichnend für die Niedertracht dieses Denunzianten-Levelts, ja. Ja, das ist ja das Spannende. Das wollte ich ja gerade sagen. Wenn ihr das nicht gepasst hätte, hätte sie nur einmal sagen müssen, hör auf damit. Ich bin das lebende Beispiel. Und da wäre sofort Ruhe gewesen. Das kommt ja noch hinzu, ja. Dass man halt, das ist auch alles auf Freiwilligkeit basiert, ja. Die freie Entscheidung wird ja völlig negiert, ja. Ja, vor allen Dingen finde ich, ich stelle mir mal vor, ich hätte damals nichts gesagt und das wäre so weitergegangen, ne. Ich habe ja, also, dann habe ich es ja geduldet. Entweder, weil ich das gut finde, wenn man so mit mir redet, oder weil ich einfach das dulde. Und sie hat ja selber gesagt, sie hat damit gar kein Problem. So. Sie ist nicht das Opfer und die sollen ruhig sein. Und wenn ich das, ich versetze mich da jetzt mal rein, ich stelle mir mal vor, mir wäre das passiert, er hätte jetzt monatelang phasenweise, es ist ja noch nicht mal, ne, drei, vier Sachen überhaupt, wenn überhaupt, hätte er das mit mir gemacht. Und dann wären daraufhin, weil ich habe ja auch nichts gesagt, andere Leute auf ihn losgegangen und hätten gesagt, aber das finde ich jetzt, guck mal, wie du mit Anna redest und zehn Leute gehen auf ihn los, wie unverschämt das ist und so. Ich, wenn ich das gewesen wäre, hätte er gesagt, sag mal, ihr müsst nicht auf ihn losgehen. Ich hätte auch sagen können, nein. Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, weil ich bin das lebende Beispiel, wie das auch anders geht. Mit mir geht er vernünftig um und ich habe es nur ein einziges Mal sagen müssen. Und von da an ist das nicht mehr passiert. Man hätte auch einfach was machen können. Und selbst, und selbst, und selbst, wenn man gar nichts sagen will oder sich das nicht traut oder was auch immer, dann kann man ja einfach hingehen und nicht mehr in die Sendung reingehen und auch nicht mehr in den Chat, wenn das so schlimm für ihn ist. Dann ignoriert man das einfach. Das ist auch eine Möglichkeit, das einfach nicht mehr zu frequentieren. Ja, aber ich finde es halt komisch, dass jetzt zugeguckt wird, wie die Männer da, wenn das Männer sind, die Jungs, sich deswegen jetzt zerreißen. Aber man hat die ganze Zeit gar nicht Stopp gesagt. Also das finde ich auch fehlende Integrität. Entschuldigung, aber Anna, tut mir leid, aber ich bin einfach das lebende Beispiel. Einmal passiert, einmal gesagt, nein, Ruhe war. Also bin ich nicht in Ordnung. Ehrlich gesagt, das ist nur meine. Aber das sind so Sachen, da wird dann in der Öffentlichkeit wieder gesagt, guck mal, wie der da mit dir umgeht und was der da mit Frauen macht. Wenn die Frauen den Mund nicht aufmachen, entweder gefällt es ihnen oder sie sind nicht in der Lage, Stopp zu sagen, dann müssen sie es lernen. Wenn ihnen was nicht gefällt, zu sagen, nein, dann müssen sie es halt lernen. Oder halt notfalls einfach weggehen. Verstehst du? Ja. Die Möglichkeit besteht ja, jedes Mal hier in der Sendung einfach aus der Sendung rauszugehen. Aber wenn das so schlimm wäre, aber sie hat sich ja ganz klar geäußert. Es gab doch sogar eine Sendung mit Hülla, wo sie das sogar noch gesagt hat, wenn ich hier irgendeinen Spruch bringe, dann findet sie das noch tausendmal besser, als wenn er hier mit seinem Müll ankommt. Ich weiß nämlich genauer, wie das war. Das müsste man sich schon mal angucken. Das war auch in dieser Sendung, Kollateralschäden, wo er da drin war, mit innen gelabert hatte. Irgend so einen Spruch hat sie doch da rausgehauen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Spannende ist, hier schrieb gerade einer, hör auf damit zu sagen, hilft meistens nicht, meine Meinung. Rudi, hast du mir nicht zugehört? Es geht hier ganz konkret um Let's Play, hilft meistens nicht. Es ging ganz konkret um Let's Play. Ein ganz konkreter Vorfall, der mir mit ihm passiert ist. meine Aussage, lass das sein. Und er hat ganz konkret reagiert. Ich rede nicht von, hilft meistens nicht, sondern ganz konkret auf Let's Play and Talk. Ich weiß nicht, ob das nur zu schwer zu verstehen ist oder ob ihr nicht wollt. Wollt ihr nicht verstehen oder könnt ihr nicht verstehen? Habt ihr Filter am Lauf? Das sind extra so Stichefragen gehen lassen. Wie war das mit Menschen, die dumm bleiben wollen? Sag mal, was sagst du eigentlich gerade zu der Geschichte, wo wir jetzt drüber gesprochen haben? Wie siehst du das eigentlich? Ja, endlich komme ich dazu, dir mal zu antworten. Ich finde das insgesamt überhaupt gar kein Problem. Also ich würde es dann genauso wie Livia halten, wenn es mir nicht passt. Dann würde ich halt sagen, du, nö, ist nicht meine Ebene. Lass es. Das mache ich auch notfalls zwei, drei Mal und das war es. Aber ich finde es insgesamt, ja, weiß ich nicht. Ich würde sowas eher versuchen als Kompliment auch mal ein bisschen spaßig zu nehmen. Ja, also das sind wirklich keine Sachen, die einem Schwun hauen müssen. Das ist meine private Meinung. Ja, das ist eine klare Ansage. Es gibt Frauen, die kommen damit klar. Es gibt Frauen, die verkriechen sich dann, sind dann, weiß ich nicht, wie drauf. Ja, aber das ist das Leben. Es ist ja kein, also, es ist keine Übergriffigkeit in meinen Augen. Das ist eine klare Ansage und damit kann man umgehen oder man lässt es eben bleiben. Ich finde das nicht dramatisch. Also ich denke, da gibt es Sachen, die sind wirklich wesentlich, die sind wirklich wesentlich schlimmer und solange eine Aussage, egal in welchem Bereich, nicht eine Drohung ist, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also so sehe ich das und dann kann man ja auch klar sagen, nö, mag ich nicht oder ist okay oder wie auch immer. Lass mich, absolut nicht. Hallo? Ja, wer hat mich gehört? Also, ja, und was ich halt zu Anna selber, ich habe nochmal gesucht, das Video ist ja weg, was der, der Rausschnitt aus dem Hangout, wo Hüller da rausgekommen, das war ja in Kürze, so 25 Minuten oder so, ne? Ja, das wurde ja, das wurde ja gemeldet von Mattenhüller, soweit ich weiß und auch dann gelöscht von YouTube. Das vermute ich ja dann wohl auch mal. Aber du kannst auch nochmal ran, das ist, die Sendung nennt sich, die Sendung nennt sich Kollateralschäden und es war ja nur ein Ausschnitt daraus. Genau. Und bei der Sendung Kollateralschäden ist das mit drin, ne? Also, falls du es nochmal sehen willst. Ah, dann, ich habe nämlich einiges durchgesucht, zu gucken, aber das war mir dann, das habe ich dann auch nicht mehr gefunden. Du bist gerade übrigens auch sehr abgehakt. Das ist halt auch, dass ich dann da Kommunikation nicht mehr möglich hier aufzuregen habe. Ja, ich versuche mal schon wieder rein, oder wie? Was? Jetzt ist wieder besser. Ah, das war vielleicht nicht bei der Nune. Nee, du hast auch still und das habenstehende. Okay. Klingt aber sehr komisch. Du, dann kannst du irgendwie deinen Router neu starten oder zumindest mal, drück mal F5 bei dir am Rechner. Ja, ich bin gerade da, aber eben auch vielleicht nicht für euch über Discord. Shit. drück mal auf F5 hier drin, dann aktualisierst du dich. ich bin dabei. Und ich dachte schon, das ist wieder mein Internet. das sind die Dienste, die stören unsere Kommunikation. So, muss ich jetzt wieder besser gehen? Ja, ein bisschen. Das war jetzt noch mal. Mach ich so lange, dass das klappt. Quatsch ruhig weiter. Ja, es geht jetzt anscheinend wieder halbwegs. Also eigentlich ging es jetzt halbwegs. Ich weiß nicht, warum es noch mal raus ist. Was hat Hongkong hier, Hongkong schreibt, was für eine Moral ihr da an den Tag legt, wenn euch etwas nicht, was, wenn euch etwas nicht sagt, es ansonsten heißt, es ja, dass man es will. Ist das eigentlich ein kleiner Text? Das ist total, Entschuldige, wenn ich hier unterbreche. Euch etwas nicht sagt, es ansonsten heißt, es ja, dass man es will. Wenn euch etwas nicht sagt, es ansonsten heißt, es ja dann, man es will. Ist das geil? Oh, so geil. Also ist es in Ordnung, so mit Menschen umzugehen? Danke, dass ihr das nochmals gesagt habt. der Sinn ist schon klar, was er damit meint. Echt? Ich habe den nicht gefunden. Also der Sinn ist für mich, wenn ihr jetzt hier, so lange jemanden zugegeben. Wenn er nicht nein sagt, dann ist es okay, dass man so mit ihr umgeht. Das wollte man jetzt, das wollte er sagen. Also Kritik, Kritik, dass nur weil sie nicht nein gesagt hat, ist es ja dann plötzlich okay. So habe ich das verstanden. Ja, ich auch. Ja, sag mal was dazu. Ja, Ich jetzt? Ja. Ich bin wieder auf normalem Internet. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Ich muss das auch energetisch machen. Wenn jemand auf mich zukommt und ich nicht nein sage, dann ist das mein Problem. Dann dulde ich etwas, was meine Verantwortung ist. In meinem Feld habe ich die Verantwortung, nein zu sagen, wenn etwas mit mir passiert, was ich nicht will. Let's play. Bist du noch da? Ja, dann macht man sich doch dann etwas zu einfach. Also wenn das ein oder zweimal passiert und ich will das nicht, klar, es könnte sein, dass man sich nur nicht traut, nein zu sagen. Das kann ja sein. Aber sie hat gesagt, sie ist kein Opfer und sie hat damit kein Problem und es geht alle nichts an. Und für sie ist das gar nicht so schlimm und das ist doch ein Statement. Oder nicht? Ja. Also ich finde, es gibt einfach bestimmte Sachen. Die gehen nicht. Auch wenn nicht jemand vorher Nein sagt. Also, weiß ich nicht. Ja, aber hast du so eine gute Frage? Zum Beispiel einer Frau, einen Schritt einfach zu fassen oder was auch immer. Oder einfach so. Ohne dass die irgendwie signalisiert hat, die will das oder so oder durch konkurrentes oder konkludentes Handeln halt. Ich weiß es nicht. Also es gibt halt oder was weiß ich was. Oder da hätte jemand eine Waffe an den Kopf oder sowas. Aber du hast jetzt nicht nahe gesagt, dann ist es okay. So einfach ist es nicht. Sehe ich das. Ja, du kannst jetzt hier tausend Situationen kreieren, wo das nicht stimmt. Aber im konkreten Fall, auf den er sich bezogen hat, hast du ihr eine Knarre an den Kopf gehalten? Hast du sie einfach angefasst? Nein. Du hast etwas gesagt und sie hat gesagt, sie hat kein Problem. Ich habe mich auf den konkreten Fall bezogen. Ja. Und in dem Fall ist das ja auch so. Ja. Und das ist einfach nur eine klare Aussage hier. So und so. Das kann sie dann entweder gut finden oder eben nicht. Und so sieht es aus. Ja, aber sie hat doch ein Statement gemacht. Sie stört das nicht, hat sie gesagt. Ja. Also, dann passt so. Also. Ja, wo ist das Problem dann? Kapiere ich nicht, Leute. Also. Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, es gibt auch vorne, die stehen auf sowas. Ja. Und die signalisieren dann sogar noch privat, dass ihnen das eigentlich gefällt. Die ein oder andere. Ja. Ja. Äh. was selbstverständlich hätte Anna ganz klar sagen müssen, dass sie nicht von Let's Play an der Stange was geb. Gebumst. Gebumst. An der Stange. Warum denn an der Stange? Ich habe gerade eine total abgefahrene Synchronicitäte. Oh, scheiße. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Mensch, Leute, jetzt lach doch mal. Wir wissen ja gar nicht, was deine Synchronicität ist. Ich würde ja gerne mitlachen. Nein, die Synchronicität war ja nur das Sahnehäubchen. Ich finde den Satz total cool. Und das Let's Play, äh, ja, das, das Gebumst nicht einordnen konnte. Ja, ich kenne Geb eigentlich nur geboren oder so. Ja. Also, keine Ahnung. An der Stange geboren werden möchte, ja. Nee, aber ich kenne das abgehört. Warum sollte man den eine an der Stange bumsen? Was ist denn eine Stange denn? Oh, Leute, jetzt aber nicht abdriften hier. Ja, ihr versteht das alle nicht, weil ich habe wirklich gerade hier eine völlig witzige Synchronicität. Aber die möchte ich jetzt nicht sprechen. Wie gesagt, ich will die Sendung nicht unnötig in Länge ziehen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sich ein paar Notizen gemacht oder sich ein paar Sachen überlegt. Ein paar wichtige Dinge, die man auch ansprechen wollte. Eben für genau die Zielgruppe, wie diesen, vielleicht hat sich jemand gemerkt, wie heißt der denn noch? Der, äh, der Julian R. Julian R, ne? So. Wie er zum Beispiel, eben für solche Leute, ne? Was kann man denen noch mit auf den Weg geben? Das hier ist auch ein bisschen, auch um mein Gewissen zu beruhigen, dass ich wirklich noch diese eine Sendung hier gemacht habe, auf die ich dann noch immer wieder verweisen kann, weil ich das einfach nicht mehr machen werde. Also ich hab da einfach... Nein, ich bin's bekifft. Wahrscheinlich werden wir doch wieder am Rande was ansprechen, aber ich will das nicht mehr so ausführlich. Das ist einfach hier, äh, ne? Ja, Leute, guckt mehr auf die Meta-Ebene. Also guckt mehr sind es, also, äh, Toni, dein Mikro ist aus, ich hör nichts, aber, ähm, okay, äh, guckt mehr auf die Meta-Ebene, ähm, hört ganz genau zu, was da jemand sagt. Geht von Persönlichkeiten weg, von Sympathie weg, von... Jetzt lebe ich raus. Ja, fort. Ich bin nicht bekifft. Das war nur ein total... Ich hab hier gerade lustige Texte gekriegt. Deswegen musste ich so lachen. Das habt ihr jetzt nicht verstanden. Ich bin nicht bekifft. Livia? Ja, Livia, das läuft heute bei mir mit meinem Internet. Ich sag's euch. Äh, ich weiß gar nicht, bis wohin ihr gehört habt. Also, wichtig ist, dass ihr von Sympathie, Antipathie weggeht, von, dass ihr die Meta-Ebene betrachtet, äh, dass ihr euch fragt, warum reagiert jemand so und so und so. Und, äh, dass ihr euch auch über die grundmoralischen Dinge Gedanken macht. In welcher Gesellschaft möchtet ihr leben? Möchtet ihr in einer Gesellschaft leben, wo es in Ordnung ist, dass man euch was tut, weil man euch nicht mag? Oder weil ihr was gesagt habt, was ihr nicht toll findet? Solche Sachen zum Beispiel. Guckt euch ganz genau an, warum jemand so reagiert. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, die Zusammenhänge zu verstehen, weil es so viele verschiedene Sendungen gibt. Das gebe ich zu. Das ist mir auch schwer gefallen. Wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr versteht nicht, warum zum Beispiel jetzt Play oder Tony oder irgendjemand so reagiert habt, guckt es euch nochmal an. Ich habe manche Sachen dreimal gucken müssen, bis ich verstanden habe, warum sie so reagiert haben. Aber sie orientieren sich eben an Grundprinzipien der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der sie leben möchten. Und wenn, wenn jemand, ähm, dadurch, dass wir so verdreht sind, es liegt daran, wir sind verdreht. Uns hat man eingeredet, oben ist unten und, und weiß ist schwarz und so. Ähm, ich wünsche, mir würde jetzt ein Beispiel einfallen, aber es muss irgendwie so jetzt, so jetzt gehen. Äh, wir sind verdreht und, es ist, wenn, wenn ihr zu diesen moralischen Grundprinzipien zurückfindet, von, von Gerechtigkeit, ähm, und von Freiheit, dann versteht ihr auch, warum, warum manche Sachen so gesagt werden, wie sie gesagt werden. Und das funktioniert aber nicht durch diese Filter, Mensch, das ist doch ganz netter oder ist doch ganz lieb oder der, der ist doch ganz ruhig geblieben. Das funktioniert alles nicht. Also, stellt euch die Frage, warum. Und mir ist auch noch eine Sache eingefallen, die ich noch sagen will, dann bin ich auch raus für heute. Ähm, mir ist auch noch aufgefallen, dass in letzter Zeit vermehrt Kommentare kommen, die auch noch versuchen, Toni und Let's Play auseinander zu bringen. Weil Let's Play steht überall unter den Videos, ja, Let's Play merkst du nicht, dass Toni, äh, was weiß ich, ein Narzisst ist und dich in den Fallen hat und dass du manipuliert wurdest und so. Und bei Toni steht, Toni, merkst du nicht, dass Let's Play, äh, voll, voll narzisstisch ist, was weiß ich, was da steht. Aber es ist super spannend, dass die Leute zu Let's Play und Toni gehen und jeweils versuchen, dem anderen von den beiden zu sagen, dass der eine quasi blöd ist. Das ist mir auch noch aufgefallen, das habe ich auch noch ganz vergessen. Das ist super spannend, wie, wie das hier funktioniert, dass Leute separiert werden sollen. Das ist nämlich auch der Grundtenor, der bei den, naja, ich sag mal, YouTubern oder so herrscht, wenn sie sich dann irgendwie, mal zu dieser Sache irgendwie äußern, ähm, Ignoranz einhergehend mit, äh, genau diesem Punkt. Ähm, scheiße, jetzt ist er weg. das rumzudrehen. Ah, verdammt. Ja, dann mach einfach weiter, vielleicht kommt er ja wieder. Ja, vielleicht fällt es ja nochmal ein. Also, es geht grundsätzlich darum, versucht mal, nicht unbedingt mit Sympathie, äh, versucht das mal ganz neutral zu sehen. Da ist jemand und jemand sagt etwas und der andere hat darauf reagiert. und dann guckt er einfach nur an, was wird gesagt und fragt euch mal, warum wurde so auf beiden Seiten reagiert. Und gleicht das mal mit moralischen Standards ab. Und wichtig ist, jetzt fällt es mal wieder ein. Ja, nämlich, das, äh, versucht wird halt, also, was die gemeinsam haben, ist dieses, ist dieses Relativieren, ja, und so, und dieses, dieses Ignorieren und halt auch, äh, immer einhergehend, ja, wenn, das mit Let's Play nicht wäre, so, ja, also, oder hier, von dem solltest du dich, äh, fernhalten und so, ja, das haben sie ja immer. Ja, bei Let's Play steht es andersrum, wenn Toni nicht wäre, dann. Ja, aber, ja, der Bogen ist bei uns schon so überspannt, äh, dass, äh, die, die härteste Nuss in diesem Zusammenhang war, ähm, 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 Frank Goldmann, ja, der übrigens jetzt, wirklich am übrigsten Hetzen gegen mich ist, ja, dem habe ich auch Vertrauen geschenkt, mit dem habe ich ein paar Telefonate geführt, der hat auch noch, der hat auch meine Telefonnummer, ja, und was der gerade abzieht, wirklich ist absolut niederträchtig und niederwertig, ja, sind die Videos, die er macht, ähm, ja, das war, da, mit dem wurde der Bogen so überspannt und seitdem funktioniert das nicht mehr, ja, und da bin ich immer noch froh, dass, ja, das Let's Play, äh, ja, da auch Geduld hätte, ja, mit mir, aber, ja, so schwankt es halt immer hin und her, ja, das funktioniert jetzt aber nicht mehr, ja, mit besten Grüßen an alle, äh, die mir Let's Play ausreden wollen, screw you, dem schließe ich mich an, Jo, ich sagte ja, ne, das Gewehr, Schrotkugel, ja, super, ja, also, das hat mich völlig umgehauen, ja, deine Videos waren wirklich, äh, großartig, ja, ja, äh, nee, aber was, was ich, äh, dieses, ja, also, ich denke, man kann halt wunderbar immer erkennen, wenn man in die Fänge von solchen Truppen gerät, die da so eine Hetzkampagne veranstalten, dass Leute, die dann versuchen, meinetwegen mit euch in Kontakt, oder das ist, glaube ich, dann überall so, zu treten oder euch, also sich zu positionieren, dass denen im Grunde genommen immer schön, wie ja PNs oder sonst wo, äh, nahegelegt wird, lass dich nicht instrumentalisieren und, äh, pass auf und was weiß ich was, ja, wo ich einfach sag, so, klar, ne, man gehört ihr halt genau mit dazu, die kommen alle aus ihren Rattenlöchern gekrochen, ja, und, und schmeißen einen dann auf einmal zu, mit irgendwelchen, ähm, PNs oder, naja, Kommentaren weniger, ja, das ist ganz interessant, ja, also, ich hab so eine ähnliche Geschichte mal, nur im reinen Schreiben, Kommentarbereich, habe ich vor Jahren auf YouTube erlebt, ging's um andere Leute und das hat sich überhaupt nicht verändert seitdem, ja, es geht jetzt halt nur mit Videos und mit Hangouts noch, ähm, viel schlimmer, weil die Leute haben natürlich wesentlich mehr Material, ne, und schießen sich, also, und, und kann wirklich da mit ihren, was ihr vorhin angesprochen habt, mit, mit den, äh, Null-Abonnenten-Kanälen oder so, können sie dann da ihre Sachen hochladen, halt zusammenschneiden und es ist wirklich schlimm, ja, was mir noch eingefallen ist, ähm, war, eben, das hatte ich ein bisschen angesprochen vorhin, weil, ähm, wo ich Schwierigkeiten damit hab, dass man einfach nochmal wirklich, ähm, guckt, wie man mit diesen Gruppendynamiken, die da entstehen, bei solchen Angriffstruppen, wie man, wie man die besser, noch besser und effizienter, als zusammengehörige Truppe quasi, ähm, enttarnen kann. Ich meine, nicht, will jetzt nicht darauf hin, dass man dann, äh, weiß ich nicht, weiter so macht, quasi mit dem Sortier, äh, äh, Format, aber, einfach, dass man da vielleicht nochmal ein paar Gedanken sich macht, wie man, wie man diese ganzen Truppen besser erkennen kann. Ich muss nochmal dicht machen hier, weil die Hunde hängen nicht gerade ab, tut mir leid, aber, ja, die Hunde, ich bleib noch, äh, muss bloß die Klappe halten, weil die Hunde zu laut werden. Was mir bei der ganzen Geschichte auch aufgefallen ist, äh, dass wirklich, ja, auch das Thema flache Erde, äh, sehr dominant ist, ja, also es halt auch als, Denunziierungs, äh, ähm, Vorwand missbraucht wird. Ich habe letztens, auch richtig übel ausgeteilt, auf einem, Facebook-Beitrag, wo es, ähm, um, um, um Herrschaft, äh, um Politik irgendwas ging, ja, und, äh, dann so ein, äh, sagt der Flacherdler, ja, ja, es ist wirklich, es ist wirklich echt, da fehlen, da fehlen einem die Worte, ja, aber da hatte ich die richtig, die Worte parat, ja, das ist echt, wirklich, und irgendwo ist es ja auch so, dass, dass, äh, Let's Play, dass sich das bis zu Let's Play ausgewirkt hat, ja, ja, da sollen welche Leute mir sagen, ja, äh, äh, ja, mit Let's Play, das gefällt mir gar nicht, und da würde ich ja nie, und tralala, und denen dann irgendeine Schublade wirfen mit, 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 mit wirklichen, so Desinformanten, ja, das fand ich echt, äh, und Let's Play hat bis jetzt immer die Diskussion diesbezüglich offen gehalten, ja, und das ist echt, das, das, das geht echt nicht in meinen Kopf rein, dass die Leute nicht blicken, was hier für ein falsches Spiel gespielt wird, ja, das ist echt, und das ist wirklich das Thema, ja, also wenn ich da, äh, das verstehen die Leute nicht, ja, das verstehen die Leute nicht, aber die Situation dreht sich, und zwar richtig, ja, so was bei Facebook los ist zum Thema flache Erde, ja, und da wird ja auch, äh, in Größenordnung, äh, gedeckt, äh, also da gibt es auch noch ganz, ganz viel Desinformation, ja, wo ich selber auch noch, äh, wesentlich tiefer gehen muss, in einzelnen Bereichen, äh, die ich halt auch viel aus dem Bauch heraus abgehandelt habe, äh, da stehe ich trotzdem noch dazu, ja, und es gibt viel zu wenig Leute, die, äh, ja, die humorvoll mit dem Thema umgehen, naja, naja, aber solange die Erde flach ist, spreche ich drüber, ja, und solange mir ständig nicht irgendwie weiß gemacht werden würde, dass es eine Kugel ist, und ich keine Kugel sehe, dann, ja, hm, aber richtig, richtig witzig finde ich ja dann immer, dass in solchen Gesprächen dann da auch mal automatisch die, die hohle Erde genannt wird, ja, dass die Leute aber gar nicht erkennen, dass das eigentlich das Spiegelbild, äh, äh, lediglich vom Heliozentrismus-Konzept ist, das, das, das blicken die meisten einfach gar nicht, so tolles Spiegelbild davon, aber, dasselbe Geist des Vater, dabei ist sie flach, aber, let's play, ich will jetzt nicht deine Sendung für eine flache Erde, mit einem flachen Erde-Monolog, in den Abgrund reißen, Entschuldigung, ich finde aber, dass flache Erde, äh, eine wunderbare Sache ist, wo man, die Leute, auf die Grundprinzipien prüfen kann, ja, deswegen hat es mir auch so gut gefallen, ja, sind sie offen, lassen sie einen frei denken, ja oder nein, ja, sind sie fair dabei in der Diskussion, mindestens das, äh, sollte eigentlich jeden dazu bewegen, sich mit dem Thema mal intensiver zu beschäftigen, ne, das ist, finde ich so, Basics eigentlich, ne, ganz egal, wie man das fühlt, ich glaube, ich bin wieder abgehackt, ja, bei einer Klugschilderin, bei deinem, bei deinem Dialekt, äh, muss ich da auch an so einen richtig blöden Spruch passen, ja, denken, der überhaupt nicht auf die Leute aus dem Morden passt, ja, also hier flaches Land, flache Leute, ja, da wird halt auch diese, dieses Denunzierungspotenzial, ja, auch noch auf ganz andere, äh, äh, Geschichten projiziert, ja, eckgehaft, richtig widerwärtig, ja, ach, wir können zurückkontern, ja, wir haben halt einen weiten Horizont, ja, genau, sehr schön, wir gucken halt nicht nur bis zur nächsten Wand, ja, let's play, was sagst du zur Sendung? Ach ja, bin gleich wieder da, hier, das war vor zehn Minuten, let's play, du bist jetzt hier einfach, einfach weggelaufen von deiner eigenen Sendung, das kann ja wohl nicht sein, ich glaube es nicht, ja, vielleicht holt er sich noch was zu trinken oder so und hört uns die ganze Zeit, kann ja sein. Livia, wollte ich dir aber auch nochmal sagen, also deine Ausführungen finde ich echt, ähm, immer super, klasse, genial auf den Punkt, vielen Dank dafür mal an der Stelle. Oh, ich danke dir. Übrigens, Julian ist drin, ähm, Julian, schön, schön, dass du auch mal wieder mit dabei bist, ähm, ja, hallo. warst du eigentlich hier drin gewesen, ich glaube das war so ein, zwei Mal, ne? Ja, genau, bitte kurz einen Moment noch, ich habe hier nur den, äh, YouTube, ich habe mich gerade doppelt, was ist denn das jetzt? Hast du das Video ausgemacht auf YouTube, das? Ja, ich schaue gerade, wo ich das habe, ich mache hier mal alles zu, so, jetzt geht's glaube ich, äh, schönen guten Abend, hallo alle. Ja, schön, 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 dass du dabei bist, und ich muss echt sagen, äh, eigentlich dachte ich, ich würde noch ein paar mehr Leute kommen, aber der eine oder andere hat Probleme, oder hat es nicht mitbekommen, oder ich weiß es nicht, äh, aber du bist wirklich jetzt genau der Mann, weil ich finde irgendwie, die Sendung, den Drive irgendwie, weißt du, so irgendwie, da fehlt was, ne, das einschlägt wie eine Bombe, ja, und ich bin total froh, soll ich die Bombe sein. Ja, ich glaube, das wird jetzt noch was, ich glaube, das wird jetzt noch was, weil, das finde ich wirklich geil, dass du drin bist, gerade auch die Leute, wollten ja auch mal kritische Stimmen hören, und sowas hier, ne, und gerade, du bist ja auch jemand, der, du hast ja auch geschrieben in deinem Kommentar, über den ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe, äh, dass du auch gesagt hast, ja, da kam das auch am Anfang gleich komisch vor, oder du musstest das auch erst genau angucken, du bist ja eigentlich genau der richtige Mann dafür, ne, äh, und, äh, ja, das einfach mal echt zu sagen, wie, wie dir das so, wie du das so wahrgenommen hast, und so, weil ich glaube nämlich, da bist du nicht der Einzige, weil es geht, glaube ich, vielen so, und die können sich da, glaube ich, super hineinversetzen, ich mache mal gerade noch was, aber ich höre euch zu, ja, also, ich finde das richtig cool, dass du jetzt drin bist. Also, äh, die Lydia hat das vorher schon relativ gut dargelegt, vor allem zum Beispiel das Thema Sympathiefilter, ähm, ich glaube, das geht halt ganz vielen so, dass man im Prinzip, äh, äh, einfach Dinge durch diesen Filter betrachtet, so wie beispielsweise das, was da mit Kurt war, weil er Kurt als sehr netter Mensch eigentlich auftritt, oder auf eine sehr nette Art und Weise sich gibt, und man dann vielleicht nicht, nicht, oder weniger dazu geneigt ist, dann auf, äh, auf die Meta-Ebene zu achten, ne, und in dem Fall, äh, hat er sich moralisch dennoch absolut falsch verhalten, indem er in einer wichtigen Situation nicht eingeschritten ist, äh, äh, und, äh, und, äh, und, äh, auf das Essenzielle zu achten, dass der Kurt sich, obwohl er netter Mensch ist, trotzdem in einer wichtigen Situation, äh, moralisch falsch verhalten hat, zum Beispiel. Oh, schön auf den Punkt gebracht. Ja, und das mit Kurt, muss ich auch sagen, ähm, hab ich auch lange nicht begriffen, Kurt ist einer, oder diese Sequenz mit Kurt, ich bin ja dann noch zu euch in die Sendung gekommen, hab gesagt, das hättet ihr jetzt, das hätte nicht sein müssen, Katastrophe. Ich, ich musste mir diesen Ausschnitt, ich glaube, zweimal noch angucken, bevor ich das verstanden hab. manchmal dauert es einfach, bis man das geht. Ich empfehle sehr den, äh, die erste, vierte Stunde von Martin Hüllers Sendung, in der er drin war, und zwar ein paar Stunden später. Und da fällt dir alles aus dem Gesicht, weil dann erkennst du das Gesinge, was in den Videos dazwischen geschnitten ist, erst mal in dem Gesamtzusammenhang, ja, so nach dem Motto, ja, ich liefere da jetzt meine Show ab, und dann, das ist wirklich der Hammer. Das ist echt, das ist einfach nur der Kracher. Und gerade dieser emotionale Filter, ja, also der, der, der ist ja bei allen da. Der ist auch bei mir noch da. Aber der ist jetzt so löschrig geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Meint ihr denn das? Entschuldigung? Nee, nee, reden wir. Also, ich stell dir mir halt eine ganze Weile die Frage, warum ist Kurt so ausgewichen? In der Sendung von, ich glaube, Let's Play, nee, oder Tony Mahoney, ist wurscht. Ja, wo, wo es da auseinandergegangen ist. Und, ähm, ja, wie Tony sagt, da fällt einem alles aus Gesicht, aus dem Gesicht. Hatte er, er hat ja angedeutet, da in dem Hangout mit Let's Play und Tony, dass er vielleicht ganz erwägt, sich mal zurückzuziehen für eine Weile, weil ihm das auch alles irgendwie, über den Kopf gewachsen ist. und dann so prompt in Hüllers Sendung reinzugehen. Ja. Vorgehabt, also, ne, ist er deswegen ausgewichen? und dann stelle ich mir die Frage, was für einen Vorsatz hatte er eigentlich? Ja? Und wie lange hat er den schon? Also, das war irgendwie so der Punkt, da fliegt mir bis jetzt noch das Hirn weg, wo ich es einfach nicht verstehe, ja? Wie lange hat er denn den Vorsatz schon gehabt, in die, in den Hangout zu gehen? Und welche Absicht hatte er wirklich da, in den Hangout von Let's Play und Tony zu gehen? Ja? Das, das beantwortet man immer noch mal. Wenn er anfängt da zu singen, ja, das ist echt, das ist die pure Verhöhnung, Leute. Ja? Das ist Verhöhnung. Es ist wie in den anderen Hangout, es spielt überhaupt keine Rolle, was da geredet wird und tralala, ja? Da geht es um, um, um eine Botschaft, ja, zu senden. Ja? Ja, das ist sehr genau. Und die, und die, und, 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 der Empfänger bestimmt die Botschaft, ja? Und, äh, die meisten sitzen da und denken, oh, guck doch mal, der Kurt, wie schön der doch singen kann, oh, hier ist ja alles in Ordnung. Ja? So, und dann, das sind aber nicht die Empfänger, die Empfänger der Botschaft, ja? Die Empfänger, das sind so fünf oder zehn Prozent, ja? Die das überhaupt blicken, ja? Und, äh, ja, was diese Botschaft dann auslösen soll, ja? Im Zusammenhang noch mit anderen Botschaften, ja? Das überlasse ich mal eurer Fantasie, ja? Sehr geil. Großes Kino. Was halt mir an dieser Stelle besonders wichtig ist zu sagen, ähm, dass, es geht hier einfach um einen moralischen Grundkompass, meiner Meinung nach. Nämlich, uns wird, äh, äh, im Prinzip beigebracht, so, jeder ist ein Einzelkämpfer und jeder soll für sich, äh, irgendwie mit, mit Dingen zurechtkommen, und so weiter. Es ist aber genau das Gegenteil wichtig, nämlich, dass, wenn Unrecht passiert, dass es eben wichtig ist, eben zusammenzuhalten. Und das ist eben genau das, was, was den Leuten abhandengekommen ist. Das, und eben, bei den Dingen, die euch jetzt da passiert sind, ist es einfach wichtig, quasi, ähm, damit eben nicht mit sich selber zurechtzukommen, indem man halt Energie rausnimmt, sondern, dass man damit in die Öffentlichkeit geht und das aufzeigt, dass, dass das Unrecht ist. Und, ja, also es geht darum, Zusammenhalt zu demonstrieren und auch zu zeigen, dass etwas auch nicht in Ordnung ist. Und, ich glaube, das müssen die Leute anfangen, verstehen, oder da, es geht darum, das zu verstehen, dass die Leute das verstehen, dass es darum, diesen moralischen Grundkompass geht. Ja. Ja, da möchte ich nochmal einen danken hier, für einen, äh, Livia und Glücksschiederin und auch dir, Julian, äh, weil das ist so ein Grundtenor, den ihr hier transportiert, ja, und zwar jeder aus seinem eigenen, äh, Blickwinkel, ja, und da nichts mit einer Antipathie oder einer Sympathie zu, 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 zu uns jetzt hier, da ist. Kernelement schon auch des, des, des offenen Briefes, aber für mich war es jetzt nochmal wichtig, das auch mal von, mal nochmal zu hören von, von Leuten, ja, Dankeschön. Also, ich muss, ich muss aber auch das Dankeschön an dich und Let's Play zurückgeben, weil, durch euch habe ich echt viel gelernt, über Moral, über Grundprinzipien, äh, ich habe, ich habe so viel gelernt über, ähm, ja, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, also, auch ich war früher total verblendet und verdreht und, ähm, äh, Integrität. Ich habe über Loyalität, Integrität und über Moral unglaubliche Zusammenhänge verstanden, die wirklich toll waren. Also, ich gebe das Dankeschön auch gerne an euch beide zurück, muss ich echt sagen. Vielen Dank, Äh, was mich mal total interessieren würde, ne, weil deswegen finde ich auch echt cool, dass du drin bist, Julian, auch, weil, du bist ja jetzt auch jemand, der nicht jetzt permanent die Sendung guckt, ja, dann halt ab und zu mal, ne, und, äh, ich glaube, du kannst das sehr, sehr gut widerspiegeln, weil wir können uns da nicht so hineinversetzen, weil wir sind ja selber ständig mit dabei, aber wie ist das denn so, ähm, du hast ja auch teilweise geschrieben, dass du da auch ein bisschen gebraucht hast, bis das klar wurde, und ich glaube, das ist ganz normal, denn ich denke nämlich, wenn man das nicht so oft sieht, dann fällt man auch schnell auf Wortverdreher halt eben rein, oder Leute, die Tatsachen verdrehen, oder so, und, äh, mich würde einfach mal interessieren, um auch mal eine Brücke zu schlagen, zu den Leuten, denen es genauso geht, äh, mal einfach knallhart, also du wirst, du wirst noch nicht angemacht, oder sowas hier, oder was, du glaubst gar nicht, was für einen Stein du im Brett hast, allein schon dadurch, dass du das geschrieben hast, und sowas, ne, und ich hab ja letztens gesagt, in der Sendung, äh, hier, vor ein paar Tagen halt, ne, dass die Leute, die hier die ganze Zeit zugeguckt haben, und, äh, die das wirklich genau wissen, was hier passiert ist, ja, die die ganze Zeit mit dabei waren, die haben das ganze Zeit mal mitbekommen, und die bis jetzt die Schnauze gehalten haben, da hab ich gesagt, das ist jetzt hier der Point of no return, ich hab keinen Bock mehr, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu kommen, ja, das trifft aber nicht auf Leute zu, die nur ab und zu mal da angeguckt haben, und die deswegen, denen sich das gar nicht so ganz erstießt, und mich würde das einfach mal interessieren, äh, wie ist das so, also wie, wie kommt das rüber, ähm, was, was entsteht da so für ein Eindruck, also wirklich mal knallhart oder so, ne, weil ich glaube, wenn man nur Ausschnitte zum Beispiel sieht, oder so, gerade in dieser Situation, auch gerade mit Kurt, oder, oder sonst irgendwas, oder mit Basti, oder so, dass da wirklich der Eindruck entstehen kann, was sind das für Idioten, also ich, ich kann das wirklich, verstehst du, was ich meine, also ich, ich glaube, ich glaube, dass wenn man das isoliert betrachtet, kann das wirklich so rüberkommen, und um die Brücke zu schlagen, fände ich das zum Beispiel mal, mal super interessant halt auch, ne, und, äh, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, ich glaube, der Grundeindruck, der wahrscheinlich entstanden ist, ist der, das sind so persönliche Streitereien, so, und was die Leute eben missverstehen, dass es euch nicht um die persönliche Ebene geht, sondern es geht euch um das Höhere, um die Meta-Ebene, um die Grundprinzipien, die dahinter stehen, und ich glaube, das kommt bei den Leuten nicht so ganz an, die glauben, ich glaube, das ist so meine Vorstellung davon, ich glaube, dass die Leute das eher so als persönliche Streitereien sehen, so als Kleinlichkeiten, bis zu einem bestimmten Punkt, ne, und, äh, die Sache zum Beispiel mit den Drohungen, die habe ich beispielsweise ganz, ganz, ganz spät erst mitbekommen, ne, und da hört, also, alle anderen Dinge sind schon mega schlimm, wenn jetzt, wenn es Verleumdungen und Denunziationen gibt, aber wenn jetzt, äh, das körperliche Wohl bedroht wird, äh, das ist dann nochmal, zumindest für mich halt noch eine Stufe, nochmal weiter, ne, ja, und da, und ich glaube, da geht es einfach um die, diese höhere Ebene, dass es einfach eben, nicht darum geht, dass der Einzelne, da Energie rausnimmt, und den Kommentar vielleicht sogar löscht, sondern, dass man das an die, dass man damit in die Öffentlichkeit geht, und, und, das ist das, was wir uns wieder alle angewöhnen und antrainieren müssen, dass wir auch zusammenhalten, es geht einfach um Zusammenhalt. Ja, also, rückblickend, ähm, ich hab, was? ich hab, ich hab, ich hab den offenen Brief, den hab ich in einem Zug durchgeschrieben, ja, also, ich hab mit Let's Play über die Situation geredet, ja, und er hat mir da wirklich so die, ja, die Tragweite so ein bisschen aufgezeigt, und dann hab ich gesagt, ey, nee, wird jetzt, und dann hab ich mich hingesetzt, und hab das durch, mit ganz, wenigen Änderungen, und dann hat, ähm, Let's Play nochmal drüber geguckt, sind vielleicht auch immer noch irgendwelche Fehler drin, äh, ja, aber da steckt alles drin, ja, also auch der Verweis auf das, auf das Video, äh, hart auf Sendung 3, in dem ich dann versuche, nochmal den Rahmen zu spannen, ja, und, das Krasse an so einer Situation ist, egal, äh, wenn wir jetzt ja schon mal eine Runde haben, wo, wo Leute sich da ein bisschen tiefer, mit reingedacht haben, und halt auch mal drei Hänger sich angeschaut haben, äh, entwickeln die Leute, jeder für sich dann auch wieder so eine Betrachtungsweise, ja, überall ist man mit Filtern, äh, jeder hat so seine, seine Filter, und, ich finde das aber mal wichtig, auch hier, dass diese, diese Parallelen, äh, und diese Prinzipien, ja, dass das da drüber geredet wird, und ich freue mich sehr, Livia, über dein, äh, über dein Dankeschön, was du da zurückgegeben hast, ja, so, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, ja, obwohl ich das auch schon in letzter Zeit aus, 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 mehr in Richtung gehört habe, ja. Also, ich kann dir gerne, äh, zwei Feedbacks geben, zu dem, zu dem offenen Brief als erstes, oder nee, das mache ich gleich, zu dem Dankeschön, ne, ähm, ich habe, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe länger gebraucht, am Anfang war ich bei euch, es ist halt einfach zufällig gewesen, ich gebe zu, ich kannte keinen von euch, und ich habe von einem Freund einfach einen Link bekommen, guck mal, hier ist ein Hangout, ich wusste nicht, was das ist, ich bin einfach dazu gekommen, ich wusste überhaupt nicht, wo ich da hinkomme, mit wem ich da rede, wer das überhaupt ist, so, und dann sind wir ja eine Weile, war ich bei euch, und, äh, klar, ihr wart mir sympathisch, das war im Mai, Juni, so die Richtung, da war noch nicht so viel Beef, da war alles noch entspannt, so, und irgendwann kam dann Beef dazu, dann habe ich mich irgendwann rausgezogen, weil ich dachte, ich ertrage das nicht mehr, das ist mir zu blöd, und das ist nicht meins, ich hatte mehrere Phasen, wo ich komplett raus war, also wo ich einfach auch nicht, wochenlang im Chat war, ich habe mir nichts mehr angehört, und dann habe ich mal wieder reingehört und habe gedacht, ach, immer noch, das steht ja auch manchmal hier so im Chat, dieses, ähm, habt ihr keine anderen Themen mehr und so, ne, ich habe dann auch gedacht, mein Gott, jetzt reden sie wieder übereinander, bis es Klick gemacht hat, und das war wirklich nur, weil ihr, gut, blöderweise immer wieder das Gleiche, in den gleichen Wort war, gesagt habt, aber irgendwann kommt, irgendwann kam es an, da waren es nicht nur Worte, das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn es im Bewusstsein Klick macht, verändert sich alles, und dann kam es an und auf einmal habe ich, habe ich das überhaupt erst mal verstanden, also da ging es nicht mehr um Sympathie, also nicht, dass ihr mir unsympathisch wart, nicht falsch verstehen, sondern grundsätzlich hat es an irgendeinem Punkt dann Klick gemacht und ich habe verstanden, wovon ihr da eigentlich redet, und, und das war aber, das war eine ziemlich weitgreifende Erkenntnis, wie sehr wir eigentlich verdreht sind und so, es hat eine Weile gebraucht, ich gebe es zu, aber mittlerweile, muss ich echt sagen, bin ich euch wirklich dankbar, dass ihr da dran geblieben seid, und es geht auch hier nicht darum, dass wir über bestimmte Leute reden, ehe ich das verstanden hatte, warum ihr immer wieder das Gleiche sagt, über die gleichen Dinge und über die gleichen Leute, geht es gar nicht so sehr darum hier, es geht darum, dass bei jedem einzelnen Fall moralische Grundprinzipien verletzt wurden, und für mich war es so unglaublich wichtig, das im Gesamten zu verstehen, also, ja, das wollte ich noch sagen, genau, und das andere war es im offenen Brief, ich habe ja so, ich sage mal, im Großen und Ganzen mitbekommen, was gelaufen ist, aber wenn ich mir den offenen Brief durchlese, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es nicht mitbekommen habe, nicht gewusst, worum es geht, also, ich hätte an deiner Stelle vielleicht noch ein paar Beispiele, oder hier konkret, so und so und so, also, mir persönlich war es ein bisschen zu allgemein, ich glaube, hättest du da konkrete Beispiele mit reingebracht, hätte das, wäre das effektiver gewesen, weißt du, was ich meine? Ja, 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 sicher, aber gut, so hat halt jeder seinen Stil und so, ne, also, nur so als Feedback von mir, ja, ja, aber da hätte man mehrere bringen müssen, ja, ich habe es halt bewusst allgemein gehalten, ja, Ja, ist ja nicht schlimm, ihr habt ja noch Sendungen gemacht, wo ihr das alles zehnmal erzählt habt und so, ich wollte es nur nochmal der Vollständigkeit halber, ne, ja, jetzt nochmal eine Frage an Let's Play, war das vorhin eine adäquate Antwort auf deine Frage für dich? Nicht unbedingt, also, äh, was mich wirklich interessieren würde, das wäre einfach mal hier dahin gehen, wo es weh tut, ja, und auch mal wirklich, wie du das empfunden hast, als du das gesehen hast und so, ne, und dass die den armen Kurt angeschrien haben, den armen alten Mann, der ist doch immer so nett und so, wie können die das nur machen, so, verstehst du, was, was da bei einem im Kopf vor sich geht, weißt du, was ich meine, dass man dann wirklich mal denkt, du dumme Sau, was machst du da, was bist du für ein Idiot, wie, wie redest du mit Leuten, du bist so völlig, sowas meine ich, verstehst du was, weil das ist nämlich bei den Leuten, da geht bei denen drin vor, in denen eben Schädel, ja, die den Gesamtzusammenhängen nicht verstehen, ja, und, äh, und da einfach mal die Brücke zu schlagen und ich wette, ich sage dir jetzt von mir aus, ne, wenn das umgekehrt wäre, ne, und ich wüsste den ganzen Zusammenhang nicht, ne, und du hättest die Sendung gemacht und hättest den Kurt angeschrien, ne, und ich wüsste gar nicht, worum es da geht, ne, und ich wäre vielleicht noch ein bisschen einfältig oder was weiß ich, oder blauäugig oder würde mich generell nicht mit sowas befassen, mit solchen Zusammenhängen oder psychologischen Geschichten oder so, dann hätte ich glaube ich schon gedacht, ja, was will der denn hier, was macht der denn da, was soll denn das, oder auch bei anderen Situationen, ne, und ich glaube schon, dass, dass, nachdem einem das klar ist, ist es natürlich anders, aber in der Situation drin, wenn einem das nicht klar ist, ich glaube schon, dass man da echt heftig drauf reagiert und da halt eben denkt und so, weißt du, und das ist eigentlich das, was mich mal echt interessiert, weil das ist die Brücke, also, zu den Zuschauern, weil genau das geht ja in denen vor sich und da einfach mal beschreiben, wenn das vielleicht so war, ich habe da vielleicht auch gedacht, oh Gott, was ist das und so, ne, aber so und so wurde mir das klar, oder verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, ich würde es so sagen, das wollte ich jetzt gerade sagen, genau, das wollte ich sagen, ich hätte an der Stelle damals das so gesehen, okay, jetzt wird der einfach da, obwohl der ist ja nicht rausgeschmissen worden, sondern gebeten worden, rauszugehen, ich hätte das damals noch so gesehen, dass, okay, man hätte das ja ausreden können, inzwischen sehe ich das aber noch eine Stufe weiter, das habe ich auch vorher damit gemeint, mit diesen verschiedenen Ebenen, dass es hier wirklich um diese moralischen Grundwerte geht und die sind, obwohl der Kurt ein sehr lieber Typ ist, von seinem, so wie er sich gibt, die sind von Kurt trotzdem einfach gebrochen worden, dass er in einer wichtigen Situation nicht eingeschritten ist. Also damals, ich hätte das so gesehen damals, dass ich sage, okay, man hätte das, man kann das ja ausreden, aber im Prinzip, wenn er sich genau, genau dann, wenn er konkret darauf angesprochen wird, nicht zu diesen moralischen Grundwerten bekennt, dann ist im Prinzip jeder Gesprächsbasis eigentlich nicht gegeben. Also du hättest damals quasi, wenn du nur die Sequenz gehört hättest, auch nicht, auch im ersten Punkt nicht verstanden, warum Kurt jetzt rausgebieten wurde, ne? Genau, genau, das heißt, an der Stelle hätte ich das so interpretiert, okay, da geht es halt um Ego, um ein Ego-Spiele, Ego-Geschichten und so weiter und ich habe es damals eben nicht gesehen, dass es da dem Let's Play und dem Toni um diese moralischen Grundwerte geht, ne? Das habe ich damals nicht gesehen. Und deswegen war es mir in dem Fall auch so wichtig, ab dem Moment, wo ich das erkannt habe, eben auch quasi etwas zu dem offenen Brief zu schreiben. Okay, du sagst am Anfang, es geht um Ego-Spiele. Einfach mal wirklich knallhart, also wirklich, du kannst echt, selbst wenn du jetzt sagen würdest, ich habe gedacht, der ist ein Arschloch oder so, gar kein Thema, ne? Einfach mal knallhart, was denkt man in so einer Situation, was geht da in einem vor sich? Ich glaube nicht, dass man da einfach nur denkt, ja, das hätte man anders machen können oder so und so, sondern in dem Moment geben einem vielleicht mal Kraft ausdrücken durch den Kopf oder so, weißt du so? Einfach, oder vielleicht sogar noch in anderen Situationen, die man vielleicht beobachtet hat, wo man eben nur Ausschnitte mitbekommen hat, weißt du so, ne? Dass da, ich weiß nicht, wie ich da so einen Punkt bringen soll, die wäre ja, sag du das mal irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das... Was? Ich war gerade abgedenkt. Also wolltest du ihn jetzt fragen, ob man dem Moment gedacht hätte, hat ihr seid Arschlöcher oder? Ja, so zum Beispiel, gerade diese Ego, diese Ego-Ebene, verstehst du, wo, wo mit sicher viele denken, dass es eben darum geht primär oder sowas, was soll ich meinen? Und das, das interessiert mich mal, das ist, aber ich kann das nicht anders beschreiben, also ich... Ich sag euch, ich... Warte, warte, Julian, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab zwischendurch auch gedacht, sag mal, spinnt ihr? Seid ihr total bescheuert? Ich bin... Ja genau, sowas will ich hören, ja, sowas will ich hören. Selbst ich, guck mal, selbst ich, die euch lange begleitet hat, die mit euch viel gemacht hat, selbst ich hatte zwischendurch in Phasen, wo ich es noch nicht begriffen hatte, hab ich gedacht, sagt mal, dreht ihr völlig frei, habt ihr einen Knall? Aber das, aber dieses, diese Frage, die ich mir da selbst gestellt hab, was ist mit den beiden los? Die hat dann wiederum dazu geführt, dass ich gedacht hab, die können nicht so abgedriftet sein, das geht gar nicht, dass die so weit daneben liegen, ich muss mir das nochmal angucken. Ich hab hier irgendwas, entweder hab ich was übersehen oder die spinnen wirklich, dann muss ich sie anschreiben. Und das führte dann dazu, dass ich mir das nochmal angeguckt hab, dass ich gedacht hab, was machen denn die beiden da? Also im Prinzip, so kenn ich die gar nicht, so hab ich sie nicht eingeschätzt, ne? Und dann hab ich gedacht, entweder läuft bei mir ein Filter oder ihr habt wirklich einen Knall. Und dann hab ich mir das zwei, dreimal angeguckt und dann hab ich gedacht, jetzt hab ich sie verstanden. Das hat eine Weile gebraucht. Auch ich hab zwischendurch gedacht, ihr spinnt. Bin ich ehrlich, aber das ist schon eine Weile her. Ja, Julian, entschuldige. Mir ging's gar nicht darum, dass da jemand spinnt, sondern ich hab mir einfach gedacht, okay, ihr habt euch da ein bisschen zu sehr reingesteigert. Das war so mein allererster Eindruck von der Sache. Ihr habt euch einfach extrem reingesteigert und so war halt mein Eindruck anfangs, ne? Solange ich nicht erkannt hab, worum es euch eigentlich geht. Das ist interessant, ne? Das ist jetzt, also von Julian und von mir, die Zusammenfassung ist quasi, solange man persönlich auf euch geguckt hat, also charakterlich, Sympathie, konnte man's nicht sehen. Ist das richtig? Das müsste doch so stimmen, oder? Ja, genau, das ist der Punkt, ja. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Leute draußen gibt, denen ich einfach nicht sympathisch bin, ja. In meiner Art und Weise zu sprechen, für die ist das die reine Arroganz. Ja, das ist so das Gefühl, was ich in Kauf nehme, wenn ich das einfach raustrage. Ja, wenn ich das einfach so mache. Das bin ich. Aber, gerade bei Manuel, ja, hatte ich schon einen Punkt erreicht, wo ich auf Muster reagiert habe. Ja, und gerade in der Situation, ja, habe ich ganz genau gemerkt, dass es wirklich intellektuelles Relativierungsgeschwub ist, was ja schon seit einer ganzen Weile läuft, und dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Und dass ich das auch nicht kommentieren muss. Und rückblickend war das genau die richtige Reaktion da drauf, ja. Aber auch hier, wenn man nur den einzelnen Hangout nimmt, ja, wie kommt er jetzt da drauf, den Manuel da einfach rauszuschmeißen? Dreht er jetzt völlig durch, ja? Hat er jetzt Höhenflüge? Das kann er doch nicht machen. Der Manuel hat doch eigentlich nur seine Meinung. Den kann man doch nicht rausschmeißen. Ja? Aber das ist meine Gründe halt dafür, ja. Dass es halt eine Vorgeschichte gab und so. und ich auf ein Muster reagiert habe und meine Reaktion in dem Moment nichts Emotionales mit der Person oder so zu tun hätte. Ja? Das ist schwierig. Das muss man in Hangouts mal so benennen, aber man weiß, dass es viele da draußen gar nicht mitkriegen. Es ist halt einfach so. Aber aufgrund der, ja, der Umstände. Und das funktioniert super. Man kann das üben, ja. Man kann auf Muster, man kann auf Muster reagieren. Und nicht auf, und nicht auf emotionale Geschichten. Und das perfektioniere ich in Zukunft, ja. Das ist ein großes Kino. Ja, und jetzt, wir werden noch richtig coole Sendungen machen, sag ich dir. Ja, das denke ich auch. Wenn, mit dem entsprechenden Personal oder sowas, ja, würde ich mich sogar wirklich auf eine zweite Staffel Free for All freuen, ja. Aber das nicht als Zwei-Mann-Show, ja. Also da würde ich dann schon, ähm, auch mal neue Sichtweisen kennenlernen oder auch das andere da, weil wir wiederholen uns auch irgendwann, verstehst du? Weil bei uns ist das eh klar, wie wir das sehen. Und das ist halt dann, äh, ja, ne, das hängt, wie gesagt, das hängt halt dann davon ab, wer da auch dann Bock hat, reinzukommen in die Sendung und sowas. Ja, aber ich kenne dich auch nicht. Ich habe da auch gar keinen Bezug irgendwie. Ich habe mich aber auch sehr über den Kommentar gefreut, ja. Vor allem auch, dass du das, dass du das, äh, ja, dass es halt wichtig ist, ja, dass es uns halt nicht um uns geht, sondern um diese, um diese Grundprinzipien, ja. Das finde ich super. Ich finde es sehr gut. Ja, freut mich, dass dich das gefreut hat. Ich habe noch mal eine, ähm, Zwischenfrage. Und zwar, mir ging das ein bisschen so bei dem Anschauen, das erste Mal von diesem HO, dem Besagten mit Kurt, dass ich so schon, man kriegt ja ein Gefühl dafür, dann sind wir ja auf der Emo-Ebene sozusagen, oh, oh, ja, also da trennen sich gleich wieder welche. Und, ähm, das, die einzige Emotionsgeschichte, die ich dabei hatte, war, schade, wieder einer weniger sozusagen von, von, von der Gruppe, die sich doch eigentlich vorher ganz gut ausgetauscht hat. ja, und jetzt war für mich eigentlich die Frage dabei, gut, also, ich komme damit klar, dann gehen die halt auseinander, aber wie viele Leute, die das angeschaut haben, haben das weniger, ähm, jetzt nur auf, oh, let's play, zieht sein Ego-Ding da durch, oder was auch immer, sondern aus dieser Erwartungshaltung heraus. Äh, eigentlich wollen wir, das müssen wir doch zusammenhalten, dieses ganze Gejammer, das hat man ja auch, äh, irgendwie über Monate schon in Kommentaren und Chats, ah, schon wieder Streit und Spaltung und all diese Sachen, also diese Erwartungshaltung, das war eher so eine emotionale Geschichte. Ich habe das relativ schnell dann als notwendig auch verstanden, weil, da kam es ja nicht mehr, also, Kurt kam ja nicht mehr auf den Punkt, er hätte ja einfach sagen müssen, ich habe da richtig Mist gebaut und es ist mir, warum ich mich da nicht positioniert habe oder irgendwie in der Richtung, da hätte sich das Ganze ja noch mal drehen können, aber das kam ja auch nicht. Ja, und ich frage mich halt einfach, wie kann, wie, ähm, ist es wirklich so, dass die Leute nur, ähm, Beef da drin sehen und irgendeinen Ego-Trip von irgendjemandem, den sie nicht mögen oder ist es nicht vielmehr einfach so, oh nein, ich kann es nicht ertragen, dass jetzt schon wieder sozusagen ein Zusammenhalt auseinandergeschlagen wird und dass sie deswegen reagieren, oh, der Kurt ist immer der Brave, der Liebe und dann bleibe ich bei ihm. Übrigens, ne, was den Kurt angeht, ne, da kennen ja auch viele die Vorgeschichte nicht, ne, das ging schon viel früher los, ne, oder bin ich sogar schon mal ausgeflickt, mehr oder weniger beim Kurt, auch früher schon, ja, äh, äh, denn, auch in dieser einen Sendung, äh, jeder gegen jeden ist die Wahrheitsbewegung noch zu retten, das war ja dann kurz nachdem, äh, Ian in der Sendung war und, äh, gibt's eine Sendung davon, Let's Play versus Ian Hiob, Tag der Abrechnung, heißt die, glaube ich, in Ausschnitt davon, da ist so, und, ähm, da war ja auch schon die Geschichte mit, mit Jabba und Knacki, als Ian die ganze Zeit die Schnauze gehalten hat und sowas und dann immer noch reinkam, mein Freund Toni und so und da hab ich ihn da mal festgenagelt, hab aber vorher angekündigt, Ian, ich hab einige Fragen an dich, er ist freiwillig in die Sendung reingekommen, niemand hätte ihn dazu gezwungen, er hätte auch jederzeit rausgehen können, und, äh, so, da ist eigentlich rausgekommen, meiner Meinung nach, nein, das ist kein netter Kerl, ja, er sagt, so, er höre mein Freund Toni und bla bla bla, hält aber die Schnauze, wenn es so reinkommt, das, guckt euch wirklich die Sendung an, ja, also das ist, äh, so, und dann war irgendwie kurz das Thema Ian gekommen in dieser einen Sendung, äh, jeder gegen jeden ist die Wahl deswegen noch zu retten und dann meinte der Kurt auch wieder, ja, das ist doch ein netter Kerl und so, da bin ich geplatzt, da hab ich gesagt, nein, das ist kein netter Kerl, nette Kerle stehen hinter ihren Leuten, ja, stehen zu denen und ich rede jetzt nicht davon, dass irgendwelche Leute sich hier positionieren sollen, nee, aber wer immer hier hat mein Freund Toni und bla 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 und immer was erzählt, ja, die NWO will das ja so, wenn zwei sich treiten, freut sich die NWO und sowas, ne, also wenn man mit so einer Scheiße kommt, der immer zusammenheult, schwall, schwall, Wasserfall, ne, also, im Ernst, und dann noch mein Freund Toni und alala und das war für mich auch schon beim Kurt, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Kotzen, als ich das gehört habe, da war mir eigentlich schon erst klar, was den angeht, ne, und, äh, dann hab ich aber wieder gedacht, komm, äh, okay, hab ich dann eher wieder mich selber kritisch betrachtet und so, hat dann gedacht, vielleicht hab ich da überreagiert, für die Außenwirkung, was natürlich scheiße, aber, es ist einfach aus mir rausgebrochen und, äh, Toni hat das, glaub ich, noch mal in einem Video verarbeitet, irgendwie, der klitschige Aal oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, ja, äh, jedenfalls, so, das war Nummer eins, Nummer zwei war, als, äh, Frank Goldmann da mit irgendeiner Scheiße kam, Sam Jones wär ne linke Ratte oder sowas, ich soll ihm ne Schlüssel wegnehmen und so, und dann auch, äh, Toni ins Gehirn scheißen wollte und es da zu dem, äh, Disput kam, äh, war Kurt ja auch Toni bei dir in der Sendung und ich hab die zwar nicht komplett gesehen, aber ich hab einen Ausschnitt gesehen, wo der Kurt dann auch das relativiert hat mit Frank Goldmann, ja, ich mag den ja eigentlich und ich hab ja so nichts gegen den, wo ich mal auch gedacht hab, fuck you, Kurt, ja, und ich hab mich da im Nachhinein sehr, sehr, sehr aufgelegt über ihn und hatte ihn dann auch wirklich lange Zeit noch nicht in Sendung drin, weil ich ihn einfach nicht mehr ertragen konnte, aber dann war irgendwas, mh, dann hat er wieder richtig sinnvolle Sachen gesagt zu bestimmten Themen und dann hab ich mir gedacht, ja, komm, ja, das hat dann doch wieder gepasst, ne, und, äh, so, also, Nummer eins, Ian Hiob, Nummer zwei, Frank Goldmann, Nummer drei war es schon Martin Hüller und Alexander Liegfeld, bla, 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 die Sendung da, ne, also, nur mal um das klarzumachen, Leute, wie viele Chancen ich den anderen noch gebe, ja, wie lange ich zugucke, bis ich dann drastische Entscheidungen treffe, ja, und das habt ihr größtenteils nicht mitbekommen, wahrscheinlich viele Leute, ne, die das nur ab und zu sehen, aber so ist es gewesen, deswegen stellen wir auch oft immer Querverweise her zu anderen Sendungen, und nennen auch die Namen von den Sendungen, damit man sich das angucken kann, ja, und, äh, das ist der Punkt, ja, und, äh, deswegen war das für mich eigentlich schon abzusehen, mehr oder weniger, und, ich bin ganz ehrlich, weil es für mich abzusehen war, äh, in gewisser Hinsicht auch, wie er da rumgedruckst hat und so, und, äh, kann man ja mal übersehen und sowas, ne, in einer Hetz-Sendung, wo es größtenteils darum geht, mir meine Menschheit abzusprechen und meine Rechte abzusprechen und alles Mögliche, und, äh, oder gegen uns unterschwellig zu hetzen, äh, oder kann man ja mal übersehen, ne, ja, ne, äh, und, also, ne, und ehrlich gesagt, das war auch für mich kein so großer Schock, da war das mit Manuel, war für mich ein viel größerer Schock, aber mit Kurt oder so, und ich bin ganz ehrlich, ich war am Schluss nachher, wo er das rumgedruckst hat oder so, ne, gerade in der Sendung, das war, glaube ich, hart auf Sendung 2, wo da ein Kurt drin war, wo ich wirklich echt ihn nicht mehr ertragen konnte, ich fand ihn nur noch zum Kotzen, ja, und, äh, ich war auch froh, als er weg war, und, äh, ich bin ganz ehrlich, was Kurt angeht, nachdem er sich so verhalten hat und so, nachdem er immer zuguckt und alles relativiert und so, und uns für dumm verkauft, mehr oder weniger, äh, hält sich da auch meine Empathie, was ihn betrifft, auch da jetzt seitdem auch wirklich stark in Grenzen halt, ne, ich war, ich war einfach froh, als wir los waren, und ich war auch froh, als wir alle anderen los waren, letztendlich, ich bin auch froh, dass wir Manuel los sind, ja, ich bin wirklich richtig happy, und, äh, darüber, wie das Ganze passiert ist und das alles, und, dass ich früher anders über ihn dachte und ihn richtig, richtig gut leiden konnte, ja, das, das ärgert einen natürlich, ne, dass man da vorher das nicht geblickt hat und so, und dann, diese Enttäuschung ist dann natürlich schmerzhaft, aber, äh, wie gesagt, ich bin froh, dass wir alle los sind, und, äh, und, dass sich jetzt einfach gezeigt hat, äh, wer hier nur rumschwurbelt, ja, und Sachen verdreht, wenn's drauf ankommt, und, wer hier wirklich da ist, und sogar noch seinen Kopf riskiert, eventuell, ja, dass er auch angegriffen wird, oder so, und, äh, und, äh, also, aber ich wollte es nur noch mal sagen, hier mit Kurt, ne, dass es also auch noch eine Vorgeschichte hat und sowas, ne, und, äh, das finde ich auch total geil, ne, dass ich immer ganz, ganz lange zugucke oftmals, bevor ich dann wirklich schmecken, dann sage, hier, ne, ich hab keinen Bock mehr, und das uns dann aber so unterstellt wird, ja, wir wollen ja nur Leute reinholen, um sie fertig zu machen, und, ja, und, und hier, und, und, einfach so, haben die einen rausgespüßen, ach, jetzt ist schon wieder jemand raus, und so, ne, finde ich, finde ich echt geil, ne, also, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, wie gesagt, äh, ich werde auch in Zukunft dann auf diese Sendung verweisen, oder auch auf Hard of Sendung 3, wo Tune das zusammengefasst hat und so, und, äh, das muss dann aber auch wirklich genügen, ja, und, wer es dann nicht versteht, auch von denen nicht, die halt das nur ab und zu sehen, die müssen dann leider dumm sterben, ne, und, äh, ich würde mir das ganz genau überlegen, an eurer Stelle, die jetzt hier zugucken, und es ist wirklich vielleicht nicht raffend, oder wirklich noch denken, aus Gerechtigkeitssinn, endlich mal diese beiden Despoten zu zerstören, Tony Mahoney und Let's Play, diese Drecksdespoten, ja, die hier Herrschaft ausüben, und, 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 ja, und sowas? Die totale Zensur im Chat. Ja, die totale Zensur, ne, und, und sowas, ja, und, äh, da habe ich mich ja auch lange Zeit dran aufgehalten, das immer wieder erklärt, warum das so ist, ich habe keinen Bock mehr, und ich werde es jetzt nicht nochmal hier erklären, ne, und das ist natürlich keine Zensur aus, aber, äh, jedenfalls, ähm, ja, und das sind halt so Sachen, äh, da denkt jetzt wirklich der eine oder andere, das ist wie Leute von Antifa, wir sind die Guten, okay, wir nehmen zwar Gewalt aus oder so, aber, wenn es so eine gute Sache ist, dann, ist das schon okay, dann halte ich der Zweck die Mittel und verzweifelte Maßnahmen erfordert eben, äh, ne, verzweifelte Situationen erfordert eben verzweifelte Maßnahmen und dann muss man eben auch mal Gewalt ausüben gegen das Denkende, ja, und, äh, was, oder was auch immer bei denen im Kopf vor sich geht, ne, und, äh, ja, ich würde mir das einfach ganz gut überlegen bei euch, ja, ich würde mir das ganz gut überlegen, ja, diejenigen, die jetzt vielleicht schon unsicher sind oder jetzt denken, ach, jetzt können wir denen ja auch noch ein paar verpassen hier oder sowas, ne, jetzt gehört das ja hier zum guten Ton und so, ich würde mir das gut überlegen, denn ich werde keinen Unterschied machen zwischen Initiator der Hetze und den Mitläufern und ich kann euch sagen, ihr seid nur Bauern, an die Initiatoren wird man eventuell nie rankommen, ja, weil das sind eventuell noch ganz, ganz andere, die kennt ihr überhaupt nicht, ne, aber an wen man rankommen wird, sind die Bauern und dann gibt es halt eben mal ein Bauernopfer, ja, es ist ganz einfach so, also, ich, ich sage es nur dazu, ne, also, äh, die haben euch nicht dazu gezwungen, uns anzugreifen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt steigere dich nicht wieder rein, also, was ich sage, man könnte es zusammenfassen mit, äh, man könnte es zusammenfassen damit, ob euch die beiden sympathisch sind oder nicht, ob ihr sie für Despoten haltet, für, für Arschlöcher, für Narzissten, selbst für Psychopathen, es ist nicht in Ordnung, wenn jemand angegriffen wird, so könnte man es zusammenfassen, überlegt es euch gut, lasst es bleiben, behaltet im Notfall euren Mist für euch, aber, ja, könnte man das so zusammenfassen, ich denke schon. Na, das klingt für mich so ein bisschen, auch wenn ihr das liebt, meins, Lidia, so ein, so ein, ja, man versucht irgendwie den Leuten da Tipps zu geben und, es ist kein Relativierungsgeschworben, ganz, ganz bestimmt nicht, aber so ein bisschen, man versucht halt irgendwie so einen Abschluss zu finden und der ist halt nicht da, ne, ja, lebt halt euer Leben weiter, ihr habt euch einen Blick gemacht auf eine Situation und habt da in den Abgrund geblickt und, ja, aber eigentlich meint ihr, ihr habt nichts damit zu tun, ja, aber das stimmt nicht, weil, wie gesagt, die Personen hier völlig austauschbar sind, ja, und, Ja, so habe ich es gar nicht gemeint, Tonya, ich habe es genauso gemeint, wie du es jetzt gesagt hast, vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt, aber erzähl weiter. Alles gut, alles gut, ich wollte es nur, ich wollte es nur als Aufhänger nehmen, ähm, ja, letzter Gedanktwort. Es geht sie alle an, wolltest du sagen, wahrscheinlich. Ja, ja, äh, ja, und für uns geht das Spiel jetzt hier weiter, ja, so, und, ich wüsste übrigens immer gerne, was mache ich, ne, ich glaube, ich habe einiges in der Sendung gesagt, was man mir jetzt auch wieder verdrehen könnte, boah, da hat sich gedroht und sowas, aber ich finde nicht, dass ich gedroht habe, oder wie seht ihr das? Wenn ich sage, es kann auch mal ein Bauernopfer geben, oder so ein Zeug, oder wenn ich vorhin gesagt habe, oder wenn ich vorhin gesagt habe, ja, wenn ihr in die Kneipe reingeht und da jemand anpöbelt oder so, kann ja sein, dass der nicht so begeistert ist und dann entsprechend regiert. Muss man halt nur vorher wissen, bevor man jemanden angreift oder anpöbelt, ne? Kann ja dann wieder irgendwie als Drogen ausgelegt werden oder sowas, aber das sind ja einfach nur Tatsachen, die ich anspreche. Ich drohe ja damit niemandem. Ja, aber darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ja, natürlich wolltest du nicht auch hinaus, aber ich wollte es nur nochmal gerade ansprechen, weil ich mir gerade überlegt habe, dass man es nämlich immer wieder schön verdrehen könnte, auch wo ich das gerade mit dem Bauernopfer gesagt habe. Volles Beispiel für Aktion, Reaktion, nicht verwechseln. Toni. Ja, aber für Let's Play und für mich geht das Spiel jetzt weiter, ja, also das wird auch nicht aufhören, das wird auch weitergehen, ja. Also von uns, ist das nicht abhängig, ja. Also wir beide wissen, worauf wir uns hier eingelassen haben, ja. Und da muss man jetzt einfach durch, ja. H.O. Watch, komm, du schreibst, doch es war eine Drohung. Wem habe ich denn hier persönlich gedroht? Es ist ein ganz normaler Sachverhalt, dass es bestimmte Leute gibt, die halt eben andere als Bauern benutzen und diese Bauern werden auch von diesen Leuten geopfert. Wo ist denn das eine Drohung? Ich will das wissen, H.O. Watch, komm. Ich habe mir schon gleich gedacht, was du für einer bist vorhin, ja. Auch wenn du dann mal noch was Sinnvolles geschrieben hast. Das ist so die 90-10-Regel, ne. Ich will das jetzt von dir wissen. Ich will wissen, wo ich heute in meiner Sendung hier gedroht habe. Hm? Bring es mal auf den Punkt. Mir ist schon klar, dass ich jetzt hier getriggert werde, aber ich lasse es einfach gerade so. Ich will das wissen. Oder von irgendeinem anderen in diesem Chat. Wo habe ich heute konkret jemandem gedroht? Hm? Da kommt nichts jetzt, ne? Interessant. Ich warte noch kurz. Ich finde die Kommentare, die anderen Kommentare waren auch ziemlich geil. Ich halte Let's Play und Tony Boholi für zukünftige Helden in der androhenden apokalyptischen Neuzeit. Sehr geil. Was schreibt da Robo Watchcom? Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Dachte, du würdest dann Leute aufliegen lassen oder so. Das kann schon sein, dass wir noch den einen oder anderen aufliegen lassen. Aber das habe ich ja jetzt hier konkret nicht gesagt, ne? Ja. Was kommt gleich? Let's Play, okay? Was kommt denn gleich? Okay. Was kommt denn gleich? Was schreibt hier der Dynamie? Das war eine drogene Allgemeinheit. Ne, war es auch nicht. Nein, war es nicht. Da läuft schon wieder ein Filter. Er hat gesagt, wenn man Leute angreift oder ihr werdet als Bauern benutzt und die werden geopfert. Aber doch nicht von ihm. Von den Leuten, die sie vorschicken. Ihr müsst genau zuhören. Ja, Leute, wenn ihr Schach spielt, ne? Wenn ihr Schach spielt und dann macht jemand, wie soll ich das jetzt sagen? Gut, ihr könnt auch derjenige sein, der einen Bauernopfer macht, aber ihr könnt ja nur eure eigenen Bauern opfern. Deswegen heißt es ja Bauernopfer. Wenn ich die andere Figur schlage oder so und der verliert den, dann hab ich den ja nicht geopfert. Opfern ist ja, dass ich etwas weniger habe. Das ist ein Opfer. Ja? Und Bauern kann ich nur opfern, wenn ich sie auch habe. Meine eigenen Bauern. Ich kann nicht die Bauern der Gegenseite opfern. Das geht nicht. Die können sie nur selber opfern. Ja? Ist so. Ne? Und so ist es ja auch. Das ist ja auch der Witz, ne? Genau so läuft das ja auch, ne? Sollte man sich halt vorher überlegen. Wie gesagt, wenn ihr bisher die Schnauze gehalten habt und noch nicht vorhabt, irgendwie mal hier für die, für einfach irgendwelche Prinzipien hier, über die, wie es hier geht, ja, mal eine Partei zu ergreifen oder sowas und zu sagen, nee, sowas möchten wir in der Gesellschaft nicht, sowas darf nicht toleriert werden oder so, ja, dann haltet am besten einfach die Schnauze. Ja? Ihr macht's. Und Helena ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Helena, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Ja? Aber jetzt wissen wir, dass du nur partiell intelligent bist offensichtlich. Und das ist ja geil, die hat mich sogar noch angeschrieben und du hast mich jetzt zum letzten Mal Fotze genannt. Helena, wann habe ich dich jemals Fotze genannt? Und durch diese Unterstellung hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen habe ich dich blockiert. Ja? Weil ich hab da auch keinen Bock, mich dann irgendwie noch zu rechtfertigen. Ne? Was soll denn das? Ja, sie hat ja ihre Comic-Kar gelöscht unter meiner letzten Sendung. Die waren eigentlich sehr aufschlussreich. Ne? Vielleicht hat der da ein oder andere Screenshots davon gemacht. Aber sie hat's auch nochmal, zum Teil zumindest, auf Discord gepostet, im Chat. Ähm, Ja. Und Helena, die Energie, die du da jetzt verwendet hast auf YouTube, ne? Die hättest du auch verwenden können, um einen kurzen Kommentar unter Tonis offenen Brief zu schreiben. Und wenn du es nicht verstanden hast, was da los ist, hättest du mich jederzeit fragen können oder Toni fragen können. Absolut kein Problem. Aber das, was du jetzt hier abgezogen hast, Helena, ganz ehrlich. Und du bist halt leider einer von denen, denen ich den offenen Brief geschickt habe, denen ich andere Videos geschickt habe. Und du hast jederzeit die Möglichkeit rauszufinden, was hier wirklich abgeht, Helena. Ja? Ja. Und das zählt auch wirklich für alle anderen und ich habe es wirklich einigen Leuten geschickt auf YouTube und auch noch über andere Kanäle. Es ist einfach so. Und ich habe gesagt, letztens in der Sendung, wenn du so komplett angehört hast, Helena, das war der Point of no return. Und wir haben drei Wochen gewartet, über drei Wochen sogar. Und irgendwann ist halt mal Schluss. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was er dir überhaupt geschrieben hat. Irgendwas hier mit, dass wir gesagt, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja? Fakt ist, es hat dich nicht interessiert. Du hast gesagt, hier, du bist nicht die richtige Anlaufstelle oder was? Und fertig. Du hättest jederzeit nachfragen können. Und dann weiß man auch Bescheid, Helena. Und von dir erwartet auch niemand mehr etwas. Nur, du hast dich echt komplett lächerlich gemacht mit deinen Kommentaren. Es ist einfach so. Ja? Jetzt denkst du jetzt, jetzt haue ich hier mal auf den Tisch. Jawohl! Aber genau gegen die Falschen. Ja? Nee, echt mal, ich muss, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Helena, du hast dich voll geschnitten. Ja? Weil wir alle wissen ganz genau, dass du, dass du auch ordentlich auf, auf die Mütze gekriegt hast. Äh, von den, von den christlichen Tralala. Ja? Also, dumm stellen funktioniert einfach nicht. Ja? Und ignorant sein, das ist wirklich der Untergang für jedes menschliche Wesen. Ja? Das ist, ja, das ist echt. Dar es, was schreibt hier? Das wurde nur noch, das ganze Ding wurde nur noch durch, äh, Manuel's Video getoppt, ja? Übrigens, was auch gelöscht wurde. Und es war mir, es war mir ein Vergnügen, ja? Ja, wirklich, es ist wirklich, wie ich das in dem Video geschrieben habe. In dem Moment, wo das Video losging, habe ich mich auch so hingelegt, ja? Und so bin ich aber geblieben, ja? Und habe mir das ganze Video angeguckt, ja? Und dachte mir, okay, okay. Ja, und dann habe ich ein Antwortvideo gemacht. Ich will noch kurz was sagen. Zu Baris, ich sage was. Er schreibt hier, ich war das Metallender, war nicht meine Steinenstunde, Let's Play, habe mich zurechtgewiesen, ist recht. Aber ich war insgesamt voll im Recht. So, äh, schade, dass es alles gelöscht ist. Man sieht auch nicht mal meinen Kommentar. Jemand hat auch geschrieben, Manuel irgendwie Hurensohn und sowas. Und, äh, soweit ich weiß, ist seine Mutter sogar verstorben. Aber selbst wenn es noch geben würde, scheißegal. Ich persönlich, muss jetzt einfach hier mal sagen, könnt ihr jetzt sagen, wie ihr wollt, äh, für manche ist das einfach so Jargon, die meinen das auch nicht so. Aber, ich mag dieses Wort nicht. Ja? Ich mag Hurensohn nicht, weil, ich habe das auch geschrieben in dem Kommentar, dass Manuel sich auf menschlicher Ebene vollends bei mir disqualifiziert hat, aber dass die Leute seine Mutter da rauslassen sollen. Weil, was hatten die damit zu tun? Was soll denn das? Ich meine, die meinen das vielleicht nicht so, das ist einfach nur halt eine Beleidigung. Aber, ja, ich mag sowas halt nicht, ne? Und, äh, was ich auch noch gesagt habe, weil auch jemand zu Helena geschrieben hatte, Fotze oder sowas, der aber nicht ich war, äh, ja, habe ich dann halt auch geschrieben hier, äh, muss auch nicht unbedingt sein, ne? Hier Leute als Fotze zu bezeichnen, Helena oder sowas, ne? Und leider ist es, ich fühle mich die ganze Zeit doppelt, so, äh, leider ist der Kommentar jetzt nicht mehr da. Aber wie gesagt, ich hatte es darunter geschrieben und es war mir, in dem Sinne auch nochmal wichtig. und derjenige, der jetzt sogar noch geschrieben hat, äh, das hat echt nicht sein muss, hier Leute Fotze zu nennen, der wird noch angemacht von Helena Malkovich, du hast mich heute zum letzten Mal Fotze genannt. Und ich glaube, da ist dann wirklich der Ausdruck partiell intelligent, noch wirklich sehr schmeichelhaft. Was du gerade gesagt hast, ist übrigens auch ein schönes Beispiel. Die Kommentare, denen du da widersprochen hast, die waren ja pro Let's Play und trotzdem hast du gesagt, finde ich nicht okay. das ist Moral. Das ist einfach ein tolles Beispiel, wenn man die Filter mal weglässt, hast du gesagt, Leute, bitte keine Hurensöhne, bitte nicht Fotze, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist Moral. Obwohl das eigentlich Leute waren, die für dich geschrieben haben, so wie ich es verstanden habe. So macht man das. Leute, nehmt euch ein Beispiel dran. Und das funktioniert halt auch dann immer besser. Und wir haben das in den Hängerns auch gezeigt mit Ian und Basti. Und wir hatten noch ganz andere Situationen von denen, die da nicht so raus dringen, wo wir da wirklich geprüft wurden. Das ist echt der Hammer. Von innen und von außen. Das ist echt. Leute, ich sage es euch ehrlich, mit den letzten zwei Jahren, ja, da könnte ich wirklich ein Buch schreiben, ja, und nicht hier irgend so was wie Tralala, sondern das wäre ein episches Meisterwerk. Das würde Herr der Ringe in den Schatten stehen. Ja. Müsste man eigentlich mal machen. Ach, es gibt so viele, es gibt so viel, es gibt so viel zu tun. Bob, der Baumeister würde jetzt sagen, packen wir es an. Genau, packen wir es an. Ja, und übrigens, und übrigens noch hier, ne, ich habe mich aus YouTube zurückgezogen, ist ja schon gut. Hast du aber erstens mal jetzt in letzter Zeit fleißig Kommentare geschrieben auf YouTube und zweitens, Helena, ist doch vollkommen egal, ob du auf YouTube bist oder nicht. Was hatte denn der offene Brief mit YouTube zu tun? Hm? Was denn? Da könnte man doch irgendwas drunter schreiben können, wenn man es gewollt hätte oder so. Aber muss ja nicht sein, Helena, ne? Ist ja, ist ja völlig okay so, aber ich nenne das dann einfach nur beim Namen. So? Also, ich weiß gar nicht, was du willst. Die, sie hat mir ja noch irgendwie, dann irgendwelche Sprachmitteilungen geschickt, ich habe mir die nicht mehr angehört, weil für mich war da eigentlich irgendwann auch mal alles erledigt. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Hättest du Feuer machen sollen? Da hat er genug Gelegenheit gehabt. Wochen lang, mich darauf einzusprechen, was denn los ist. Und Helena, es geht hier nicht jetzt speziell um dich. Ich nenne dich jetzt einfach, weil du hier blödsinnige Kommentare geschrieben hast oder mir jetzt auch geschrieben hast, nö, du hast mich zum letzten Mal vorzugenannt. Äh. Äh. Ja, das geht einfach an alle. Das geht an alle. Das geht nicht nur an dich, Helena. Das geht an alle, die wir angeschrieben haben, die jederzeit die Möglichkeit hatten, das auch rauszufinden oder einfach Fragen zu stellen. Und das geht, das sind noch viel mehr Leute, ne, die ich wirklich mochte. Ja? Auch so Leute wie Robert hier, Roberts Röhre, Winston, der richtig, richtig gute Beiträge gebracht hat in dieser Sendung. Den ich richtig mochte. Aber es kam nix. Es kam nix. Und warum nix kam, ist mir doch egal. Es sei denn, es war irgendwie Urlaub, Ewigkeiten und hat es nicht mitbekommen oder so. Dann schon. Aber wie gesagt, insofern er das mitbekommen hat, die ganzen Leute, ne? Äh, ich weiß ganz genau, wenn es heiß hier geht, kann ich mich nicht drauf verlassen. Und das ist eigentlich für mich, äh, ne? Also, das sind jetzt hier einfach Zeiten, da brauchen wir schon mal ein paar Leute, auf die man auch irgendwie zählen kann oder so. Und wer da sagt, ich ziehe mich da raus und so, das kann ich alles verstehen, aber dann ziehe ich halt auch meine Konsequenzen raus. Ja? Also, es ist halt einfach so, ne? Und es ist einfach ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob jemand konkret angeschrieben wurde, ob jemand wirklich konkret wusste, ah, da ist irgendwas, ich kann ja noch nachfragen, wenn ich es nicht verstehe. Oder Leute, die einfach nur hier sporadisch eine Sendung gesehen haben, die natürlich dann nicht durchblicken, was da los ist. Und für die Leute ist ja auch die Sendung hier heute. Ja? Also, was schreibt hier der Baris? Sag was, vergib mir, let's play, dass du wegen mir zu unrechtlich beschuldigt wurdest. Also stimmt, du hattest das geschrieben, ne? Mit der Fotze. Ja gut, aber Baris Savas, ich wusste gar nicht, dass jemand, der lesen kann, dass jetzt Baris Savas und Let's Play & Talk sich so ähnlich anhört. Also, also gut, du könntest ja ein Fake Account sein von mir, ne? Aber glaub mir, Helena, wenn ich dir sowas sagen will, dann sage ich dir schon unter meinem Echten Account. Ja? Also, ja, ich denke, jetzt denkt sie wirklich hier, jetzt macht sie mal den großen Befreiungsschlag, jetzt ist sie mal dran, jetzt, jetzt, wahrscheinlich dann noch, keine Ahnung, was jetzt abgehen wird, oder so noch da, ja? Äh, das ist auch wieder eine Situation, die mir beweist, dass die Menschen mit dem, wie sie nach außen wirken, äh, äh, ja, also was hinter dieser Maske steckt, ist meistens was ganz anderes, ja? Ja, und das, ja, das habe ich bei, bei Helena jetzt auch für mich feststellen müssen, und da sage ich nein, danke. Was schreibt David Gatekeeper Watch 2? Nein, das meine ich nicht, sondern ich möchte wissen, was sie dazu sagen, wenn ständig an Nature 23 von Toni und jetzt Playhofiert werden und Nature 23 mit MCM zusammenhängt, ja, dass er mit MCM zusammenhängt, ist mir egal, aber Nature 23 hat auch seine Schnauze gehalten, er hat mir nur irgendein christliches Video geschickt oder so, äh, was dann natürlich meine Situation total verändert hat, nämlich überhaupt nicht im Grunde genommen, außer, dass vielleicht da schon auch ein paar gute Inhalte drin waren, aber, äh, Nature hat auch seine Schnauze gehalten, ne? Ja, und er wusste ja auch im Grunde genommen, was hier abgeht, also, der zählt für mich auch zu den Leuten dazu, also, das ist ganz einfach so. Ne, wir haben jetzt 19 Personen, wir machen hier einfach so, was? Wir haben hier bitte einen Video-Ausschnitt, ja, hier, von, von einer Situation, in der ich Nature 23 Honig ums Maul schmiere, ihn hofiere, ja, könntest du voll knicken, das ist ein Bullshit. Was soll denn das? Also, ne, wie gesagt, ähm, was hier, bin gleich wieder da, okay, okay, ähm, ich glaube, klug steht dann, ähm, nö, also, das war jetzt einfach hier so ein Reset, ja? Und mit den Leuten, die jetzt noch da sind, oder die vielleicht dazugekommen sind durch die Situation, kann man jetzt wirklich einen Schritt weiter gehen, ja? Und in Zukunft werden wir halt eben auch ganz genau aufpassen, wen wir hier noch einnehmen, ne? Das ist ganz einfach so. Muss man eben jetzt aufpassen. Er schreibt hier nur gerade im Chat, Gatekeeper Watch 2, nein, ich habe das nicht gesagt, nur zur Korrektur, das hat Angela Görkel gesagt. Falls du das, ich habe es nicht mitgekriegt, was du jetzt war kurz weg, aber irgendwie... Ah ne, ne, der steht... Sorry, sorry, ich habe vergessen, Ad vorzulesen. Klar, Angela Görkel, Ad, JB Gatekeeper Watch 2, genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass du kein Missverständnis gibt. Ja? Und spätestens, wenn ihr diese Sendung hier gesehen habt, ne? Spätestens das müsste eigentlich Fragen aufwerfen. Kämpfe ich hier wirklich das Gute, wenn ich Toni und Let's Play zerstöre oder zumindest versuche? Ja? Sollte zumindest Fragen aufwerfen. Sollte ich wirklich mal die Frage stellen, liege ich nicht vielleicht doch falsch? Ja? Wie gesagt, wenn ihr euch dann daran beteiligt, beteiligt ihr euch an einer Hetzkampagne. an einer widerlichen. Es ist einfach so. Und ihr seid dann auch nicht besser für mich als die Initiatoren. Ich sage es einfach nur. Ja? Ich glaube, das gefällt dem einen oder anderen, ne? Ja, wenn ihr nichts zu melden haben auf der Arbeit oder so, oder wenn ihr bei Freunden nichts zu melden haben, ah, jetzt ist mal was, jetzt kann ich auch mal auf jemanden einprügeln oder so. Die Mehrheit prügelt ja drauf ein, das ist doch geil. Ja? Ja. Es kann wirklich passieren euch, ne? Dass ihr mit zehn Mann draußen auf einen einprügelt. Es kann wirklich passieren, dass ihr echt mit zehn Mann draußen auf einen einprügelt, ne? Und ihr habt nur einmal den reingetreten. Oder nur einmal zugeschlagen. Und die anderen haben das meiste andere gemacht. Und ihr habt nicht mal Power so richtig. Also habt ihr da ein bisschen reingetreten, das hat gar keinen Unterschied gemacht. Aber ihr wart mit dabei. Und es kann sein, dass derjenige sich euer Gesicht gemerkt hat und irgendwann findet ihr euch. Der kommt vielleicht an die anderen nicht ran, aber ihr wart auch mit dabei. Ne? Es ist einfach so. Sollte man sich wirklich immer ganz genau überlegen, ja, an was man sich beteiligt. Ja? Weil das kann immer wieder auf einen zurückkommen halt, ne? Es ist einfach so. Du gibst genug konkrete Beispiele davon. Ja? Also in der Realität halt. Ne? Und, äh, ja. Du hast auch mal ein schönes Beispiel gebracht. In der heutigen Zeit was gegen Rechts zu sagen, ist nicht sehr mutig. Das braucht nicht viel Mut. Aber in der heutigen Zeit gegen die aufzustehen oder mit denen aufzustehen, die gegen Ungerechtigkeit sind und die vielleicht noch in der Unterzahl sind, das ist mutig. Also Leute, wählt weise. Ja, super. Du hast hier schon wieder unterschwellige Drogen. Nein, das sind keine unterschwelligen Drogen, ne? Ich drohe nicht. Ja? Ich drohe nicht. Das funktioniert so nicht. Wenn du wirklich jemandem etwas tun willst, dann dann kündigst du das doch vorher nicht an. Dann weißt du ja noch Bescheid. Marco, wenige Diagnostik. Hoffi, ich habe dir geschrieben, das letzte Mal, dass du mich Fotze genannt hast, bevor du dein Statement abgegeben hast. Ja, okay. Okay, bevor ich mein Statement abgegeben habe. Kann ja sein, Helena. Wann habe ich dich Fotze genannt? Ich will das jetzt wissen. Wann habe ich dich jemals Fotze genannt? Wann? Konkretes Beispiel. Ich will das wissen, Helena. Ja. Oder hast du Wahnvorstellungen? Ich würde mich mal auf meinen Geisteszustand überprüfen lassen, wenn ich du wäre. Oder nenn mir ein konkretes Beispiel. Jetzt schreibt sie hier gar nicht. Was soll denn das dann? Erklärt mir das bitte mal. Livi, erklär du mir das, was das dann soll. Nur eine kurze Frage. Was hat sie dir geschrieben? Das ist das letzte Mal, dass du sie Fotze genannt hast. Helena, dann verstehe ich nicht, warum du jetzt, wenn er fragt, wann habe ich dich Fotze genannt? Gar nicht. Das verstehe ich nicht. Ah, Helena hat mir eine Frage geschrieben. Moment. Sie sagt, sie hat dich für Baris gehalten, schreibt sie gerade. Ja, Helena, aber dass du Wahnvorstellungen hast, da kann ich schon nichts dafür. Wie kommst du denn darauf, dass ich Baris bin? Da steht doch Baris und nicht Let's Play and Talk. Hm? Da kann man ja mal fragen oder so. Okay, gut, wenn ich der gewesen wäre und wirklich Fake Accounts hätte, dann würde wahrscheinlich da, ja, das ist schon klar, Helena, aber verstehst du, was ich meine? Nur aufgrund von Vermutungen, ja, dass ich ja das sein könnte oder sowas. Ja, okay, jetzt kommt aber hier auch, ja, habe doch gesagt, my fault. Na, immerhin. Immerhin. Helena, da muss ja auch klar sein, dass ich dann halt hingehe und dich dann auch blockiere, weil ich dann auch keinen Bock mehr habe. Ja? Und ich finde auch, was du ansonsten da geschrieben hast, ist ja leider gelöscht. Was? Was? Das war privat. Mal nebenbei. Oh, mir wird schlecht. Ja, mir auch. Ich kann mich nur wiederholen. Nicht, ich würde still sein. Ich würde einfach still sein. Das macht es alles nicht besser. Let's play. Wie kannst du nur? Ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade sprachlos irgendwie. Das war privat. Du kannst doch hier nicht irgendwelche privaten Nachrichten breitreden. Täter-Opfer-Umkehr. Das ist echt. Es geht gar nicht mehr. Ich kapiere es nicht. Marvin, erklären wir es mal. Marvin, erklären wir es mal. Erklär mal die Menschen. Ich bin gerade sprachlos. Sagt ihr mein Englisches dazu? Lieber, sagst du mein Englisches. Was soll ich denn jetzt so sagen? Was schreibt sich? Ich habe nicht zuerst geschlagen. Das war Let's Play, schreibt sich ja. Helena, willst du die Sendung? Oh, ist das so. Mir wird es so schlecht. Helena, nicht. Hör auf. Lass gut sein. Lass wirklich gut sein. True Story kann jeder nachvollziehen. Das war übrigens wirklich privat, was er mir da geschrieben hat. Mit der Fotze. Das stimmt sogar. Die hat recht. Ja, sagt mal was dazu. Ja, ich frage mich gerade, wo hat, wo hat denn Let's Play angefangen? Was habe ich nicht mitgekriegt? Fickt euch alle, auch du, Helena Melkowitsch, schreibt sie. Ja, das stimmt, Helena. Auch du kannst dich flicken. Genau. Ja, das habe ich gesagt. Und das gilt nicht nur für dich, aber auch eben für dich. Helena, ich habe, ich habe ganz klar gesagt, in der Sendung, die Leute, die bis heute die Schnauze gehalten haben und ich habe dir den auf den Brief geschickt und alles, und den ganzen Kram und ich habe dir auch Videos geschickt. Du hättest mich jederzeit fragen können, was ist denn da jetzt nochmal genau? Erklär mir das nochmal. Ich verstehe das nicht. Was machen? Was? Was ist denn da los? Verstehst du, was ich meine? Schreiben oder anrufen oder irgendwas, Helena? Verstehst du, was ich meine? Aber du bist ja nicht die richtige Anlaufstelle. Und jetzt bin ich hier der Böse. Aber ich will jetzt mal was hören zu euch, weil ich habe ja wirklich, das war ja echt privat mit der Fotze. Ich habe das jetzt hier vorgelesen. Das stimmt sogar. Sie hat recht. Ich will mal was hören dazu von euch. Was sagt ihr denn da dazu? Also, das Erste, was ihr gesagt wurde, war doch, Hoffi, ich habe dir geschrieben das letzte Mal, dass du mich Fotze genannt hast, bevor du dein Statement abgegeben hast. Darauf hast du dann gesagt, stimmt. Also, du bist doch dann in der Folge darauf eingegangen, dass sie geschrieben hat, sie hat dich, weißt du, was ich meine? War nicht das erste Statement überhaupt, dass sie das hier im Chat geschrieben hat und du hast das bestätigt? Leute, screenshoten wir mal. Ganz wichtig. Jetzt könnte man auch ein Screenshot jetzt. Und das Problem ist ja auch, dass da steht, warum lügst du hier rum? Also, im Grunde genommen hat es ja dich ja der Lüge bezichtigt. Da musst du irgendwas zu sagen, oder? Warte mal. Also, ich komme ehrlich gesagt gerade nicht ganz hinterher, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mir das im Nachhinein nochmal anhören, wie das jetzt genau in der Randfolge war. Naja, hat gelogen. Ja. Hey, Helena, screw you. Ja. Ganz einfach. Ohne Schnickschnack. Ja. Screw you, Wo habe ich denn gelogen, Helena? Ohne Schuhe. Ja. Was schreibst du da? Ich bin gerade wirklich echt wieder etwas schockiert, Helena, ne? Ja. Was? Ja, bin ich auch nicht. Was ist nicht? Du kannst ja gerne in die Sendung kommen, Helena. Quatsch du mir drüber. Ich bin für nichts garantiert. Ich auch nicht, aber, ne? Kannst du Staski jetzt mal alles erzählen? Was hältst du denn davon, Helena? Hm? Sie schreibt hier, ich habe gelogen. Aber das ist okay, über mich Lügen zu verbreiten, wo habe ich denn gelogen? Wo denn, Helena? Hm? Ich will das wissen. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das jetzt war. Ob ich zuerst das mit der Fotze gesagt habe oder sie hier zuerst. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das sieht man sich vielleicht, kann man sich vielleicht eine Aufzeichnung anziehen. Er sagte, er würde hier bezichtigt, mich Fotze genannt zu haben, obwohl er doch ein Statement abgegeben habe. Das hat er gemacht. Aber ich habe ihn vorher für bares gehalten und die Medien, die reagiert. Ja, aber Helena, mag ja sein, dass du mich dafür gehalten hast, aber das ist doch trotzdem dann nicht okay, mir so eine Kacke zu unterstellen. Verstehst du, Helena? Du musst ja mal vorher überlegen. Du musst ja mal überlegen, okay, ist sie das jetzt oder ist sie das nicht? Ja? Verstehst du, Helena? Erklärt hier das mal. Ich kann das nicht genauer jetzt erklären, wie ich das jetzt machen soll. Ich finde, du hast es schon erklärt. Ich wüsste auch nicht. Ja, Helena, du hast doch hier den Fehler begangen. Du hast mir hier Sachen unterstellt. Und wo habe ich jetzt gelogen? Ah, Moment, Moment, Moment. Ah, Moment. Jetzt verstehe ich dich, Helena. Jetzt verstehe ich dich, weil du sagst es hier von der Reihenfolge her, weil du hast ja dann nochmal gesagt, dass ich das Statement erst geschrieben habe, nachdem du das. Das kann nämlich sein von der Reihenfolge her. Nee, nee, Moment. Moment, Helena. Ich weiß jetzt, was du meinst. Dann erklär es uns bitte mal. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weiß nicht. Pass auf. Nämlich, dass geschrieben wurde Fotze und dass sie mir das dann zuerst geschrieben hat und ich das dann erst als Statement reingeschrieben habe. Das kann sein, dass das so rum war. Das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil der Kommentar weg ist, aber das kann schon sein, ja. Ja, Helena, aber dann überleg doch mal vorher, mit welchen Unterstellungen du kommst. Was soll denn das? Hättest du mir jetzt nicht diese Scheiße unterstellt, hätte ich auch gar nichts vorlesen können. Ja? Was schreibt sie hier? Und jetzt stellst du es hin, als hätte ich dich dessen bezichtigt nach dem Statement. Wieso? Du hast es doch jetzt klargestellt. Du hast doch jetzt gesagt, dass du das zuerst geschrieben hast und danach ist das Statement kam. Das kann ja sein. Nur ich kann es halt nicht mehr nachvollziehen, weil du ja den Kommentar gelöscht hast. Was soll denn das jetzt? Aber du lenkst hier, glaube ich, ab von wesentlichen Dingen. Ja? Dürfen wir mal deinen Kommentar vorlesen? Du hast ja noch mal was auf Discord geschrieben, um hier mal ein bisschen Klarheit reinzunehmen. Es ist zwar nicht alles, aber ein bisschen, das hast du ja noch. Ja. Darf man das mal vorlesen, dass auch hier mal klar ist, worum es geht, Helena? Und weißt du was? Ich lese es einfach vor, weil das war ja öffentlich. Du hast ja einen Chat reingeschrieben. Ja? Also denke ich, ich kann das so vorlesen. Ich schreibe dir auch ja, ne? Äh, Moment. Was ist denn? Was hat er geschrieben? Das ist Dienstag, 1953. Letzten Dienstag steht hier. Was? 26. Dezember oder was? War das Dienstag? Okay. Okay, let's play. Keine Ahnung, was bei dir abgeht. Und jetzt hört mal genau zu. Und geht doch gerne auf Discord, wenn ihr auf Discord seid. In Chat. So, nochmal. Okay, let's play. Keine Ahnung, was bei dir abgeht. Aber ich bin fucking raus aus YouTube. Ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite hochgeladen. Und ich werde doch nicht zurückkommen, nur weil irgendwo YouTube-Drama ist. Ich habe echt gute Gründe, warum ich mich aus dem Internet zurückgezogen habe. Und jetzt klagst du mich öffentlich an, weil du willst, dass ich irgendetwas mache. Ich werde wohl selbst entscheiden können, was ich wann wie hochlade. Und ich mache im Moment gar nichts. Und ich werde auch nichts machen, weder für euch noch für sonst jemanden. Wenn ich auf YouTube zurückkommen sollte, wenn, dann auch nur nach meinen Wünschen und Konditionen. Und da ich im Moment fucking offiziell nicht mehr aktiv bin, habe ich auch gesagt, ich sei nicht die richtige Anlaufstelle. Wenn du das nicht verstehen kannst und willst, ist das dein Problem. Und dann noch, ich bin euch weder in den Rücken gefallen, noch habe ich euch sonst je etwas getan. Haben wir das eigentlich jemals gesagt, dass du uns in den Rücken gefallen bist? Wenn du es gesagt hast, dann sag uns gerne, wo. Ich bin seit 11. Dezember offiziell raus aus YouTube und ich habe auch davor nichts mehr gemacht und ich bin fassungslos, dass ihr an Weihnachten nichts Besseres zu tun habt, als den Shade über mich zu werfen. So, das hat sie nochmal hier geschrieben. Es war ja eigentlich mehr, was sie geschrieben hat, als auf YouTube, aber das war eben das, was du hier nochmal in den Chat geschrieben hast. Das müsste eigentlich so ein Fall sein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es geht nicht darum, also, dass viele Leute glauben, ja, jetzt habt ihr hier YouTube-Beef oder so und jetzt sollt ihr euch, sollen sich da alle positionieren und so. Das ist genau das Missverständnis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Darum geht es nicht, sondern da wird jemand angegriffen und man hält den Mund. Es geht nicht um YouTube-Beef, es geht um moralische Grundprinzipien. Oder wie sehe ich das jetzt? Habe ich das halt verstanden? Ja, du hast selber die scheiße Kübel gerochen, Helena. Du weißt ganz genau, was hier Sache ist. Und deine und deine Heuchelei hier und deine deine Rückgratlosigkeit und deine jetzt ist das einfach nur widerwärtig und zum Kotzen. Verpiss dich einfach, verschwinde. Ja, wenn es nach mir ginge, hätte ich dich vorhin schon, als ich das gesehen habe, hier einfach geblockt, um zu vermeiden, dass wir uns wieder an Leuten hochziehen. Fuck you. Echt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jetzt schafft sie hier unfassbar. Ja, Helena, so ist die Kommunikation doch so schwierig. Ja, das ist auch so. Wie gesagt, du kannst ja gerne hier reinkommen. Aber jetzt pass auf, nur mal angenommen, du müsstest nachher mal gucken, wie die Reihenfolge war, aber nur mal angenommen, ich hätte das zuerst gesagt, und das ist ja möglich, hier das geschrieben hat, mit der Fotze. Das ist ja eine private Nachricht, auf deinem Grund genommen, die ich jetzt hier vorgelesen habe. Es hat mir zwar jetzt nicht ihr Inneres hier preisgegeben und ich habe das vorgelesen, als sie mir ihr Herz ausgeschüttet hat oder was, jetzt rein theoretisch, aber ich habe das gesagt, hier mit der Fotze da. Ja, und dass ich sie deswegen geblockt habe. Und ich glaube sogar, das habe ich zuerst gesagt, bevor sie was vorhin im Chat geschrieben hat, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Aber ich habe doch dann eine private Nachricht vorgelesen. Es ist doch dann so, oder ist er nicht? Wenn du es zuerst gesagt hast, ja. Ja, ja. Und dann war es vielleicht auch nicht okay. Aber ich müsste es mir nochmal anhören. Also, ich halte es für gut für möglich, das ist zuerst gesagt. Ich müsste mir sowas auch nochmal anhören. Ja. Du dreckst, der ist pot. Du, ich weiß halt nicht, Helena, wie ich das sonst auf den Punkt bringen soll, warum ich dich geblockt habe. Schwierig. Was sagen denn die anderen dazu? Ist okay, dass du mich geblockt hast, schreibt sie gerade. Ja, das meine ich nicht. Ich meine jetzt hier, dass ich das vorgelesen habe mit der VZLF. Ja, das geht einfach gar nicht. Was geht gar nicht? Kannst du doch nicht an welchen privaten Nachrichten vorlesen. Nee, aber ich, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Das ist eine ernst gemeinte Antwort. Was ich ja auch normalerweise hier nicht mache. Nur in dem Fall habe ich das ja tatsächlich vorgelesen. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ich so eine Nachricht kriegen würde, ich hätte ja vorgelesen. Warum? Ich weiß nicht, weil es ist einfach der Gipfel der Unverfrorenheit. Das muss raus. Das sind die Alter, das sind die Alter, das sind die Alterblasen, die platzen. Plupp. Ja, mag schon sein, aber ich bin gerade dabei, vielleicht diese verhaltensweise neu zu bewerten. Also wenn du, meine Meinung, wenn du, wenn du das gesagt hast, bevor sie irgendwas geschrieben hat, war es eine private Nachricht. Aus meiner Sicht nicht okay. Meine Einschätzung dazu. Wobei, ich kann schon verstehen, dass du halt irgendwie gucken musst, wie du es erzählst oder keine Ahnung, aber aus meiner Sicht ist es nicht okay. Aber ich muss es mir nochmal anhören. Im Grunde genommen gehe ich eigentlich auch in diese Richtung. Oder was sagen die anderen dazu? Mich interessiert das wirklich mal. Ist der denn noch da? Hey, das ist groß Kino, ey. Ich habe dich ja auch nicht für Boris gehalten, fälschlicherweise. Und für was angegriffen, was du nicht gemacht hast. Ja, das haben wir auch schon klargestellt. Ja, also ständige Rumdrehen. Marvin. Marvin macht es genau richtig. Marvin. Ich habe mich erinnert, wie bist du denn darauf gekommen, dass ich der Baris bin? Kommst du da auf? Ach, mir ist das wirklich so schlecht. Das ist immer übler. Aber, Julian, bist du noch da? Und klug steht da hin. Ja, ich bin da, ja. Wie sieht du das? Ich habe das jetzt hier vorgelesen mit Fotze und so? Es ist so, grundsätzlich ist es nicht okay, private Nachrichten vorzulesen. Nur ihr Kommentar, so für mich, ich habe ja den Kommentar vorher auch gelesen, das war für mich irgendwie so ein Logik, so ein Logikfehler. Und ich glaube, dass du da im Affekt da einfach die Bausteine zusammengetragen hast. und da war anscheinend auch dieses private, dieser private Kommentar halt wichtig dafür. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht in Ordnung, private Kommentare vorzulesen. Aber ich glaube, das war jetzt irgendwie einfach so ein bisschen im Affekt, wenn man es so nennen kann, glaube ich. Aber es ist eigentlich trotzdem keine Entschuldigung dafür, oder? Keine Entschuldigung, aber zumindest eine Erklärung. Das ist richtig blöd, dass wir hier nicht auf Discord seit einigen von euch Julian ist auf Discord. Bist du gerade online auf Discord, Julian? Ja, ich bin online, ja. Und klug steht dann auch, falls du uns hörst, geh mal einfach auf Discord in den Chat. Und dann seht ihr ja den Kommentar von Helena. Mach ich. Und das könnt ihr euch ja gerne nochmal durchlesen, was ihr da geschrieben habt. Ich hab's ja vorhin vorgelesen, aber kannst du nochmal durchlesen. Und der Interessiert mich einfach auch nochmal eure Meinung dazu. Ich find's gerade nicht. Hier ist unter Textkanäle Chat. Ja, genau. Ach so, hier. Hab ich schon, ja. Bist es, ich bin und so weiter, ne? Ich bin ganz kurz, bis zum Hochskollen, 26. Dezember. Ah ja, seh ich schon. Ich lese nochmal durch. Ich weiß gar nicht, wo ich das finden soll. also ich glaub, ich bin da nur sozusagen privat drin. Keine Ahnung. Klugschieterin, man hört sich nicht so richtig. Kannst du nochmal 5 drücken oder lag das nur an mir? Ich hab sie jetzt nur abgehakt gehört. Achso, ne, ich hab blöd gesprochen. Ich finde das jetzt auf Discord. Ey, pass auf, Klugschieterin, pass auf. Ich dürfte sie auch vorlesen. Ja. Und dann, warte mal gerade. Also, warte mal. Ja, hier, blende mal ein Bild, Monitor mal ein. So, Klugschieterin, jetzt müsst ihr eigentlich auch nochmal haben. so. Ähm. Nein. Ja. Ja, jetzt seht ihr ja links meine ganzen Server. Die ganzen Coins. Ja, ganz heißer Tipp. Ich würde da, ich würde da gerne wirklich nochmal drauf eingehen, was ihr dazu sagt. Ja. Jetzt, nee, jetzt sehe ich es nicht. Moment. Das war ja, aber das war ja, das war ja nicht alles, du hast doch dabei mehr geschrieben, Helen, aber das hast du nicht mehr, das hast du gelöscht, ne? Ja. Am besten gefällt mir der letzte Satz. Und ich bin fassungslos, dass ihr an Weihnachten nichts Besseres zu tun habt, als den Shade auf mich zu werfen. Was ist ein Shade? Was ist ein Shade? Ich will nicht dumm sterben. Schrecken. Ich höre dich nur abgehackt. Vielleicht drückst du nochmal F5 oder geht es nur mir so? Ich hatte gerade schon mal gefragt, hörte sie auch abgehackt? Ich habe nur gemurmelt. Also ich denke, eigentlich sollte Helena in Hangout reingehen und das einfach klären. Ich habe das Gefühl mit, ja, mit diesem Chat schreiben, dass sie da Let's Play einfach getriggert hat, sowas wie PNs und sowas vorzulesen. Ja, das ist einfach blöd. Ich würde einfach, ich fände es einfach fair, wenn Helena reinkommen würde und das einfach kurz, klipp und klar klärt. Das fände ich das Beste. Also ich habe es mir sehr durchgelesen und ich sehe das halt so, dass sich Let's Play in einer wichtigen Situation an Helena gewandt hat und im Prinzip auch um ihre Unterstützung gebeten hat und die Helena... Nö, 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 das stimmt gar nicht. Ich habe nie gesagt, dass sie mich unterstützen soll. Nicht die Aufforderung, aber du hast, du hast ihr... Ich habe das einfach nur, ich habe sie einfach nur über die Situation aufgeklärt und dass sie überhaupt mal weiß, was da ist, weil sie das ja vielleicht nur noch sporartig verfolgt hat und dann hätte ich mich sicherlich drüber gefreut, wenn da etwas gekommen wäre von ihr, aber ich habe das niemals verlangt und ich will jetzt auch wissen, Helena, wo wir das gesagt haben, vielleicht haben wir es ja gesagt, aber sag uns bitte wo, wo ich gesagt habe, dass du ins Leben den Rücken gefallen bist. Schreib das gerade noch mal hier im Chat. Du kannst auch gerne in die Sendung kommen. Aber erzähl ruhig weiter. Aber du hast dir im Prinzip die Sachlage geschildert und von ihrer Seite aus ist nichts gekommen. 0,0. Und ja, und in weiterer Folge hast du halt darauf Stellung bezogen. Nee, es ist schon was gekommen. Also Aber nur so in dem Sinne, lass mich damit in Ruhe. Weißt du was, Helena? Ja, es ist privat gewesen, aber ich habe es ja eh schon gesagt, dass du hier, ich, du bist die falsche Anlaufstelle. Ja? Und wenn ich jetzt deswegen ein schlechter Mensch bin, weil ich das jetzt gesagt habe, ja, dann ist es so. Ich stehe dazu. Ja? Helena? Ja? Aber die Frage ist wirklich, wer von uns beiden eigentlich Widerwärtiger ist? Der, der jetzt gesagt hat, dass mit der Fotze und mit der Anlaufstelle oder derjenige, der einfach dabei zusieht, wie Leute hier fertig gemacht werden, ja? Und dann noch irgendwelche blödsinnigen Kommentare dazu schreibt. Ja? Das frage ich mich. Wer ist von uns eigentlich widerlicher, Helena? Die Frage stelle ich mir. Ja? Ja, und dieses Zusehen ist ein absolutes No-Go, meiner Meinung nach. Der Hammer! Du bist ein schlechter Mensch, weil ich mich mal ficken kann, weil ich kein Statement abgebe über Kram, der mich nichts angeht. Es ist geil. Das ist der Grah, Helena. Echt, du schießt wirklich den Fugel ab. Und es ist genauso, wie ich vorhin gesagt habe. Helena, du hättest einfach still sein sollen. Ja? Das ist wirklich echt unterirdisch, was du hier ablieferst. Ja, was sagt ihr denn dazu, diesem Statement von Helena? Wir haben da nichts mit zu tun, echt. Das kannst du voll vergessen, ja? Das Ei legst du dir hier voll selber. Schade, selbsterklärend. Klugschitterin, es war ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Wie meinst du denn das, Klugschitterin, selbsterklärend? Naja, also wenn sie das nichts angeht und ich weiß nicht, wie viele Stunden jetzt hier der Hangout über das Thema geht, dass es um Grundprinzipien geht, zu denen man sich durchringen sollte, die man erlernen und erkennen sollte neu. Ja, und wenn es einem dann nichts angeht, dann das was selbst erklären, würde ich sagen. Dann lehnt man diese Grundprinzipien offensichtlich ab. Davon habe ich mir jetzt erst meinen Screenshot gemacht, weil das möchte ich mir nochmal zum späteren Zeitpunkt nochmal durchlesen. Hätte ich jetzt wiederum nicht erwartet, sowas. Echt. Schade. Naja, ist so. Um das nochmal anders zu formulieren, vielleicht hilft das. es ging nicht darum, bei YouTube Beef zu sagen, ich bin bei euch oder ich helfe euch oder hier gab es Streitigkeiten, was braucht ihr denn von mir? Es ging hier nicht um Freundschaftsdienste, es ging nicht um Let's Play oder Toni zur Seite zu springen, es ging darum, jemand wird bedroht und verleumdet und auseinandergesetzt. Findet ihr das okay oder nicht? Jemand, nicht Let's Play. In diesem Falle war es zufällig Let's Play und Toni. Es ging nicht um YouTube Beef oder um, ja, dass die hier Streitigkeiten haben und alle Leute mitstreiten sollten, sondern um etwas Grundsätzliches. Da wird jemand bedroht, auseinandergenommen. Das ist mein ganzes Leuthanasie-Programm. Ja. So. Und das wischst du vom Tisch, Helena. Ja. Screw you. Helena, warum kommst du nicht einfach in die Sendung? Was schreibt ihr, worum ging es dann? Von wem bedroht? Ja, aber wer hat den Display bedroht und inwiefern? Ja, Helena, die Fragen, die hast du doch mal erstellen können, als ich dir die Sachen da geschickt habe, oder nicht? Ich schmeiße sie gleich raus. Ich kann das nicht mehr ertragen. Nee, da ist sie drin. Da ist sie noch drin. Helena, die Fragen, die hättest du doch mal stellen können, als ich dir das geschickt habe. Schüsse. Du hast doch fragen können, wie, was ist denn da los? Dummstellen funktioniert nicht. Helena. Wir alle wissen, dass du von den ganzen Endzeit-Christen ordentlich eins auf die Gorschen bekommen hast und hast dich schon mal zurückgezogen. Du weißt ganz genau, was es mit dem Demonstrienten auf sich hat. Also, stell dich hier nicht blöd. Ja? Das kannst du voll vergessen. Auch bei den anderen funktioniert Dummstellen nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Das ist eine Beleidigung meiner Intelligenz, was du hier ablässt. Geht, Schatz, ja, okay, dann gehe ich jetzt. Ich glaube, ich gehe hier gleich raus. Ich bin kurz vorm Vorausschritten. Da ist doch wirklich die Frage, hätte sie mich das nicht schon vorher fragen können, was ist denn da los? Was ist denn? Was denn für eine Zersetzungskampagne? Was ist denn da los? Hätte sie mich doch fragen können, wenn sie es interessiert hätte oder nicht. Sehe ich jedenfalls mal so. Ich finde, wir haben es doch jetzt hier auch nochmal erklärt. für die Dummen und die Tauben. Ich habe schon wieder Videos im Kopf. Ja, das fuckt mich schon ein bisschen ab, weil eigentlich, was ich da genannt habe, es war wirklich eine private Nachricht. Das kann man drehen und wenn, wie man es will. ist einfach so. Nur warum tut es mir irgendwie nicht leid, dass ich das vorgelesen habe? Weil du mit der ganzen Situation überfordert bist und mittlerweile nervlich nicht mehr ganz belastbar. Und wer sich in dich reinversetzt, der kann das wahrnehmen. Du weißt nicht weiter. Oder? Das Problem ist halt in dem Fall, gut, ich wusste jetzt nicht, dass das so super schlimm ist, dass ich das jetzt hier gesagt habe. Aber das Problem ist halt, es weiß sonst halt keine Sau, worum es geht. Das ist das Problem. Sonst erschließt sich dieser Zusammenhang nicht, warum ich Helena zum Beispiel geblockt habe. Da kann sie zum Beispiel irgendwo sagen, ja, da habe ich geblockt und so. Dralala. Aber ich kann da nicht dazu sagen, warum. Echt mal, Leute. Jetzt fahrst du die Kinder an Ohren, lass dich nicht verarschen. Also sie hat damit nicht Unrecht, Toni. Ja, das ist doch nicht die Frage. Natürlich ist die Frage eine ganz andere und die habe ich ja vorhin gestellt. Nur, trotzdem stimmt das ja. ich denke, ich denke, wir haben das jetzt oft genug bemerkt und das auch nicht gut geheißen. Und Leute, ich könnte dir Dinger vorlesen, ich könnte dir private Nachrichten vorlesen, was ich natürlich nicht mache, die gewisse andere Sachen in einem völlig anderen Dichter stehen lassen würden, da würden euch die Ohren schlackern. Glaubt mir. Ja, das kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen, du weißt doch gar nicht, was, ah gut, du vielleicht jetzt, dass du auch vielleicht private. Ich habe genau dieselben Texte gekriegt, ja. Ja. Das weiß ich nicht, ob du genau dieselben, ich meine hier noch ganz andere Texte, aber. Ja, so in der, ja, also in der, in der Richtung, ja. Also wenn das, Warte mal kurz bitte, wenn das wirklich so ist, dass du quasi Nachrichten hast, die das alles in einem anderen Licht erscheinen würden, dann, oder erscheinen lassen würden, dann Respekt, dass du sie nicht veröffentlichst. Respekt. So macht man das, Leute. Ja, aber eine andere Sache, die habe ich ja jetzt hier vorgelesen, ne? Ja, wie Julian schon gesagt hat, ich glaube, es war Affekt. Aber ich finde ja interessant, ob das sie da extra nochmal drauf hinweist. Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt gar nicht so drauf hingewiesen, Helena. Also wenn ich dir die Scheiße da geschrieben hätte und du jetzt vorgelesen, ich hätte, glaube ich, gar nicht groß drauf hingewiesen, dass es privat war. Ich glaube, für mich wäre es sogar in dem Fall okay gewesen, wenn es vorgelesen hätte. Ja. Verschattung war es aber, es prinzipiell falsch, Let's Play, in diesem Fall richtig, da du jetzt Unrecht, beschuldigt wurdest und das öffentlich. Aber das ist eine gute Frage, was hat sie denn nochmal genau öffentlich geschrieben? Die Kommentare haben wir ja nicht mehr. Hat sie das denn auch öffentlich geschrieben, Baris Savas? Das weiß ich nämlich nicht mehr genau. Die Frage ist auch, warum sie die Kommentare gelöscht hat, ne? Auch mal eine interessante Frage, die man hier mal stellen kann, ne? Schreib mal, Baris Savas. Hat sie das öffentlich geschrieben? Und während Baris... Kann ich? Was schreibt der Baris? Warte mal, warte mal. Sie schreibt, nein, Leute, Helena hat öffentlich geschrieben, dass sie glaubt, ich sei Let's Play. Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes, dass sie, wenn sie schreibt, sie glaubt, dass du ich bist. Was schreibt Helena? Wie, ja, das habe ich. Du hast die Kommentare noch? Was hast du denn, Helena? Du hast in der Öffentlichkeit geschrieben, dass... Ich weiß das nicht mehr genau. Es kann sogar sein, dass du das echt gemacht hast. Aber da ich jetzt hier nichts vorliegen habe, ist es schwierig. Du hast also in der Öffentlichkeit geschrieben, dass ich dich zum letzten Mal Fotze genannt habe, oder was? Yes? Ja, da war doch irgendwas, ne? Ja, aber Helena, dann war es doch eh schon in der Öffentlichkeit, oder nicht? Oder was ist jetzt? Man kann doch kein Geheimnis ausplaudern, was schon öffentlich ist. Oder? Ja, aber dann war es doch eh schon klar. Da hast du doch eh geschrieben. Also. Und genau dasselbe hast du mir dann jetzt auch noch mal privat geschrieben. Aber wo ist denn jetzt... Das war doch dann kein Geheimnis mehr. Weil du ja noch mal extra geschrieben hast, das war privat. Aber du hast es doch auch öffentlich geschrieben. Warum pochst du dann so darauf, dass es ja privat war, Helena? Warum? Vielleicht hatte ich auch deswegen kein schlechtes Gewissen, das vorzulesen, weil du es nämlich schon öffentlich geschrieben hast. Da war nämlich irgendwas. Irgendwie hatte ich nämlich das Gefühl, dass das eigentlich kein Geheimnis war, dass das eh schon klar war. Was würdest du sagen, Helen, äh, Divya? Also dafür, dass ihr so Arschlöcher seid, ähm, machst du dir gerade ein ganz schön schlechtes Gewissen, weil du einmal einen Auszug aus einer privaten Nachricht genannt hast. Ja, aber trotzdem. Ja, aber das ist Moral und Integrität und Loyalität. Ist jetzt passiert... Moment, du sagst ja jetzt hier selber, wenn ich dich richtig verstehe, ausnahmsweise mal, äh, dass du das sowieso schon öffentlich geschrieben hast. Aber dann war es doch schon in der Öffentlichkeit. Das ist so eke, das Denunziantentum. War nicht so schlecht. Ja, Helen, wo ist denn da jetzt das Problem? Erzähl mal. Im Angenommen, ich schreibe dir jetzt, ich bin 25, privat, und dann schreibe ich es nochmal öffentlich. Und dann sagst du, der Let's Play ist 25. Aber dann hast du doch kein Geheimnis ausgeblaut, oder? Was schickt dir den Link, damit es nicht verteidigen kann? Jederzeit, Helen, wenn du reinkommst, willst, ich schicke dir den Link. Kein Thema. Oh, jetzt wird es zu übel. Ja, jetzt wird es wirklich übel. Ne, aber Helena, warum kommt denn jetzt nichts mehr? Und Baris Havas, du schreibst auch, sie hat das doch geschrieben, oder? Ich habe das nämlich auch so in Erinnerung, dass sie das so geschrieben hatte. Aber ich wusste es nicht mehr hundertprozentig. Also, was ist denn jetzt? Kommt nichts mehr, ne? Das hat sie doch jetzt hier selber gerade zugegeben, dass sie das auch öffentlich geschrieben hat, oder nicht? Ihr könnt doch gerne nochmal hochscrollen. Und Baris Havas schreibt auch, korrekt, let's play, ich habe es genau im Kopf. Und so habe ich das eigentlich auch in Erinnerung. Teams One schreibt ja nochmal, sie will doch damit nur davon ablenken, dass sie dich fälschlicherweise für etwas bezichtigt hat, was du nicht getan hast. Also im Grunde genommen ist das hier doch dann echt eine Farce, was hier gerade läuft, oder nicht? Das ist ein ganz großes Kino. Okay, also sie hat mir privat etwas geschrieben, was übrigens eine absolute Frechheit war und eine Unterstellung. Und hat es auch öffentlich geschrieben. So. Und dann ist das doch in dem Sinne an der Öffentlichkeit, dann ist das doch kein Geheimnis mehr. Oder wie seht ihr das? Korrekt. Also aber sicher. Ich bin doch vorher einer, dass du das jetzt nochmal hier im Chat geschrieben hattest. Bei 100%ig sicher war ich mir jetzt im Nachhinein auch nicht mehr, weil ich die Kommentare eben nicht mehr hatte. Warum hast du die eigentlich gelöscht, die Kommentare? Das würde mich auch mal interessieren. Nein, ja, Breakbit. Das sind so die kleinen Lügen. Nein, damit fängt es an. Aber das hier sind keine kleinen Lügen mehr. Wenn es hier um Leute geht mit Reichweite. Ja, aber er schreibt doch hier, das sind so die kleinen Lügen, die überall und jederzeit um uns herum die Täuschung aufrechterhalten und uns in der Illusionswelt halten. Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt, ja. Jo, Helena, also fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Ja? Blend doch nochmal den Kommentar ein. Toni, gerade. Moment. Ich werde das jetzt hier durchgehen, ja? So, okay, Let's Play. Keine Ahnung, was bei dir abgeht, aber ich bin fucking raus aus YouTube. Interessiert in dem Fall nicht, würde ich sagen. Ist in dem Fall vollkommen egal, weil dein offener Brief war nicht auf YouTube. Ja? So. Und wenn sie nicht wusste, um was es geht, hätte sie nachfragen können. Oder wie seht ihr das? Ja. Ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite hochgeladen und ich werde doch nicht zurückkommen, nur weil irgendwo YouTube-Drama ist. Also irgendwo ist YouTube-Drama, das klingt aber doch sehr verharmlos, würde ich sagen. Ein geistiges Euthanasie-Programm wird hier mit einem YouTube-Drama verglichen. Und das steht doch wohl im offenen Brief drin, Helena. Ein geistiges Euthanasie-Programm. Spätestens bei solchen Schlagwörtern kann man doch nachfragen, wenn man es nicht versteht, oder nicht? Du brauchst das alles nicht zu machen, Helena, nur ist es halt unser gutes Recht dann zu sagen, dass du dich ficken kannst, meiner Meinung nach. Zusammen mit allen anderen, die auch die Schnauze gehalten haben. Du versuchst doch hier einfach nur von deiner Feigheit abzulenken mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten. Ja, und von deiner Ignoranz. Ja, so sehe ich das. Und wer weiß von was noch allem? Sonst noch? So. Ich habe echt gute Gründe, warum ich mich hinterher zurückgezogen habe. Ja, das kann ich verstehen. Und jetzt klagst du mich öffentlich an, weil du willst, dass ich irgendetwas mache. Ja, aber wo wollte ich das denn? Okay, das kann man jetzt auslegen. Ich hätte mich gefreut, wenn du das gemacht hättest, aber ich habe dich ja nie konkret dazu aufgefordert, weil das mir ja auch gar nicht zusteht. Ja? Nur, dass du nichts machst, zeigt halt dein Charakter. So. Ich werde wohl selbst entscheiden können, was ich wann wie hochlade. Okay, was soll das jetzt? Wollen wir ihr das etwa absprechen, dass sie das nicht selber entscheiden können oder was? Wo haben wir das gemacht? Und ich mache im Moment gar nichts und ich werde auch nichts machen, weder für euch noch für sonst jemanden. Und ich hoffe, Helena, dass für dich auch niemand was macht, wenn du in der entsprechenden Situation drin bist. Nochmal. Und du warst ja schon offensichtlich in so einer Situation drin, obwohl ich bis heute immer noch nicht genau weiß, was damals war. Aber dann musstest du eigentlich wissen, Helena, oder? Also und wenn du dann jetzt da drin bist, Helena, dann halten die anderen auch alle die Schnauze, wenn du bedroht wirst oder sowas. Wenn das für dich okay ist, dann gleicht das Recht für alle. Verstehst du, was ich meine, Helena? Ja? Ist doch so. Ja. Interessiert uns dann auch nicht. Verstehst du, Helena? Ist uns dann auch egal. Mir zumindest mal. Ja, wir haben halt alle so unsere YouTube-Tragen. Und wenn ich auf YouTube zurückkommen sollte, wenn, dann auch nur nach meinen Wünschen und Konditionen. Wer hat denn jemals was anderes gesagt, Helena? Du benutzt ja Strom, Helena, weil du es nämlich so aussehen lässt, als ob wir irgendwas gesagt hätten, was wir so vielleicht gar nicht haben. Und da ich im Moment fucking offiziell nicht mehr aktiv bin, habe ich auch gesagt, ich sei nicht die richtige Anlaufstelle. Aber Helena, da brauchst du nicht aktiv zu sein auf YouTube. Verstehst du? Das ist ein gesamt gesellschaftliches Problem, das hier. Und ich wollte dich nur mal darauf hinweisen, dass du hinterher nicht sagen kannst, du wusstest nichts. Wie gesagt, ich glaube, dass es eben um den Gedanken ging, ihr habt da Beef auf YouTube und alle sollen jetzt euch retten und mitmachen. Das Grundprinzip wurde nicht verstanden, glaube ich. oder man will es nicht verstehen. Kann das nicht auch sein, dass Helena ganz übel einen auf den Hut gekriegt hat? Ich meine, ich habe das auch nicht mitbekommen und sie deswegen die Konsequenz gezogen hat und sagt, nö, ich mache auch für keinen anderen was. Also, dass da was über sie wurde. Ich weiß es nicht, also es ist nur eine Frage. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Und ich sage dir, Helena, ich hatte damals keinen näheren Kontakt zu dir und ich wusste nicht, was da passiert ist. Ich weiß es bis heute noch nicht mal ganz. Ja? Aber es war ja wohl offensichtlich nicht schön. Ja? Und ich sage dir, Helena, wenn ich es gewusst hätte damals, hätte ich mit Sicherheit etwas dazu gesagt. Es hätte wahrscheinlich keinen interessiert, weil meine Reichweite damals verschwindend gering war. Aber ich glaube nicht, dass, glaube ich nicht. Und ich glaube, wenn du mich da konkret darauf angesprochen hättest, dann wäre da auch irgendwas gekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich einfach weiß, wie ich drauf bin. Und das weiß ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Ja? Nur, das Problem war halt, das war halt eine Geschichte, die eben, ja, wie gesagt, Leute, die so nichts mit dir zu tun hatten, das war halt sehr schwierig für die, das halt mitzubekommen. Ja? Verstehst du? Und bei uns ist es eine völlig andere Geschichte. Wir haben das ja komplett in Öffentlichkeit gezerrt, diese Geschichte. Offen im Brief veröffentlicht und alles. was, ja? Ja, wie gesagt, und wie gesagt, hier, ich bin mir später in den Rücken gefallen. Das will ich wissen, wo wir das gesagt haben. Ja? Und ich bin seit 11. Dezember oft sehr raus aus YouTube und habe auch davor nichts gemacht und ich bin fassungslos, dass ihr an Weihnachten nichts Besseres zu tun habt, als ein Schild auf mich zu werfen, das ist Schuldkult, Helena. Zum Schluss. Ja? Um hier davon abzulenken, dass du einfach dabei zusehst. Ja, aber guck dir mal, Helena, nur mal angenommen, es wäre so, nur mal angenommen, du denkst jetzt, ach, damals ist da nichts passiert, dir haben wir nicht geholfen oder so, ne? Vielleicht sogar die, die es gewusst haben. Nur, Helena, du bist doch selber nicht besser anscheinend. Du machst ja auch nichts. Du machst ja auch nichts, wenn du siehst, dass Leute falsch gemacht werden. Und ich sage dir, Helena, wenn ich das damals gewusst hätte, dass du fertig gemacht wirst. Und dann würde ich mich heute drüber ärgern, wenn ich dir damals geholfen hätte. Ganz ehrlich. Und wenn die dich heute fertig machen würden oder so, ich hätte nur ein müdees Lächeln dafür übrig. Ich würde dir nicht helfen. Ich würde dann auch sagen, ich bin nicht die richtige Anlaufstelle. Ja? Und ich bin mittlerweile nervlich schon so fertig, dass ich mir sowas teilweise schon wünsche bei irgendwelchen Leuten, ja? Weil ich weiß nicht, ob du das in der Form mitbekommen hast. Ob die dich auch bedroht haben und alles Mögliche, was da bei uns läuft und daran der Intensität. Das weiß ich nicht genau, Helena. Aber ich kann nur sagen, was da bei uns abläuft, ist wirklich nicht schön, ja? Und dass dann so Leute wie du das irgendwie noch relativieren und alles, das setzt der Sache noch die Krone auf. Ja? Das verstärkt das Ganze noch erheblich. Und was dir noch dazukommt, Helena? Das ist natürlich noch eine andere Schiene. Die eine Schiene, das ist halt die, dass die Namen austauschbar sind. Nur uns kennst du ja auch irgendwie. Verstehst du? Ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich meine, wenn ich jetzt mitkriege, Leute, die ich kenne oder so, ja, das kommt ja auch nochmal dann dazu. Verstehst du, Helena? Ist es, wenn du draußen rumgehst, oder dir passiert was, irgendjemand will dir an die Wäsche und die Leute gehen einfach dran vorbei, dann ist das schon richtig scheiße, dass die nichts machen. Aber jetzt stell dir mal vor, Helena, ich gehe mit dir durch die Stadt und jemand will dir an die Wäsche und ich mache dann nichts, obwohl ich daneben stehe. Obwohl du gerade auch mit mir zusammen weggehst, obwohl wir uns kennen. Verstehst du, das ist nochmal eine andere Geschichte dann, ja? Also nur, das ist halt mal klar, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht etwas, aber nur, um das einfach nochmal zu sagen halt, ja? Und wir sind jetzt hier das Problem, oder was? Weil wir gesagt haben, Leute können uns mal, oder von mir aus, dass sie sich mal ficken können, die bisher die Schnauze gehalten haben. Und dass es hier quasi eine Art of Point of No Return war, die letzte Sendung, wo ich gesagt habe, ihr habt jetzt wochenlang die Schnauze gehalten, jetzt braucht ihr auch nicht mehr das Maul aufzumachen. Und da fängst du auf einmal eines Mal aufzumachen, Helena. Und wendest du auf einmal einiges an Energie auf. Und ich sage dir, die Energie wäre sinnvoller investiert gewesen, mir mal kurz eine Nachricht zu schreiben, erklär mir das mal, was da los ist, wenn es dich interessiert hätte, hat dich aber offensichtlich nicht interessiert. Und, oder eben, so einen Text mal beim Toni drunter zu schreiben, dass sowas einfach generell nicht geht. Obwohl, du hättest ja schreiben können, ich bin raus auf YouTube und so und blablabla, ich will damit nichts mehr zu tun haben, aber wenn ich sowas mitbekomme, wird mir schlecht. zum Beispiel, oder irgend sowas. Ja? Nur, jetzt hast du die Energie aufgewendet, hier so ein Kram zu schreiben. Und, ja. Und das hat mir jetzt persönlich nicht weitergeholfen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Außer, dass das noch mehr bestätigt hat, deine Ignoranz, und dass es dir einfach egal ist. Ja? Und das ist einfach der Punkt. Jo, Helena, und die Personen sind austauschbar. Kannst du dich da eigentlich schon nicht rausreden. Und ich finde, diese Ignoranz, oder auch von mir aus diese Feigheit, oder was auch immer, das kann ruhig mal öffentlich angesprochen werden, weil das resultiert einfach daraus. Meiner Meinung nach. Und das ist mir auch wichtig, dass Leute sich nicht mehr eben mal scheinheitlich hinstellen können, oder was, sondern dass das einfach mal klar ist. Ja? Und das gilt noch für ganz andere Leute, ne? Ja? Die hier, wenn Ken Jebsen mit dem was ist, oder mit Oliver Janich, da wird dir gleich Krach geschlagen, und bei uns wird einfach zugesehen. Obwohl die ganz genau Bescheid wissen, obwohl ich denen alles geschickt habe. Das kommt auch noch dazu. Und das finde ich cool, dass dann James Bond auch Videos macht, und dass es dann einfach mal ausgestellt wird. Ne? Und ich sage euch, Leute, ne? Ja, ich wette mit euch, wenn man euch so ein Kram vorwerfen würde, wenn man euch so hinstellen würde, und ihr hättet private Nachrichten, die zeigen, was da wirklich passiert ist, ne? Ich wette mit euch, dass der Großteil von euch das bereits vorgelesen hätte, um seine eigene Haut zu retten. Ja? Und ich habe es nicht getan. Und wie gesagt, was ich da jetzt hier gesagt habe, hier, der Fotze, es war eh öffentlich. Ja? Hier, äh, und das ist das letzte Mal, dass du mich Fotze genannt hast, da hat sie eh schon öffentlich geschrieben, Helena. Und ich glaube, das hatte ich auch irgendwie noch im Hinterkopf gehabt, aber war mir dann nachher doch nicht mehr ganz sicher, wo du mich jetzt hier drauf angesprochen hast. Das war in dem Fall ja kein Geheimnis. Ja? Ja. So, ich wollte nur sagen, ich werde mich jetzt verabschieden. Ja, schön, dass du da warst. Ja, danke schön. Ciao. Ja, ist glaube ich, schönen Abend noch, ne? Also. Ja. Was schreibbar ist, aber du hast unbewusst nicht gehandelt, Display spricht für dich, ja. Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Ich habe ja auch gesagt, hier mit, ich bin nicht richtig an der Anlaufstelle und so, das hat sie ja nicht öffentlich geschrieben, ne? Das habe ich ja auch gesagt. Das kommt ja noch dazu. Ja? Ja. Ja. Das gibt mir halt auch zu denken. Aber das ist halt der Unterschied, ne? Ich mache mir sogar über so etwas Gedanken und ihr macht euch noch nicht mal Gedanken drüber, wenn hier Leute zerstört werden und ihr es mal unterhaltet. Das ist einfach der Unterschied zwischen uns oder zwischen dem einen oder anderen und mir. Ja. Und sie hätte ja auch können, hier reinkommen in die Sendung, ja. Wir haben auch nochmal drüber gesprochen. Was noch sehr gnädig ist, Helena, weil ich eigentlich fertig bin mit dir. Und ich habe auch keinen Bock mehr, dich zukünftig noch reinzuholen, ja? Hättest du jetzt nochmal reinkommen können. Das war jetzt nochmal eine Ausnahmesituation. Aber ansonsten, ja. Und Helena, du stehst jetzt einfach nur exemplarisch für eine ganze Reihe von Leuten. Ja? Du bist mir in der letzten Sendung einfach nur spontan eingefallen, ja? Und es betrifft nicht nur dich, es betrifft die alle, die Bescheid wussten. Ja? Was schreibt der Baris da was? Doch, Let's Play war öffentlich. Was war öffentlich? War das andere auch öffentlich? Dass sie nicht die richtige Anlaufstelle ist? Nee, es war nicht öffentlich, oder? Weil, Bist du dir sicher? Das glaube ich nicht. Wo hat sie das denn geschrieben, Baris da was? Nee, aber wenn ich ehrlich bin, guck mal, ich habe das doch schon in der letzten Sendung gesagt, ne? Und da war es doch dann noch nicht öffentlich, oder nicht? Es müsste ja vorher schon öffentlich gewesen sein. Aber selber, wenn es vorher öffentlich gewesen wäre, hätte ich ja nicht gewusst, dass es öffentlich ist. Jedenfalls mal, wenn da jetzt meine Erinnerungen richtig sind. Ja. Und dann hätte ich es ja trotzdem ausgeplaudert, obwohl es privat war. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt irgendwie in dem Fall irgendwie kein schlechtes Gewissen, dass ich das erzählt habe. Seltsamerweise. Beziehungsweise irgendwie schon, ich bin so hin- und hergewissen. Also ich denke, ich sollte eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, oder das ist falsch, das war ja eine private Nachricht, aber irgendwie habe ich nicht so hundertprozentig ein schlechtes Gewissen irgendwie. Ich bin ja gerade so in der Zwickmülle drin. Ja. Ja. Ich frage mich halt eben auch, ob sie damit jetzt ein Problem gehabt hätte, wenn ich das da geschrieben hätte und sie jetzt vorgelesen hätte. Also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie es vorgelesen hätte. Ja, weißt du was? Du schreibst jetzt hier, mach dir kein schlechtes Gewissen, war öffentlich. Aber wo war es denn öffentlich? Wo denn? Sag mir das doch mal. Ja, Helena, da hast du mich jetzt erwischt. Du kannst schön davon ablenken, aber das ist ja wirklich zu logen. Stopp. In dem Text, den Toni hier eingeblendet hat, steht, und da ich im Moment fucking offiziell nicht mehr aktiv bin, habe ich auch gesagt, ich sei nicht die richtige Anlaufstelle. Da steht es doch. Ja, Helena, Livia. Aber das hat sie ja erst geschrieben in Reaktion auf die Sendung von letztens. Und da habe ich das doch schon gesagt. Ach so, da hast du das schon gesagt? Okay. Okay, dann, wenn das zeitlich dann, okay, dann hast du es gespoilert quasi, ja. Genau, da habe ich das ja schon gesagt. Verstehst du, Baris, sie hat das ja erst, sie hat das ja unter meine Sendung geschrieben, als Reaktion auf die Sendung. Aber als sie lief, habe ich das ja, also meines Wissens nach, wenn ich jetzt, weiß ich es nicht mehr genau. Aber Baris, da weiß ich, ich glaube, du verstehst hier gerade den Zusammenhang nicht. Ein Kommentar zu einer Sendung kann man erst schreiben, wenn die Sendung rum ist. Ich habe es aber in der Sendung. Dann ist es doch gut, dass wir den zeitlichen Zusammenhang jetzt mal rausgefusselt haben. Du hast in der Sendung gesagt, sie hat gesagt, sie ist nicht die richtige Anlaufstelle. Daraufhin hat sie den Kommentar geschrieben, auch den, den wir jetzt hier eingeblendet haben. Ja. Okay, also hast du es doch gespoilert. Ja. Im Grunde genommen schon, wenn ich mich erinnere, ja. Oh. Und dann habe ich ja, ich stelle dir mal vor, du hättest das gesagt, du hättest das gesagt, in dem Zusammenhang. Du hättest jetzt in meiner Situation oder in Tonis, hättest ihr auf einen Brief geschickt und da ist alles Mögliche da und da kommt einfach ich bin nicht die richtige Anlaufstelle. Und du hättest es jetzt, es wäre jetzt aus dir rausgeplatzt in dieser Sendung. Dann würde ich mich ärgern, weil das ist nicht, fände ich von mir aus dann nicht okay. Ich würde mich ärgern. Ich würde, ich mache sowas nicht, also, ne? Du machst es für gewöhnlich ja auch nicht. Ja. Normalerweise nicht, aber in dem Fall habe ich es eben gemacht. Ja. Also ich ärgere mich da gerade richtig drüber. Aber es gibt eine andere Sache, da ärgere ich mich noch viel mehr drüber, wenn ich ehrlich bin. Das jetzt kommt hier, der hat ja private Sachen vorgelesen und das Stimme, das Schlimme ist, es stimmt ja sogar. Es war ja wirklich eine private Nachricht, dass es nicht die richtige Anlaufstelle ist. Ja. Und man könnte jetzt wirklich hingehen, hier Schlagzeile, let's play, bla bla bla, hat das ja bei Martin Hüller gesagt hier, wo der gesagt hat, ja, man könnte das ja mal hier mit Ian und seiner Freundin bla 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 erzählen und so, wo ich dann gesagt habe, nö. Aber ich hätte ja dann in dem Moment jetzt selber auch mal eine private Nachricht vorgelesen. wie soll ich meinen? Und das macht einen doch ziemlich unglaubwürdig. sehe ich jedenfalls so. Also, wenn da jetzt nichts mehr kommt oder so von euch, dann... Ja, ich muss erst mal drüber nachdenken. Ich bin nicht so schnell... Ja, weißt du, im Grunde genommen, ist das doch schon so, oder nicht? Mhm. Oder wie seht ihr das? Ja. Ich weiß nicht, ich finde, die ganze Sache ist schiefgelaufen in dem Moment oder war eigentlich klar, als Selina jetzt hier nicht in den Chat, äh, in den HO reingekommen ist. Ja, das ist eine Sache, die finde ich nicht in Ordnung. Also sie... Und wenn es nur fünf Minuten gewesen wäre und sie da einfach mal ein Statement abgegeben hat. So ist jetzt, äh, ein sehr langer Zeitraum entstanden mit vielen Hin und Her und, äh, unklaren Zeitabläufen und, ja, es gibt kein Wort von ihr. Es gibt nur einen Chat, der nachher verschwindet. Ich habe ein paar Sachen gescreenshottet, aber, ich weiß nicht, also, sie hätte einfach Stellung nehmen müssen dazu. Nehmen müssen, sie muss gar nichts, aber, weißt du... Doch, warum kommt sie denn sonst in den Chat rein? Also, ich meine, sie hätte ja, dann hätte sie auch gar nicht schreiben wollen. Du stehst, was ich meine. Ja, aber es geht mir ja noch um was anderes klug, steht da hin. Es geht mir darum, dass ich bereits in der letzten Sendung äh, gesagt habe, darauf hingewiesen habe, also, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, das, ich müsste mir das selber nochmal angucken, aber ich glaube, ich habe da wirklich das auch schon gesagt, sie hat mir hier privat geschrieben, äh, hier, dass sie halt nicht die richtige Anlaufstelle ist. Ja, aber, aber du hast es ja vorgelesen und, ähm, wenn du dich darauf beziehst, mein Gott, wer ist perfekt? Wer kann das alles voneinander trennen? Also, private Nachrichten von Gesprächen zwischendurch und dann Hangouts. Das sollte man aber schon von nennen sein können. Man sollte das, man, man bemüht sich sicherlich auch darum, aber, ich weiß nicht, ich finde, dann wäre es halt einfach echt korrekt gewesen, wenn sie von sich aus gesagt hätte, okay, ich komme jetzt in HO, wir klären die Sache und damit ist das Ding gegessen. Wie auch immer man da auseinander geht. aber das hat sie eben nicht gemacht. Das hätte sie machen können und hätte auch nicht gemacht, hat sie ja nicht gemacht. Aber das ändert trotzdem nicht an der Tatsache, dass ich, äh, hier, äh, etwas vorgelesen habe, auch wenn es jetzt nicht schlimm war, auch wenn sie mir jetzt nicht die Herz ausgeschüttet hat oder so, in dem Sinne, aber trotzdem, äh, habe ich einen Nachricht gelesen, hier, dass sie nicht die richtige Anlaufstelle ist, wie privat war. Aber du hast, äh, du hast das doch nicht im letzten HO gemacht. Doch. Du hast es vorgelesen oder nur aufgegriffen? Ich habe es aufgegriffen, aber das war ja nur ein kurzer Text, das ist ja dasselbe, ja, ich habe das Ganze aufgegriffen, dass von ihr kam, ich müsste mir das selber nochmal angucken, ich weiß das nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, dass ich da wirklich gesagt hatte, hier, äh, hier von wegen, ja, äh, hier nicht die richtige Anlaufstelle und so und fickt dich doch oder fickt euch alle, dass ich das halt eben gesagt habe. Also ich habe, das ist im Grunde genommen dasselbe, ob ich es aufgegriffen habe oder vorgelesen habe. Es war ja nur ein ganz kurzer Text. Es war ja einfach nur, dass sie nicht die richtige Anlaufstelle ist. Man muss das noch nicht mal wortwörtlich vorlesen, sondern das reicht schon sinngemäß. Das war eine private Nachricht. Das war ich ja dann im Grunde genommen. Aber dass jemand, wenn man so eine Nachricht erhält von jemandem, kennt in Anführungsstrichen, halt, ne, schon längeren Zeitraum, dass einen das nicht unberührt lässt, äh, das ist auch vollkommen klar. Ja, aber es ist trotzdem okay, so etwas vorzulesen, ne. Gerade von jemandem, gerade jemand, der sagt, hier mit Martin Hüller, der das verurteilt hat, wo gesagt hat, hier, Basti, hätte du das ja mal schön bekannt machen können, bestimmte Sachen, wo ich gesagt habe, nee, sowas geht nicht, ja. Gerade jemand wie ich, der so etwas verurteilt, dann hingeht und selber etwas vorgelesen hat. Du hast es nicht vorgelesen, du hast es aufgegriffen, das ist etwas anderes. Ja, aber es ist doch, also auf, ob ich jetzt, äh, aufgreife, Helena hat gesagt, sie ist nicht die richtige Anlaufstelle, oder ich sage jetzt, ich lese vor, Helena ist nicht die richtige Anlaufstelle. Das ist doch dasselbe. Das ist doch die gleiche Information. Was? Nee, nee, nee. Also finde ich nicht, weil ich finde, ich würde da schon differenzieren zwischen dem, ob man mit Vorsatz dran geht und hier eine PN vorliest oder ob man halt wirklich ein Wort aufgreift, auch wenn es nur die zentrale Aussage war und das dann in einem Hangout äußert. Ja? Ja gut, das ist natürlich ein Unterschied, ja, bestimmt. Ja. Und das kann man manchmal einfach nicht trennen, man ist eben nicht emotionsfrei. Ja? Man hat sich nicht immer 100% unter Kontrolle und da kann man sich hinstellen und kann sagen, das war nicht in Ordnung, das hätte ich nicht tun sollen, das war ein Fehler, aber das hat nichts damit zu tun, dass man sich hinstellt und eine komplette PN vorliest und sich dann darauf bezieht und darauf dann nochmal weitere Aussagen irgendwie länger beitreten hätten. Das war aber trotzdem im Grunde genommen eine komplette PN. Schätze. Das geschrieben hat sich nicht durch die Anlaufstelle. Ja, aber du hast... Das ist eine komplette PN, verstehst du? Ja, schon, aber du hast es nicht mit Vorsatz gemacht, verstehst du? Ja, aber ich habe das nicht aus Versehen vorgelegt, ich habe das nicht aus Versehen aufgegriffen, das habe ich schon mit Absicht gesagt, ne? Ja, mit Absicht gesagt, aber du bist nicht rangegangen und hast gesagt, so Leute, hört mal zu, das und das und das habe ich hier als PN von Helena bekommen und deswegen und dann irgendwie weiteren Text, ja, nach dem Vorlesen. Das hast du nicht gemacht. Du hast es aufgegriffen und hast dann dazu einen Kommentar abgelassen und bist aber auch nicht weiter irgendwie tiefer in das Thema eingestiegen. Und das ist, finde ich, vollkommen legitim. Ich freue mich. es ist nicht glücklich. Also es ist nicht glücklich. Ich bin mir da nicht so sicher, dass es mit sich nicht glücklich ist. Weil du hast dich im Grunde genommen triggern lassen. Weil es sich bewegt hat. Das finde ich menschlich, auch wenn es nicht glücklich gelaufen ist. Und man kann sich da hinterher drüber ärgern. Aber man kann es wehnen und wenn, wie man will. Ich habe trotzdem eine private Nachricht vorgelesen. Ob das jetzt aufgegriffen war oder vorgelesen hat, das sind halt, ich habe das natürlich nicht gemacht. In dem Sinne, ich lese gerne private Nachrichten vor und plaudere alles aus. So, darum ging es nicht. Aber trotzdem habe ich da etwas gesagt, was sie privat gesagt hat. und gerade in dem Zusammenhang, wo ich sage, hier, das ist aber nicht okay bei anderen Leuten oder was, wenn die das, aber ich selber habe das ja dann auch gemacht. Und das macht mich eigentlich meiner Meinung nach unglaubwürdig. So was ist passiert. Das ist ja Wein trinken und Wasser predigen. Ja, ich kann das verstehen. Aber ich denke, da hilft nichts weiter, als ob man das konstatiert, das auch öffentlich benennt und sagt, es war nicht in Ordnung, aber dann muss man auch einen Cut machen. Also du kannst dich deswegen nicht zermatern. Das denke ich. Ja, das hast du auch wieder recht. Das hat dann dazu vielleicht auch geführt, dass sie eben gar nicht mehr in HU gekommen ist. Und das ist halt einfach blöd. Weil ich glaube, das wäre ganz gut gewesen, wenn sie hier noch mal reingekommen wären und Stellung gezogen. James Wundschabt hier, ich kann es nur noch mal sagen, Helena ist nicht die richtige Anlaufstelle. Gleich, Helena wollte sich nicht positionieren. Da ist nichts Privates dran. Ja, aber sie hat mir privat klar gemacht, dass ich nicht positionieren wollte. Und wenn sie gewollt hätte, dass die Öffentlichkeit das erfährt, dann hätte sie sich auch können in die Öffentlichkeit irgendwo hinschreiben. Also sie hat es mir privat geschrieben. Wobei man bei deiner Sache auch noch mal unterscheiden muss, damals als es hieß, die Sachen von Ian möchte veröffentlichen, das war vorsätzlich und das war sehr wohl überlegt und vielleicht auch um Ian zu schaden. Und bei dir ist es jetzt hier, so habe ich es verstanden, rausgeplatzt, weil es halt passiert. Da war kein Vorsatz. Glaube ich, so könnte man auch noch mal drüber nachdenken. Ist auch noch ein Unterschied. Ja, aber der Vorsatz war doch insofern vorhanden, dass ich schon absichtlich gesagt habe, die hat gesagt, sie ist nicht richtig am Hersteller. Ja, aber es war ja nicht bösartig, um ihr zu schaden, sondern weil du ein Thema erklären wolltest. Du wolltest ihr doch nicht schaden damit. Naja, aber ich wollte schon darstellen, dass sie halt die Schnauze hält. Ja, okay, es ist jetzt so. Was jetzt? Okay, ist blöd gelaufen. Also, ja, private Nachrichten vorlesen geht nicht. Okay, vorgelesen hast du nicht, ist rausgerutscht. Was willst du damit jetzt machen? Du reflektierst dich jetzt seit einer halben Stunde, findest das blöd, kannst es aber nicht mehr ändern, kannst jetzt sagen, ist scheiße gelaufen, aber was willst du jetzt machen? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde deinen moralischen Kompass gerade sehr interessant. Ja, mag ja sein, du kannst ja einen moralischen Kompass haben, hin oder her, aber es spielt trotzdem keine Rolle, dass man es gemacht hat. Können ja auch Leute hier gegen uns hetzen und dann haben wir hinterher doch ein schlechtes Gewissen, aber sie haben es ja trotzdem gemacht, sie haben es ja trotzdem daran beteiligt. Ich kann auch eine Oma überfahren und habe hinterher ein schlechtes Gewissen, aber ich habe sie trotzdem überfahren. Erinnert das ja nichts dran. Und ich hatte noch nicht mal in der Sendung letztens, wo ich das gesagt habe, ich habe mir nicht mal große Gedanken drüber gemacht, dass das ja eigentlich nicht okay ist. Sollte was zu sagen. Wirklich nicht. Was kam jetzt jetzt eigentlich? Ja, weil es sich nicht bewusst ist. Was? Es war dir nicht bewusst. Es war dir einfach nicht bewusst. Ja. Was passiert? Ja, und das ist blöd. Ja, da kann man halt eine ganze Menge Sachen sich verbauen. Man kann sich hinterher in eigenen Hintern beißen. So, und dann steht man da und sagt, blöd gelaufen. Weiß ich nicht. Also, ich würde vielleicht jetzt nicht an deiner Stelle, sondern so wie ich reagieren würde, wäre vielleicht sogar noch mal daraufhin anschreiben und mir sagen, wenn es das war, was dich gestört hat, ja, das war ein Fehler. Das war von mir so nicht beabsichtigt. Ja, das ist mir passiert. Gut, aber es tut mir nicht so wirklich leid, dass ich das gesagt habe. Ich meine, mir ist klar, dass das falsch war, das vorzulesen. Ja? Wenn ich darüber nachdenke. Nur, es ist aber, aber es tut mir nicht wirklich leid, dass ich es vorgelesen habe, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir nicht leid. Es muss dir ja nicht leid tun, aber du kannst ihr gegenüber ja noch mal direkt sagen, dass das nicht korrekt war und dass du das erst jetzt sozusagen erkannt hast. Ja, aber das hat sie mir, glaube ich, gar nicht vorgeworfen. Sie hat mir ja nur vorgeworfen, das mit der Fotze da. Du hast mich zum letzten Mal Fotze genannt, aber das hat sie ja eh öffentlich schon geschrieben. Ja, das würde ich dann auch abhaken sozusagen. Das andere hat sie mir ja gar nicht vorgeworfen. Soweit ich weiß, hat sie mir das nicht vorgeworfen. Ja, aber... Nur, ich habe das selber jetzt mal in Frage gestellt, weil, wo es jetzt darum ging, private Sachen vorzulesen. Das sieht, glaube ich, überhaupt gar nicht groß drauf gekommen jetzt, ne? Oder... Oder doch? Wahrscheinlich nicht, aber schreibst du dir doch einfach und dann ist die Sache eigentlich aus der Welt. Ich habe keinen Bock, mit der Enkel zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Na, dann bleibt es im Raum stehen. Also, ich denke, dass das dann halt, ja, immer so im Raum steht und das ist, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob das so ein Zweck ist, wenn man Blödsinn gemacht, also Blödsinn, das ist jetzt auch... Ja, aber ich habe es doch jetzt hier öffentlich gesagt, dass das falsch war. Na, aber weil sie es ja betroffen hat, ne? Ja, aber... Wie gesagt, also das ist... Ich habe ja auch nur gesagt, wie ich es machen würde, nicht, was ich glaube, das gut wäre, was du tust. Ne? Also nicht durcheinander bringen. Ja, das ist klar. Einfach, weil ich denke, das macht es einem dann auch leichter. Also, da hat man dann... Ich glaube, ich würde das nur insofern machen, wenn ich da jetzt ein schlechtes Gewissen hätte, deswegen, das habe ich ja nicht. Ich sage halt nur, das ist falsch, war das zu machen. Ja. Aber ich selber fühle mich deswegen nicht schlecht. Weil... Ne, aber darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, darum geht es nicht. Ja, aber das ist schon klar, dass es besser wäre, das so und so zu machen, aber... Es geht einfach darum, also sozusagen, da so einen Abschluss zu finden und das dann auch wirklich sozusagen klargestellt zu haben und damit ist die Sache dann in Ordnung. Weil wenn, ob sie das jetzt überhaupt bemerkt hat oder ob sie das in fünf Jahren merkt, ist letztendlich egal. Aber für den Abschluss ist es einfach gut. Kann man auseinander gehen und jeder macht seins. Ja, aber für mich ist das jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen. Mehr oder weniger. Ich habe keinen Bock, bei der zu riechen. Ich sehe das nicht an. Ich habe da keinen Bock drauf. Ne. Weil sie guckt jetzt so, wie Leute fertig gemacht werden, geht die hier noch hin und oh, ich wusste das doch nicht und ladala. Obwohl sie jederzeit hätte nachfragen können, ja. und was kommt denn da von ihr? Kommt da irgendwie, das tut mir leid oder das war falsch oder so, da kommt überhaupt nichts. Verstehst du? Da wäre eher mal etwas, was da kommen könnte. Verstehst du, was ich meine? Es ist richtig, aber die Aufrechnung muss man ja gar nicht machen. Es geht ja nur darum, dass man für sich selber den Abschluss findet. Also für mich ist das hier persönlich mehr oder weniger der Abschluss. Also das, dass ich das hier öffentlich sage. Das kann sich ja gerne angucken. Okay. Geht doch mit Sicherheit Leute, die ja das nochmal schreiben. Der hat nochmal das und das gesagt und so. Und äh, ja, aber ich werde die jetzt nicht nochmal extra anschreiben oder so. Die Genugtuung gebe ich ja nicht. Ich sehe das nicht ein und ich, ich habe kein, ich habe kein schlechtes Gewissen, wie gesagt. Und ich weiß, das hat jetzt nichts damit zu tun. Äh, was schreibt James Bond? Nur weil Helena in einer privaten Nachricht einen Wortlaut benutzt, wie nicht die richtige Anlaufstelle, darf ich sie jetzt nicht mehr in ihrer Wirkung auf mich beschreiben? Ja, das sollte eine Frage sein. Äh, okay, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine gute Frage, ne? Und wie fern man das dann halt sonst beschreiben soll, die Wirkung auf einen, ne? weil das ja die Wirkung ausgedrückt hat, aber, ja, wenn Fakt ist, sie hat die Schnauze gehalten. Das ist Fakt. Ja? Und das habe ich benannt. Eben damit, falsche Anlaufstelle. Und im Grunde genommen, ja, und im Grunde genommen, äh, wie sie ja auch selber schreibt, hat sie ja auch vorher schon, irgendwie, sich wohl, da lizenziert von YouTube oder sie wollte nichts mehr machen oder so. Ja, ja, und, äh, sie schreibt ja auch selber, dass es dann quasi damit gleichzusetzen ist, mit der falschen Anlaufstelle. Setze ich nochmal hier, äh, wo ist alles geschrieben? So, und da ich im Moment fucking offiziell nicht mehr aktiv bin, habe ich auch gesagt, ist ja nicht die richtige Anlaufstelle. So. Also, ist halt ja für sie quasi schon mit inbegriffen. Wenn sie halt dann gesagt hat, in der Öffentlichkeit, sie zieht es zurück, ist für sie schon mit inbegriffen, dass sie eben die falsche Anlaufstelle ist, so wie ich das jetzt hier verstehe, in dem Text. Ja. 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 Ja, aber trotzdem. Ja. Sinterlässt einfach einen übelen Beigeschmack. Kann sich das jetzt drehen, wie man will. Es gibt mir sicher Schlimmeres. Aber, äh, ja, und man wird sich da sicherlich draufstürzen, auf diese Sache hier. Und, äh, ja, und so wirklich falsch, ist es ja dann auch nicht. Ne? Also, ich würde mal klar sagen, das war doch ein richtig krasses Eigentor. Die Sache da. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist es ja auch. Das Problem ist halt, dass wir quasi mit Leuten zu tun haben, also jetzt hier mit dieser Hetzaktion und das alles, die sich nicht an Regeln halten, wir uns hingegen aber an Regeln halten. Und wir uns über die Feinheiten der Moral Gedanken machen, wenn Helena Malkowitsch die Schnauze hält. und ob man das jetzt sagen darf oder nicht, weil das ja eine private Nachricht war. Darüber mache ich mir Gedanken. Diese Leute, mit denen wir es da zu tun haben, die Zersetzung betreiben und alles, die machen sich über sowas keine Gedanken. Weil wenn die sich über Feinheiten der Moral Gedanken machen würden, würden sie ja nicht diese Kampagne gegen uns betreiben. Und das hat eine Sache. Wie gesagt, wir halten uns an Regeln und sie nicht. Und deswegen ist da immer gleich eine Schräglage. Eine Schieflage. Das ist halt, ne? Ich meine, da werden ja permanent Fehler gemacht. Da werden permanent Lügen erzählt, Sachen verdreht, dann gehen Leute wie dieser HO-Informant hin und stellen das nochmal richtig. Lüge, 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 Falschbehauptung, bla 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 bla. Das ist also okay, aber das bleibt nicht an denen kleben. Nur, wenn mir jetzt so etwas passiert, das wird man wirklich ausschlachten bis zum Gehtnichtmehr. Die Leute werden das beklatschen. Ja. Und ich muss sogar noch im Endeffekt zugeben, dass es sogar stimmt. Dass ich hier wirklich etwas gesagt habe, was privat war. Ja. Und das ist halt so. Also wenn so jemand wie mir das passiert, dann wird das ja gleich ums Tausendfache gewertet. Ne? Also wenn jemand anderem das passiert, dann wird das Tausendfach relativiert. Und bei mir wird das auch noch Tausendfach verstärkt. Und das ist halt eben der Punkt. Ja? Gerade in der Öffentlichkeitswirkung. Und das ist so ein Ding, was mich wirklich ärgert. Aber das ist halt nun mal jetzt einfach so. Ja? Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und ich finde, dass allein schon durch diese Tatsache hier die komplette Sendung und egal was da gesagt wurde, in ziemlich übelm Beigeschmack erhält. Durch mich. Durch meine Aktion. Ja. Sehe ich so. Was schreibt der James Bond? Let's play, wenn du hier zugibst, einen Fehler zugibst, der kein Fehler ist, dann ist das ein Fehler, den dir intelligente Leute vorwerfen werden. Das wäre mir wichtiger. Ja, das ist schon klar. Ja. Ja. Ja, das ist schon recht, James Bond, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ich habe es ja jetzt gesagt. Und auch noch mal gesagt, dass das irgendwie schon ein Fehler war und sowas. Ja. Vielleicht war es auch der größte Fehler, das überhaupt jetzt anzusprechen. Und ich habe jetzt auch eigentlich die Tomilette Sendung reiniert, weil ich habe das jetzt noch hier komplett in die Länge gezogen und das wollte ich eigentlich erst gar nicht. Und ich habe jetzt noch das ist eigentlich total einfach. Das ist total geil. Ja, sowas darf eben jemandem wie uns nicht passieren. Wir dürfen halt keine Fehler machen. Aber wir sind halt auch halt nur menschlich und kann halt immer wieder doch mal ein Fehler passieren. Auch in so einer Situation. Und das ist jetzt halt passiert. Und egal, ob das ein Fehler war oder nicht, es war nicht okay. Dennoch habe ich kein schlechtes Gewissen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich noch eins oben draufsetzen, ist der Rufnis ruiniert und andere Dinge jetzt auch hier mal vorlesen. Und meine Leute so richtig in die Pfanne und das werde ich mal nicht machen. Ja. Mir hat das jetzt schon doch ziemlich einen Dämpfer verpasst. Ich bin ganz ehrlich. Also das wirft einen komplett zurück. Das werden einem Leute Ewigkeiten vorwerfen. Ja, dass man so etwas gesagt hat. Jetzt halt noch mal der James Bond, dann würdest du den Trollen tatsächlich einen Fehler geben. Ja, aber ich habe es doch jetzt schon hier tausend Mal gesagt. Und ich werde die Sendung auch nicht privat stellen oder irgend sowas. Sie ist halt raus, James Bond. Ich glaube, ich denke, ich werde jetzt mal langsam wieder Schluss machen. Ich glaube, das ist jetzt alles gesagt. Toni, lebst du überhaupt noch? Toni ist eh weg oder was auch immer. Was? Ja, ich bin noch da. Toni, die werden das doch ausschlachten bis zum Gehtnichtmehr. Diese Sache. Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich würde es tun an ihrer Stelle. Wenn ich eine Schnellzkampagne gegen jemanden betreiben würde, ich würde es machen. Selbstverständlich macht man das. Warum sollte man es nicht machen? Ach, wir machen nur das, was wir von Anfang an gemacht haben. Das ist nämlich transparent gestalten. Und was andere machen, das ist keine Ahnung. Ja, aber ich denke, ich hätte es hier mal langsam Schluss machen. Ich habe da auch wirklich nichts hinzuzufügen. Screw you. Ja, also ich würde sagen, das ist vorhin schon sehr wichtige Sachen gesagt in der Sendung. Aber wie gesagt, durch meine Aktion eigentlich die Sendung komplett ruiniert. Würde ich jetzt mal klar sagen, klar, das Eigentor, der Punkt geht an die anderen. Das ist einfach so in dem Moment. Und es kann sogar sein, dass der eigene Reputation dadurch, oder der Ruf ist eh weg, aber eher das Bisschen, was noch da war, dass das so einen massiven Schein jetzt versetzt hat, dass man sich einfach komplett unglaubwürdig gemacht hat. Halte ich für möglich. Ja. Und ich kann sogar die Leute nachvollziehen, die das jetzt so von sich geben. Ist einfach so. Muss ich einfach knallhart sagen. Ja, aber welche Reputation denn, Let's Play? Bei wem denn? Also bei denen, die dich eh schon irgendwie versucht haben auch zu machen? Nee, das meine ich nicht. Die meine ich nicht. Da ist es egal. Verstehst du? Aber die Leute, die vielleicht noch gesagt haben, jawohl, ne? Und die jetzt da auch sagen würden, hier, komm. Naja, aber für die hast du ja klar gemacht, dass du da einen Fehler gemacht hast und hast ihn wie eingestanden und sagst du, war halt, ist blöd gelaufen und so. Ja, aber ich habe noch zusätzlich gesagt, dass ich eben kein schlechtes Gewissen habe deswegen. Ja. Ja, dass es zwar falsch war, aber ich habe kein schlechtes Gewissen wegen der Situation und äh, ja. Aber warum glaubst du denn, dass du deswegen ein schlechtes Gewissen haben musst? Das sagt doch gar keiner. Ja, aber eigentlich, wenn man so alle Sachen vor dir ist, sollte man das eigentlich haben? Oder nicht? Dann fangen wir am Anfang an und sagen, das war nicht vorgelesen, sondern aufgegriffen. Aber gut, also wie gesagt, ich meine, mehr kannst du nicht machen. ich würde das halt einfach, ja, wie du es sagtest halt, ja, nicht Schwamm drüber, sondern abhacken und Neustart. Ja, Baris aber schreibt, alles gut, niemand ist perfekt, dann fehler ist so groß wie ein Fliegenschiss, Let's play. Eben, so würde ich es auch sehen. Also, es ist natürlich immer für einen selber, man zermatert sich da noch ein paar Tage und sagt, oh Mann, ey, was habe ich da bloß gemacht, was habe ich mir damit verbaut und äh, und so, das ist normal, das gehört dazu. Aber das ist kein schlechtes Gewissen. Das ärgert einen nur selber. Das muss man schon, denke ich, unterscheiden. Und das ist okay so. Also, da gewöhnt man sich auch dran. Man lernt dann auch schneller. Denke ich. Weiß, was du weißt, aber es kommt mal runter, meinst du, ich hänge mich jetzt auf, weil ich es dir vorzugenannt habe, vergiss die blöde Kuh, ja, man kann sein, aber du hast hier nichts aufgegriffen, oder vorgelesen. Ja. Ja, ich denke, da gibt es nichts mehr, den zuzufügen. Ich denke, das hat mich sehr gefreut, dass auch du warst, da warst, Glückschädterin. Sam hat mir noch mal geschrieben, der war verhindert, konnte er nicht kommen. Das ist ja jetzt eigentlich auch wieder eine private Sache, ne? Im Grunde genommen. Gut, das findet er jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt gesagt habe, aber das ist eigentlich auch eine private Sache, oder nicht? Oh, jetzt hör aber auf, ey. Nee, aber ich versuche das einfach, ich versuche mir jetzt einfach nur mal zu überlegen. Ja? Äh. Ja. Ich weiß es nicht genau. Also mich hat das echt, gerade echt komplett verunsichert, ne? Gute Nacht, alle. Ja, gute Nacht. Ich weiß da gar nicht mehr so, was ich überhaupt noch in Zukunft sagen soll, oder ob man vielleicht schon ja. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, also liebe Zersetzungskampagne, Mannschaft, oder was auch immer, wer da drin, also der Punkt geht, leider an euch, muss ich einfach sagen. Ja. Wie gesagt, Sendung, komplett dahin losgegangen, und, äh, ich muss euch dann doch leider zu ihrem Sieg gratulieren, in dem Punkt zumindest mal. Ist einfach so. Naja, konnte ich jetzt einfach wichsen, oder das Ganze abfeiern, äh, aber, ich, muss doch den Tatsachen das Gesicht sehen, ich mache jetzt schon, Schluss. Tschüss. 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 Tschüss.